Ich habe sowas gesehen. Warte, Sophia, ich zeige dir mal, was du von mir bekommst. Ich schweige deine Mutter. O Zigeuner, ich schweige deine Familie. Warum beleidigst du den Islam? Ist das ein Dreckauf? Ist das ein Dreckauf? Habt ihr es gehört? Was für eine Liebe. Habt ihr diese Liebe gesehen? Oh, was für eine Liebe die gibt. Diese Liebe willst du immer erleben. Da wird der Boden unter dir beben. Danach wirst du nie wieder auf dem Boden kleben. Das war ein Kosovo-Araber, genau. Gott segne ihn und seine Familie. Amen. Arme, arme Seele. Arme, arme Seele. Oh, Dankeschön. Eine Küsschen am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Danke, Jesus. Danke, Lieb. Du Arme. Kannst du den nehmen, den du im Spiegel siehst? Gott segne dich und deine Familie. Jetzt gehst du auf Stummschaltpaket. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Ich bin in Stummschalt... Stummschaltpaketlaune. Wer möchte? Danke, Robinio. Durch den Hass finden... Meinst du jetzt mich oder durch den? Nee, durch mich meinst du? Ja, ja, natürlich, klar. Finden immer nur mehr Menschen zum Islam. Die haben eine Abneigung gegen den Islam. In ganz Europa hat der Islam einen so schlechten Ruf, so ein schlechtes Image durch euch und durch die islamischen Schriften. Weil ihr gibt den Leuten absolut recht, dass man diese Religion niemals akzeptieren sollte und die islamischen Schriften auf den Index kommen und der Islam in Europa verboten werden sollte. Amen. So sieht's aus. That's right. Willst du schon wieder beleidigen? Guck mal, jetzt beleidigt er wieder. Guck mal, guck mal, das hat der Islam ihm beigebracht, Leute. Guck mal, guck mal. Meinst du nicht, dass der Islam sowas dann abbekommen, wenn du sowas sagst? Ich spieg deine Mutter, Trigur. Guck mal. Ist das ein widerlicher... Gott segne ihn an seiner Familie. Hallo. 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 Hallo, 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 ich mache am besten nur noch so, ich sing den ganzen Tag einfach nur noch nicht, hallo. Also, willst du was sagen oder nicht sagen? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Gar nicht. Was man sich hier rumschlagen muss, glaube ich. Schick deine Mutter, deine ganze Familie, Zigeuner, Putsch, scharraten, halt. Guck mal, wie der aussieht, wie auf Drogen, der Arme, guck dir den an, guck dir diese Drogenabhängigen an, guck mal diese Junkie. Guck dir das an, jetzt bin ich gerade aus Toilette rausgekommen, der Arme. Richtig, der Junko, der spuckt sich einfach selber an, hilft sich. Richtig vom Bahnhof, habt ihr gesehen? Wie dieser Bahnhof Frankfurt, Frankfurt, da hängen die an der Ecke und hier mit Nadel und so, der Arme, Arme. Dann geht der her, ihn rausholen aus dieser Bahnhofsmission. Arme, arme Seele. Man muss die einfach nur auslachen, das ist die beste Medizin. Richtig, wie so ein richtiger Neandertaler, merkt ihr? Immer, da kommt der Neandertaler raus. Ja, richtiger Neandertaler. Ja, Muslim Tiger ist wieder da, Muslim Tiger. Ja, guck mal, da ist auch so, der Typ, der Typ, da. Der hat einen Tag von mir hier gespankt. Warum bist du hier auf den Eben Mut'a? Ja, ich bin auf die Junkies, die hierher kommen und mich verletzt. Oh, okay, so bist du Eben Mut'a? Ja, du bist Mut'a, weil du dein Propheten ordert uns, eure Familie, zu tun Mut'a. Du bist Shi'a. Du bist Shi'a. Du bist Shi'a. Du bist Shi'a. Was Mohammed ist Shi'a, du? 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 Hallo. 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 Hallo, ich bin Mut'a. Ich bin Mut'a. Ich bin Sin'a. Hahaha. Der kommt jeden Tag hier rein, der Typ. Der liebt mich über alles, dieser Muslim Tiger. Hahaha. Ja, sein Prophet hat ja angeordnet, Mutter Ehe zu machen. Ja, war sein Prophet ein Shi'it oder was? Wie bekloppt die Leute sind. Kann jeder von euch nachlesen? Sahi Bukhari 5116 und 5117. Der Mohammed hat erlaubt, in so Zeitehen einzugehen. Also war der Mohammed ein Shi'it, ja genau. Heftig. Hahaha. Islam ist Liebe. Muslim Tiger. Islam ist Liebe und Freiheit. Hahaha. Ja, sehr friedlich. Hm. Hahaha. Hahaha. Ja, hörte, hörte ich das mal weiter an, man. Hahaha. Ich finde keinen Fehler. Alles hat einen Fehler. Alles, was man hier sieht auf dieser Welt, hat Fehler. Alles ist nicht perfekt. Ich dachte das mal eine Zeit, das musste. Ich dachte auch, dass Allah perfekt wäre, aber er ist nicht perfekt. Er macht ohne Ende Fehler, klaut von jüdischen Rabbinern seine Ferse, packt sie in sein Koran, sagt, dass Mohammed jede Frau haben kann, vorausgesetzt, dass er sie möchte, sagt einfach, dass er eine Reise mit einem fliegenden Einhorn über die Al-Aqsa-Moschee getätigt hat, obwohl die Al-Aqsa-Moschee erst 90 Jahre nach dem Koran entstanden ist. Das ist so krank. Das ist so heftig. Erlaubt, dass man Frauen schlagen darf bei Widerspenzlichkeit, sagt, dass ihr Frauen nur ein Saatfeld seid, wo der Mann sich vergnügen kann und wieder weggehen kann. Erlaubt Mutter-Ehe in Zuche 424. Erlaubt Kriegsgefangene zu vergehen in Zuche 424. Ja, also was bleibt denn noch übrig? Also das ist natürlich perfekt. Perfekte Anleitung zur Unheiligkeit. Perfektion eben hier in dieser Welt, aber ich musste feststellen, dass das eine Fase ist, dass das nicht richtig ist. Ich habe es gedreht und gewendet, weil ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Es ist natürlich so, dass man hier etwas sagt. Sie ist ein kritischer Mensch und hinterfragt alles. Habt ihr schon mal sowas gehört? Habt ihr das gehört? Sie ist ein kritischer Mensch und hinterfragt das. Aber hinterfragt nicht die frauenunterdrücktesten Religion aller Zeiten. Habt ihr schon mal sowas Verstörendes gehört? Ich bin ein kritischer Mensch und hinterfrage alles. Aber der Islam ist perfekt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an, was hier los ist. Wie fertig die Leute sind, das wisst ihr gar nicht. Wie kaputt und verstörend das Ganze ist, das ist unfassbar. Welch Ausmaße, welch Ausmaße. Also, dass laut unter der Scharia die Frauen so hart geunterdrückt werden. Das hast du nicht kritisch hinterfragt. Dass der Mohammed gesagt hat, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau denn malträtiert. Dass ein Mann eine Frau nackentherapiert hat, aufgrund, dass sie an Mohammed Kritik ausgeübt hat. Und ihr den Bauch aufge... Ihr wisst schon. Wo ein Kind noch hervorkam. Unfassbar. Unglaublich. Weiß nicht, ich bin entsetzt, entsetzt über diese Gehirnwäsche. Ich glaube das erstmal und denke so, ja, alles blau sitzt. Dann ist das die Wahrheit. Ich schau mir die Dinge von außen an. Dann lege ich es weg. Dann schau ich es mir nochmal an. Dann lese ich mir was anderes durch. Dann komme ich wieder zurück. Und es ist einfach unfassbar. Es gibt nichts daran auszusetzen. Das ist doch kein gesunder Menschenverstand mehr, Mann. Es gibt nichts daran auszusetzen, dass du eine von vier Frauen werden darfst, dass dein Mann dich überhaupt gar nicht fragt, ob er eine Zweitfrau, Drittfrau, Viertfrau... Du hast zu gehorchen. Das hinterfragt man nicht. Wie dumm muss man sein? Wie dumm? Wie dumm als Frau? Wenn ich eine Frau wäre, ich würde andere Frauen warnen von dieser Religion und sagen, das ist von einem Mann für einen Mann. Das hat ja nichts mehr mit Gott und Heiligkeit zu tun. Das ist also eine unterdrückerische Ideologie, die eines Tages uns Frauen ja unterdrücken wird. Und das nennt sie einen kritischen Geist haben. Schaut euch das mal bitte an. Wie heißt die? Hannah Hansen. Hannah Hansen, genau. Richtiger Hensen. Entschuldigung, dass ich da sagen muss, aber das ist wirklich so. Richtiger Hansen. Unglaublich. Wie geht denn sowas? Du kannst nicht... Wie kann man sich denn so im Internet präsentieren, über eine Religion reden, die dich überhaupt gar nicht duldet, weil du so aussiehst? Du hast gefälligst, die Karp zu tragen. So sagt es auch die Rechtsschule der Hanbaliten. Und da gibt es Millionen, dazu gehört Pierre Vogel, Abul Barra und diese ganzen Konsorten hier in Deutschland, die ganzen Salafis. Die waren Ahmad Hanbal. Was meinst du, die machen aus der eine SEX-Sklavin? Heftig, ne? Sie verteidigt das auch noch. Das ist ja das Kranke, was ich nicht verstehe. Wie kannst du eine Religion verteidigen oder für gut empfinden, die dich unterdrücken würde, sobald sie die Stärke erreicht hat? Das ist krank. Das ist genau diese Art von Mensch, diese Art von Frauen, die sich wie ein Huhn zu KFC bekennt. Und sagt, KFC ist ein toller Laden, als Huhn. KFC ist der beste Chicken-Laden. Ich habe keinen Fehler gesehen, als Hähnchen dorthin zu gehen. Kein Fehler. Die machen das sehr gut, unsere Leute zerbraten und zerteilen. Ist das krank? Ich weiß, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so verstörend, ne? Dass sie sich zum Islam bekennt, ist in etwa, wenn sich ein Huhn zum KFC bekennt. Und schon wieder, Verstoßverwarnung. Ihr Ekelhaften hier. Ich komme jetzt sofort wieder rein. Hörend als Frau. Hören wir nochmal die Aussagen. Das ist krank. Wieso bin ich so überzeugt von dieser einen wunderschönen Sache? Ich finde keinen Fehler. Und das Kranke ist, man darf auch nicht diese Gehirnwäschemusik im Hintergrund nicht vergessen, ne? Damit das Ganze auch noch so schön ausgeschmückt wird. Damit der Zuhörer natürlich so total emotional gebunden wird. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Wie heftig. Soll es emotional gepackt werden. Mit dem. Schau mal her. Ich finde keinen Fehler. Alles hat einen Fehler. Alles, was man hier sieht, auf dieser Welt, hat Fehler. Alles ist nicht perfekt. Ich dachte das mal an. Ich dachte das mal. Schau dir das mal an. Eine Zeit, das musste Perfektion geben hier in dieser Welt. Aber ich musste feststellen, dass das eine Farce ist. Dass das nicht richtig ist. Ich habe es gedreht und gewendet, weil ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass man mir etwas sagt. Ich bin ein kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Wenn Leute zu mir kommen und mir etwas erzählen, dann bin ich ein kritischer Mensch und hinterfrage alles. Was für eine Lügnerin das ist. Wie sie lügt. Das heißt, sie sieht nicht das Leid der Frauen in den Islam schlendern, die das durchmachen. Die nicht das Haus ohne die Erlaubnis ihres Mannes verlassen dürfen. Die in einen Niqab gezwungen werden. Oder Hijab oder was auch immer. Das sieht sie nicht. Darin sieht sie gar keinen Fehler. Schau dir das mal bitte an. Kein Wunder, dass die Leute in den Kommentarbereichen ausflippen und sagen, sag mal, tickst du noch richtig oder was? Und das nennst du ein kritischer Geist, kritisch hinterfragen. Oder ist das Arschkriecherei den Muslimen gegenüber? Damit du von ihnen Anerkennung bekommst. Er, glaube ich, das Zweite. Das ist pure Arschkriecherei. Unglaublich, ey. Ja, da sehen wir im Iran das beste Beispiel, wie die Frauen gerade um ihre eigene Freiheit kämpfen. Und sie kommt hier in Deutschland ohne Hijab, eine Deutsche oder was sie auch immer ist, oder eine Europäerin, sagen wir mal, mit blonden Haaren, wo die Muslimen sowieso schon ausflippen. Da kommt sie und sieht nicht das Leid der Muslimas, die in den Islam schlendern, das durchmachen. Das ist so krank. Und hier in Deutschland verteidigt sie den Islam und sagt, ich habe keinen Fehler im Islam gesehen. Das ist geisteskrank. Danke, Philipp. Wie geht sowas? Kann mir das bitte einer erklären von euch Muslime? Oder egal, kann mir das irgendjemand mal erklären? Wie kann sowas sein? Du bist krank. Ich bin krank? Ich bin krank, der das Leid der Frauen in den islamischen Ländern sieht. Und du, gehirngemaschert, kommentierst auch noch, ich bin krank? Sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Das Problem sind leider Menschen, die den Islam falsch praktizieren. Das ist so krank. Also wenn Omar und, also wenn Muhammad selber durch die Hadith sagt, dass die Frauen sich verhüllen sollen und dass der Hijabvers kam, man muss diese Frau mal fragen, man muss die Muslimas mal fragen, warum trägt die eigentlich Hijab? Warum? Warum? Genau wie dieser Heuchler hier. Der ist auch einer der größten Heuchler, die predigen. Pass mal auf. Der Typ hier. Warte. Wo ist der? Der hier. Warte. Das ist auch heftig. Mit seiner Rolex, mit so einer fetten Rolex am Arm. Seiten auf Null. Und dann labert der einer von Islam. Guck mal, der hier. Kopf bis Fuß. Das heißt, man darf keinen Halt sehen. Man darf keinen Halt sehen. Man darf keinen Halt sehen. Also er will den... Man darf keinen Halt sehen. Er will den Muslimas jetzt islamische Scharia erklären, dass wenn sie sich islamkonform benehmen. Selber benimmt er sich überhaupt gar nicht islamkonform und widersetzt sich den Anordnungen Erlass und seines Gesandten, der gesagt hat, ihr sollt euch nicht die Seiten so rasieren und einen Teil des Kopfes dran lassen. Er macht es. Er stellt seine Reichtum zur Schau und sowas. Ist das also nicht sich gegen den Islam auflehnen? Wie kann man so jemanden ernst nehmen, den Typen? Wie heißt der Abdelhamid oder wie der Typ heißt? Wie geht sowas? Kein Muslim sagt, ey, bist du krank? Was rasierst du die Seiten auf Null und machst die dann auf Player und mit deiner Rolex oder was und dann predigst du Islam? Was ist das denn? Da kann ich ja auch zu Dings gehen. Hier die Dattelträger oder wie die Leute heißen von ARD und ZDF. Und die können mir auch was von Islam erzählen. Wir nehmen sich wie die letzten Kuffar und erzählen mir was von Islam. Sieht aus wie der letzte Kuffar, Kerfir und erzählt was von Islam. Also das ist krank. Wenn ich ein Muslim wäre, ich würde das niemals tolerieren, niemals. Wenn du sagst, seid ihr krank, dem überhaupt zuzuhören? Wie geht das? Er widersetzt sich Allah und seinen Gesandten und ihr hört ihm noch zu. Seid ihr alle krank oder was? Macht einen auf Player hier mit Seiten auf Null, dicke Rolex am Arm und predigt oder was? Wo die Gelehrten selber sagen, wer sein Reichtum zur Stau stellt, der wird nicht ins Paradies kommen und so. Aber eine fette Rolli am Handgelenk und dicke Karren und sowas fahren. Unglaublich. Und dann versucht er den Muslimas auch noch Scharia beizubringen, obwohl er sich selber Scharia unkonform benimmt. Nach Scharia dürfte er gar nicht so aussehen. Richtig? Richtig, natürlich. Seiten auf Null, Rolex tragen und so. Wo gibt es sowas? Er will also die weltlichen Dinge haben, Allah will aber für ihn das Paradies haben. Will er aber Allahs Paradies haben? Nein, er will die Dunja. Er will die Dunja. Aber ich bin auch froh, dass er diese Dunja will, damit er nicht in dieses Himmelreich von Allah kommt. Das ist so krass. Mit seinen 72 Hohlen, ey. Ja, guck mal, das kann nicht wahr sein. Die Ohrringe dürfen nicht rausgucken. Ich sehe, manche, die kämmern sich so, die Ohrringe raus. Die Ohrringe dürfen nicht rausgucken, was der Typ sagt. Aber selber trägt er die Seiten auf Null. Schau dir das mal an. Welche Muslima würde so einen Typen ernst nehmen, der sowas sagt? Selber hält er sich nicht an Islam und predigt, dass die Leute sich daran halten sollen. Wie verrückt, wie bekloppt. Wie bekloppt kann man nur sein? Das kannst du keinem erzählen. Habt ihr gesehen, wie der Typ aussieht? Wie mit seiner Rolex, wie der immer angibt und sowas? Und immer so voll die Batzen auf die Tasche. Was macht der Typ? Ist der so ein Dealer oder was macht der? Ein muslimischer Dealer-Prediger oder was macht der Typ? Das ist krank, Mann. Ich glaube, der steht auch unter Beobachtung von der Polizei, oder was? Ich glaube, mit Sicherheit sind die schon mal bei ihm eingeflogen. Da haben wir gedacht, aha, wer bist du denn? Prallt sie mit fette Rolli und dies und das, sieht gar nicht so aus wie so ein Prediger. Was machst du denn da für krumme Geschäfte? Unglaublich. Das sagt er den Leuten, also die armen Muslimas, die sich dann angucken, dass sie sich so verhüllen sollen, dass sie bis zum Hals das tragen müssen, damit man den Hals nicht sieht, weil das Sünde ist. Hört euch das mal an. Keiner sehen, Schwester. Packt ihr wieder hinter den Hijab ein. Allah SWT sagt, wirft über eure Brust. Das heißt, der Hijab muss mindestens bis zur Talie fallen. Darf ihr nichts sehen an Form. Das ist das, was Allah befohlen hat. Und darüber hinaus hat er befohlen, bis zu den Füßen. Nur in der Rechtsschule von den Halifiyah ist es erlaubt, die Füße zu sehen. In allen drei anderen Rechtsschulen ist es haram, die Füße zu sehen. Und das Gebet ist ungültig, wenn man Füße sieht. Das heißt, vom Kopf bis Fuß. Selbst wenn man die Füße sieht beim Gebet, ist es ungültig. Schau dir das mal an, in welche mistliche Lage die die Muslimas bringen. Als würde sich Gott interessieren, ob du deine Füße zeigst. Das ist krank. Das ist so krank, Mann. Das hat doch nichts mehr mit Religion zu tun. Das ist Zwangsstörung, Mann. Das ist weitergegebene Zwangsstörung. Und immer weiter, durch Generation zu Generation. Das heißt, Gott macht sich Gedanken um deine Füße oder um dein Herz. Über was die da reden. Und die Leute hören da wie Schafe zu. Anstatt die sagen, das hat doch gar nichts mehr mit Religion zu tun. Mit Gott zu tun. So wie ich damals beim islamischen Unterricht teilgenommen habe. Da sagt er zu mir allen ernsthaft. Er meinte, Amir, wenn du deine Fußspitze nur falsch setzt, der Typ. Sagt er, dann ist dein Gebet ungültig. Ich meinte, was? Fußspitze? Ja, wie soll ich denn wissen, welche Fußspitze ich jetzt setzen soll? Bist du krank oder was? Weißt du, ist das die Religion Gottes? Der macht sich Gedanken um Fußspitze? Verstoße. Jo, ekelhaft. Fußspitze. Ich komme jetzt gleich wieder rein. Bis gleich. Das ist doch krank. Ich würde verstehen, wenn Abu Dhabi das sagt. Der Abu Dhabi hält sich ja wenigstens da dran. Er zeigt weder seine Aura noch gar nichts. Aber der Typ, dass die Leute überhaupt ihm zuhören, das verstehe ich nicht. Das ist für mich so suspekt, so krank. Anstatt die sagen, aber mein lieber Hamid, du hältst dich doch selber nicht da dran. Du zeigst doch selber. Du rasierst deinen Kopf, obwohl die Gelehrten sagen, das ist Haram. Widersitzst du dich Allah und seines Gesandten, seine Anordnungen. Die Gelehrten sagen, du sollst dir nicht die Seiten auf Null machen. Das sind Haram-Frisuren. Ach so, ich weiß. Ja, du willst natürlich den Jugendlichen imponieren. Genau. Du willst also nicht Allah gefallen, du willst den Jugendlichen gefallen. Natürlich, klar. Daran merkt man, was für ein Monat wird. Siehst du. Je schlimmer ein Muslim aussieht mit seinem Bart, desto eher kannst du davon ausgehen, dass der ein authentischer Muslim ist. Weil er nicht den Leuten gefallen will, sondern weil der Allah gefallen will. Versteht ihr? Auch wenn er zum Beispiel sich seine Barthaare gelb färbt. Warum macht er das? Warum macht er das? Weil er Rasulallah mehr liebt als diese Leute hier. Egal, was sie von ihm denken. Das ist das Kranke. Deswegen siehst du, authentisch und ehrliche Muslime mit dem Kaftan rumlaufen, bis zu den Knöcheln. Und die anderen, die haben so ein Riesenproblem damit, so rumzulaufen, wie Mohammed das angeordnet hat. Die Lieblingsfarbe von ihm war ja gelb, von Mohammed. Er hat seinen gesamten Bart, seine Klamotten, alles mit gelb gefärbt. War das die schönste Farbe von ihm. Also er war ein blonder Mann. Er hatte gelbe Barthaare, gelbe Haare und alles. Das ist falsch. Guck mal hier, das ist falsch. Alles klar, das ist falsch. Das ist falsch, natürlich klar. Schauen wir mal, ob das so falsch ist. Schauen wir mal, ob das so falsch ist. Sunan Abu Dawud, Hadith 4064 Ibn Omar pflegte seinen Bart so sehr mit gelber Farbe zu färben, dass seine Kleidung mit gelb gefüllt gefärbt war. Er wurde gefragt, warum färbt man mit gelber Farbe? Er antwortete, ich sah den Gesandten Allahs mit gelber Farbe färben und nichts war ihm lieber als dieses. Er färbte damit alle seine Kleidungsstücke, sogar seinen Turban. Ihr seid noch weit entfernt, wie Mohammed auszusehen. Ihr seid noch weit entfernt. Ihr schämt euch alle für euer eigenes Vorbild. Ganz genau wie Hansi, der seine Bartage schwarz färbt und uns weiß machen will, dass das dunkelbraun ist. Obwohl Mohammeds Lieblingsfarbe ja gelb ist. Warum macht er nicht gelb? Weil er sich schämt vor dieser Gesellschaft. Er will also nicht Rasulallah und seinem Gott gefallen. Er will diese Leute hier gefallen. Er will sein Aussehen verändern, damit er jünger wirkt, so wie die Gelehrten das sagen. Und das ist ein Betrüger. Die Gelehrten sagen, das ist betrügerisches Verhalten. Wahnsinn, ne? Und so jemand wird das Paradies im Islam niemals erben. Arme Seelen, ne? Arme Seelen. Gott macht sich Gedanken um Barthaare. Um Färben von Bart. Arme Seelen. Arme Seelen. Das ist natürlich Gott sehr, sehr wichtig, welche Bartfarbe du hast. Nicht, was du für ein Herz besitzt. Ob du mit ganzem Herzen an ihn glaubst und ihm nachfolgen willst. Das interessiert natürlich Gott nicht. Er guckt nach deiner Fußspitze, wie du die setzt und wie dein Bart gefärbt ist. Ihr seid so fertig, ey. Ihr seid so fertig, das kann sich keiner vorstellen. Das ist natürlich der Gedanke Gottes. Das ist in erster Linie das, was Gott von uns will. Mit gelber Farbe, damit wir ihm gefallen. Wir gefallen also Gott nicht, wenn wir seine Gebote halten und ihm näher kommen, ihn lieben über alles und uns so dementsprechend verhalten, wie er es möchte, ne? Der macht sich Gedanken um Fußspitze, ne? Ich will mal wissen, wie Allah das beschrieben hat, wie ich meine Fußspitze zu setzen habe. Wie? Wie? Sag mir mal bitte. Wie fertig muss man nur sein? Wie fertig? Sieht man vor, ist das kein Hijab mehr. Seht ihr? Seht ihr diese Heuschelei, was er da sagt? Trägt die Seiten auf null, fette Rolli am Arm, ist irgendwie so total in Cafés unterwegs. Letztes Mal habe ich ein Video gesehen, wie der auf Kirmes rumhängt, der Typ. Wo Alkohol ausgegossen wird, wo die Menschen Bier trinken neben ihm. Das geht natürlich, klar, das ist natürlich sehr gut. Aber wie man seine Fußspitze setzt, darüber macht sich Allah, keine, also darüber macht sich Allah Gedanken. Aber über dein Verhalten, deine Seiten auf null zu machen und deine Fußspitze richtig zu setzen. Komm, komm, ist gut. Kein Wunder, dass die Leute Abneigung haben gegen den Islam. Und sagen, das ist keine normale Religion mehr, so wie ich das damals auch erfahren durfte. Amir, wenn du beim Beten deine Fußspitze falsch setzt, ist dir dein Gebet ungültig. Achso, ja. Gott macht sich also Gedanken um meine Fußspitze, natürlich. Wie fertig kann man nur sein? Wie fertig kann man nur sein? Ich mach für dich sogar die Kamera an, damit du weißt, wer ich bin. Warte, warte. Hi, na du. Was ist das, der Ding oder was ist das? Kannst du dich noch dran erinnern? Vorgestern. Was ist das? Ah ja, ja, was ist das? Kannst du dich nicht dran erinnern? Was ist das? Kannst du dich nicht dran erinnern? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Wer ist das? Wer bist du? Du hast mich gefragt, wie kann es sein, dass bei euch Muslimen, ich hab das und das und das erfahren. Dann hab ich gesagt, lass mich raten, deine Quelle war Google. Du musstest selber lachen, dann bist du rausgegangen. Du bist rausgegangen? Bei Gott, du bist rausgegangen. Hast du ja zu viel Kamelurin getrunken oder was ist los? Nein, Bruder, nein, Bruder, nein, 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 du bist so lustig. Ey, Bruder, ohne Scheiß, möge Allah dich inshallah recht leiten. Aber ey, Bruder, ey, ich sag dir eins, ne. Womit soll er mich denn recht leiten? Mit seiner linken oder mit seiner rechten Hand? Ja, Bruder, ich sag dir, sonst läuft dein Leben so ab. Ja, warum? Allah hat zwei rechte Hände. Wie will ein Wesen mit zwei rechten Händen mich recht leiten? Dein Herz, 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 Bruder. Dein Herz, Herz, Herz. Jetzt auf einmal muss ich dachte, man muss uns Gedanken machen, ob die Aura bedeckt ist. Bruder, nein, glaub mir, du wirst, glaub mir, irgendein Mädchen hat Hass auf dich. Vertrau mir, Bruder. Ein was? Ein Mädchen, ein Mädchen hat Hass auf dich. Ein Mädchen hat Hass auf mich, ja, und jetzt hat wir Hass haben. Ich glaube, die ganzen Frauen haben Hass auf den Islam, ey. Nein, Bruder, das ist falsch. Das ist falsch, das ist falsch. Eine Delikon, die dazu aufhören, Frauen zu pecken, zu boxen, ist natürlich falsch. Bruder, Frauen gibt es im Gesamtamt mehr. Aber ich sag dir eins, du wurdest verhext. Vertrau mir, Hokus Pokus Filibus. Aber du weißt das selber nicht. Ach so, dein Prophet, wurde dein Prophet auch verhext? Nein, nein, Bruder, ich verfolge dich so ein bisschen so. Weißt du, ich sehe dich so manchmal. Ja, aber sag mal, wurde dein Prophet auch verhext. Und ich sag mir jedes Mal, ey, ich sag mir jedes Mal, der Arme, wallah, der Arme, ja. Der Arme, genau, der Arme, der die Wahrheiten ausspricht, genau, der Arme. Und du, wenn du dir im Spiegel anschaust, denkst du nicht, ich arme, ich arme, du arme? Doch, 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 natürlich, wir sind alle Arme, Bruder. Doch, doch, du guckst ins Spiegel und sagst, ich arme. Du Arme. Aber du kannst, 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 den Islam ist so ein Drecksinn für Bibi Murat, Alter. Das geht nicht. Mein lieber, hat der Mohammed, stand der unter schwarzer Magie, ja oder nein? Na, ey, Bruder, ich sag dir eins, glaub mir, geh zu einem Hodja, lass dich mal abchecken, Bruder. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich mach dir keine Sonne, ich mach mit dir, Rukia, kein Problem, ich mach mit dir, Rukia. Ich mach mit Rukia, ist gut, ist gut, ich kenne die Rukia. Und weißt du wie, ich besorg dir Kamelurin und schütte dir einen Liter da rein. Wow, 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 krass. Da kommt schon der böse Geist aus dir schon raus, mach dir keine Sonne, weil er das ertragen kann. Böse Geist kommt rein, Bruder. Nein, nein, ja genau, durch Kamelurin, da hast du auch wieder recht, schuldigung, hast du recht. Deswegen, du musst Weihwasser nehmen wenigstens, was Gutes. Ja, ich danke dir von Herzen, viel Spaß beim Kamelurin trinken. Ja, diese Leute sind so heftig, ganz arme Seelen. Das sind solche Leute, die der Islam sagt, man sollte sie dann dementsprechend nackentherapieren und dann auch kochen und essen. Das ist der, der betet nicht fünfmal am Tag, hat nichts mit dem Islam zu tun, gibt kein Sakjad, macht gar nichts. Der ist einfach nur Namensmoslem. Und das sind die Leute, die man dann dementsprechend dann kochen darf. Mmh, lecker, lecker. Mmh, lecker, lecker. Lecker, lecker, für euch alle. Assalamu alaikum, ich bin Abdullah Abdullah. Abdullah, was ist er, wie geht's? Ey, ey, wie geht's? Ja, alhamdulilliezus, wie geht's dir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ja, perfekt. Wo bist du, wo bist du? Warum keine Videos mit ABK, habibi? Ja, warte, ich zeig dir. Guck mal, wie gefällt dir dieses Video? Warte kurz, diese. Mir gefällt dir dieses Video. Wie gefällt dir das? Majid, hör auf, mir Anfragen zu schicken. Das ist lächerlich, ich hab keine Lust auf sowas. Entweder antwortest du wie ein vernünftiger Junge und sagst, ob dein Prophet unter schwarzer Magie stand oder du kommst hier nicht rein. Oder du kommst hier nicht rein. Genau. Oder du kommst hier nicht rein. Das geht nicht in meine Birne rein. Da haben wir einmal ein blondes Mädchen, eine blonde Frau, die sagt, ich habe im Islam keinen Fehler gefunden. Der Koran ist perfekt. Trägt weder Hijab noch Niqab und predigt einfach so mit Aura zeigen und so. Obwohl diese Religion nachweislich sehr, sehr unterdrückerisch für Frauen ist. Und dann haben wir noch so einen Prediger, der hier die Jugendlichen predigt und dann auch noch den Muslimas beibringen will, wie man sich Islamkomfort benimmt und sich auch Scharia-mäßig anzieht. Aber selber hält er sich an gar nichts. Hängt in irgendwelchen Cafés ab, trägt die Seiten auf Null. Geht in Kirmes, wo Alkohol ausgeschenkt wird und so, Sinner gemacht wird und was weiß ich was. Habt ihr was Krankeres als das gesehen? Ich weiß nicht, die Muslime sagen ja gar nichts mehr dazu. Das ist denen völlig egal. Danke. Ja genau, kein Mensch ist perfekt. Aber dann sollte er erstmal an sich selber arbeiten. Aufhören seine Seiten auf Null. Und zwar wird seine Religion das so befehlt. Und dann kann er den Leuten sagen, wie sie sich anzuziehen haben. Nein, das ist so Muslim. Oder nicht? Ist das nicht richtig? Das geht ab, Muslim. Warte mal ganz kurz. Wenn du dich schon dahin stellst und den Frauen Anweisungen gibst, wie die sich anzuziehen haben nach Scharia, wie kann es sein, dass du selber nicht Scharia-konform aussiehst? Wie denn? Wer nimmt dich denn ernst? Deswegen habe ich gesagt, ein Abu Dhabar, ein Pier Vogel, die können das sagen. Da kann man doch sagen, ja gut, die nehmen ihre Religion ein wenig noch ernst. Aber das ist ja krank, das ist ja verstörend. So, bitte. Was geht ab? Alles klar? Nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke. Ich wollte mal fragen. Ich wollte mal fragen. Armin, werde bitte Politiker. Ich wähle für dich. Wählt für mich. Ich mache Deutschland gesund und stark. Nicht gut. Euer Doktor Scheer, aber mir bringt wieder alles ins Lot. Alles. Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt. Ich höre dich. Ich höre dich. Was kann ich für sie tun? Du magst dir so Moslems ärgern, oder? Du machst es ja ziemlich gut. Ärgern? Dein Content ist ja nur dafür, dass du uns ärgerst. Also die meisten. Also mich kann ich so nicht ärgern. Das hat nichts mit Ärgern zu tun. Ich reagiere nur auf das, was ihr da von euch gebt. Und sage den Leuten, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Das hat ja gar nichts mehr mit einer Religion, die von Gott kommt, zu tun. Das hat ja was mit Zwangsstörungen zu tun. Du hast die Leute sich mal darüber gedenken. Das ist ja egal. Ich wollte nur sagen, heutzutage juckt es eh niemanden, was du sagst. Aber ich denke schon, dass das jemand genau dich gibt. Du bist ja hier drin. Merkst du nicht? Das tut dir nicht weh. Nee, ich will dir nur was sagen. Wenn es dich nicht interessieren würde, dann würdest du ja nicht hier reinkommen. Richtig? Nee, ich will nur meine Meinung sagen, wer nicht. Ich habe nicht so viel zu reden. Ja, guck mal. Ich zeige dir meine Meinung. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Armin vom Präsident. Ja, es sind viele. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte dir nur sagen, dass du der größte Lutscher bist. Passt mal auch auf deine Beschreibung. Siehst du, so ist das. Sag nochmal. Du bist ein Lutscher. Ja, deswegen musst du in den Spiegel gucken und das nochmal sagen. Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Du solltest du nicht mehr so viel Honig trinken oder? Ja, du solltest auf jeden Fall viel Honig trinken gepaart mit Kamel, Urin und Milch. Also das hilft sehr gut. Das ist super. Das wollte ich werden. Ich danke dir. Ja, ich danke dir, ich danke dir, dass du dabei warst. Nächstes Mal habe ich meine Praxenstunde wieder auf. Dann kannst du mir deine Superfragen stellen. Bis später. Okay, danke. Hallo, Fiesmann. Amir, hörst du oft den Erkern, den Muslimen Erkern oder welcher Muslim war das denn jetzt? Wer meint denn, du sollst mit den Muslimen Erkern? Entweder. Ach, den Muslimen Erkern oder Erkern? Erkern. Du magst die Muslime Erkern? Du magst die Muslime Erkern. Erkern, ja. Du magst auch Erkern und die Muslime oder nicht? Reza, hast du das gehört, was diese Plotide da kommt? Hallo, ihr Lieber. Ich wollte es sehen. Ja, das ist heftig, dass Mohamed sich komplett die ganzen Klamotten gelb gefärbt hat, seine Haare, alles ist heftig. Reza, ich meine, diese Plotide, diese Plotide, diese Plotide, die gesagt hat, ich sehe, ich habe keine Fehler, der Koran ist perfekt. Ach so, Hannah Hansen, weißt du, wer das ist? Das ist eine Promi, die ist von der Elite. Das ist, ja, das ist eine Frau, die war zeitlang über zehn Jahre, oder so einer der heftigsten, gebuchtesten, meist gehyptesten Haus-DJ-Frau und Kickbox-Weltmeisterin. Das ist eine Elite-Frau. Ja, natürlich. Wenn das diese DJ-in ist, Hannah Hansen, die Kickbox-Weltmeisterin, ja. Das ist so eine Elite-Frau. Ja, Hannah Hansen heißt... Hannah Hansen, genau. Das ist eine blonde Frau, die damals eben als Haus-DJ-Frau, also sehr bekannt war. Ja, sehr, sehr bekannt. Nimm jetzt. Ja, und die Elite hat die wahrscheinlich, der Satan hat die jetzt ins Rennen geschickt, durch ihre Reichweite und Bekanntschaft, weil die auch so modern ist. Und trotzdem ist das genau für die richtigen Muslimas jetzt. So ein bisschen schminke, ein bisschen Haare zeigen, ein bisschen McFit gehen und so trainieren, den Buddy, und dann mit Hannah Hansen zusammen Islam machen. Also so Gehirn gewaschen und Islam, da? Ja. Also Aslakinas plus Alhamdulillah. Alhamdulillah Aslakinas. Aslakinas Frankfurt mit Alhamdulillah. Ja. Ja, oben Allah, Kopf hoch und den Yallah. Alles auf. Also dann haben wir noch den einen Prediger, der sich die Haare seitlich auf null rasiert, überall so kontose, richtig schön gut, alles stylisch aussieht. Und dann den Muslimas sagen, die sich Islamkomfort benehmen und anziehen sollen. Also schau dir das mal an. Ja, das ist dieses typische Heuchel. Gut, das haben wir ja auch. Der Herr Jesus meint ja auch. Wir sollen auch nicht heucheln. Wenn du selber einen Balken in deinem eigenen Auge hast, dann hol den erst mal raus, damit du klar sehen kannst. Und dann erst kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester rausholen. Wenn du jetzt die Bibel lesen würdest, dann würde er durch den Heiligen Geist überführt werden, über sich nachdenken und zugehen, oh, der Herr Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Das ist der Geist Gottes. Der überführt mich gerade meiner sündigen Natur. So sieht das aus. Ja, aber weil er das nicht macht. Er selber hält sich nicht dran und sagt, die anderen sind es da mal zu sagen. Ja, genau. Das ist die pure Heuchelei. Das ist die Definition von Heuchelei. Heftig, wie der Rhein so über die Ufer kommt. Amir, wie das alles Hochwasser. Das ist heftig. Hallo, wer ist mit? Verschuldigung. Ich gucke nicht meine Sachen. Warte. Hallo. Hallo. Hört mich? Ja, hörst du mich? Ja. Ist das ab der Schule in Deutschland, Schulsystem? Und wo landen, also welche, oder wo landen die meisten Paketfahrer sind? Welchen Schulabschluss haben die meisten Paketfahrer in ihrem Leben? Abitur. Und die meisten Paketfahrer sprechen, das heißt, die sind seit ein, zwei Jahren in Deutschland. Oder die waren auf der Sonderschule. Du bist ein Paketfahrer und willst den Leuten etwas über das Leben beibringen. Das heißt, die ist die größte Schicht in Deutschland. Ja. Da musst du dir mal vorstellen, da musst du dir mal vorstellen. Guck dir das mal bitte an. Ein Paketfahrer, der mehr Ahnung hat über eine Weltreligion, über die 99 Prozent, die hier lebenden Muslime nicht Ahnung haben. Das musst du dir mal geben. Wie peinlich das ist. Wenn das so ist, wie du das sagst, dass ich ein Paketfahrer bin, ist das nicht unangenehm? Zieh dich hier raus, ey. Du ekelhaft. Was war denn der Mohammed, wo er bei Aisha, bei Aisha, bei Khadija eingestellt war? Was hat der denn hin und her gefahren für Aisha? Für Khadija? Für Khadija, ja genau. Das hat er vergessen, der gute Mann. Er hat gerade seine eigenen Propheten beleidigt. Ja, ein Analphabet, schau dir das mal an. Ein Analphabet, der Paketen hin und her gefahren hat, für eine 40-jährige, selbstständige Frau namens Khadija. Unfassbar. Du Sonderschüler, du. Du Sondervoll. Darüber denken die nicht nach. Darüber denken die nicht nach. Du Sondervoll. Zerstört gerade seine eigenen Propheten, vor allem Leute. So sieht's aus. Das wollte ich auch noch ein bisschen, aber ich wollte mir das nicht mehr geben. Ja. Hallo? Ach nee, der ist aber Dings. Unglaublich. Ich kann ja wenigstens lesen und schreiben. Ich bin wenigstens schlauer als Mohammed, oder? Wir alle sind auf jeden Fall schlauer als der jagende Prophet. Das ist doch krass. Die meisten Propheten waren einfache Menschen. Der zerstört gerade seine ganze Religion, die ganze Glaubenshelden. Abraham. Was waren das? Waren das Ärzte und Ingenieure? Ich denke, die verstehen nicht, was sie da für eine Zerstörung anrichten. In ihrem eigenen Glauben. Er hat gerade seinen eigenen Glauben komplett entgefügt. Er nimmt seine Religion von einem Analphabet. Dann schau dir das mal an. Und lacht über anderen Fabien. Das ist so cool, dass du immer weiter reinkommst. Das ist, wenn die Leute sich nicht eine Sekunde... Diese Menschen denken nicht eine Sekunde über etwas nach. Die existieren einfach nur. Die reden etwas und dann denken die darüber nach. 20 Stunden später. Kennst du Dick und Doof, die Serie, Amir? Dick und Doof. Da ist ja dieser Dünne da, der Doove. Dem fällt das auf den Kopf. Und zwei Stunden später fällt es ihm auf, dass er vor zwei Stunden etwas auf den Kopf gekriegt hat und Schmerzen hat. Auf einmal packt er sich am Kopf. Aber in zwei Stunden. Ja. Das ist so krass. Das ist so krass. Wie der Satan sich über die Menschen kaputtlacht durch solche Filme. Lachte sich ins Feustige über die Menschen. Wer kann denn jemanden ernst nehmen, der unter Illusionen stand und sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es in Wahrheit niemals getan hat? Was ist das denn für ein Verhalten? Wer sagt? Ja, weil er ja damals unter Mindcontrol, über den schwarzen Magiestand, durch Verhexerei. Das heißt, sein Verstand war komplett ausgeschaltet durch eine dämonische Besessenheit, durch dämonische Macht. Wahnsinn. Ja, der wurde geführt, ferngesteuert. Absolut. Absolut. Die Muslime müssen sich darüber gelangt machen. Überlegen gut, was du immer sagst. Ja. Es kann gegen dich verwendet werden. Ganz schnell. Es kann gegen dich verwendet werden. Vor Gericht. Alles, was sie sagen, die Mann und den Krieg sind verwendet worden. Vor dem Anwalt, vor dem Staatsanwalt Abu Amir, Doktor Abu Amir. Oh, sieht's aus. Und seinem Großstaatsanwalt-Partner Abu Hetzerei Reza. Wahnsinn. Wahnsinn. Ex-Muslim und Partner. Ganz leid. Die Kanzlei hat die Kanzlei. Die Kanzlei hat die Kanzlei getan. Hetz-Muslim und Partner. Das ist so krank. Ex-Muslim und Hetz-Partner. Ja, das geht mir nicht aus. Ja, das geht mir auch ein bisschen. Man hat sowas vorkrein, als ein Argument. Das ist so krank. Ja, die Muslime haben natürlich nicht den Heiligen Geist. Wir müssen immer davon ausgehen, dass der Moslem nicht den Heiligen Geist hat. Das heißt, er redet nur aus seiner eigenen fleischlichen Natur, aus seinem eigenen Geist. Ich habe mal eine Frage bezüglich das ewige Leben, also im Christentum und im Islam. Bei uns im Christentum ist es halt so, dass wir einen neuen Körper kriegen, einen geistlichen Körper, oder wie man das jetzt sagt. Wir wissen das eigentlich, also zum Beispiel, ich bin jetzt Vater, ich glaube an Gott, ich komme da im Himmel, und mein Sohn ist zum Beispiel jetzt anders gläubig, und der kommt in die Hölle, und diesen Schmerz, den spüren wir ja nicht, wenn wir im Himmel sind mit dem Gott, wie es ist eigentlich mit dem Islam. Wenn es dort auch irgendwie so erklärt, wenn die Kinder von denen, ich bin mega aufgeregt, wenn die zum Beispiel jetzt nicht mit den eigenen Eltern oben sind, oder sowas. Wenn die was, der Noah, der letzte Satz? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Moslem wäre, Muslim, und mein Sohn ist nicht mit mir oben bei Allah, spüre ich eigentlich diesen Schmerz, dass mein Sohn nicht bei mir ist, das ist also leid, denke ich, ach so, und was der Islam dazu sagt, dass da, da weiß ich, da habe ich kein tieferes Wissen vielleicht da haben hier. Nein, also du wirst dann auch nie wieder, ähm, dass dieses Verlangen, oder dieses Spüren, dann zum Anleitung erwarten haben, aber es sei denn, wenn du dein Wettbewerb eine März-Operation machst, so sagt dir, Mohammed, bei dem ersten Punkt, der aus deinem Körper rausgeschossen hat, werden wir alle dann die Sünden vergeben, wer es bewahrt wurde, äh, äh, mit dem Schrafen im Graf, äh, hier wird die Krone der Ehre auf den Kopf gesetzt, deine 72 Stunden vorne werden hingegeben, dein Platz im Paradies, mit dem sicher gemacht werden, äh, das ist mir schon klar, also bei mir war es halt nur so, die Frage wegen, zum Beispiel meine eigenen Kinder, wenn ich zum Beispiel jetzt rum wäre, und die wäre nicht rum, und dann würde halt dieses Leiden, weist dich ein, halt nur, wann wir sein gut, was wir nicht tun. Ja, nee, wenn wir ein, wenn, äh, ich sag mal, wenn wir ein Rumpeter, ist ja sowieso das ganze Gefühl, und das ganze, alles wieder weg, und, äh, wer ist dann halt bereit, von mir zu berichten, oder halt, zu mir gedeben, wer es ja auch ein Neuen verstanden hat, was kann man sich nicht vorstellen, wenn ich den Punkt jetzt mache. Okay. Ja gut, ähm, das war's natürlich, dann von meiner Seite auch. Aus, ähm, mach weiter so, echt ein tolles, echt gut war's hier darüber. Gott sei Dank. Ja, klar. Ja, klar. Leute, wir müssen tippen. 1, 2, 1, jetzt, jetzt, komm. Alles, alles zusammen, alles mal neu. Genau, Leute, führt die Hetze in die Tiefen der Gesellschaft. In jedem Haushalt. Alle Haushalte der Welt müssen mit der Hetze erreicht werden. Hetzkampagne 2024. Sag mal, dein Dix, kommst du. Ex-Machim, bester Mann. Was? Du bist bester Mann. Ja, alle erinnern an, wie du es küsst. Was kann ich für dich tun? Ich küsse deinen Schnurrbart. Du küsst meinen Schnurrbart? Auch nicht schlecht. Vielen Dank, dass du meinen Schnurrbart küsst. Mach, schau mal, du siehst so gut aus. Willst du auch den Schnurrbart von meinem Bruder küssen? Ich will den Vollbart lecken. Ehrlich? Das ist heftig. Ist er. Der will sein Schnurrbart und sein Vollbart lecken. Ist er. Ja, ich verkaufe. Also, ich würde jetzt heute abrasieren, das Ding, du musst mir deine Adresse geben, überweist du mir ein bisschen Geld, dann schicke ich dir das. Ehrlich? Ich? Ja. Ich meinte nur von den Ex-Muslimen von hier. Ja, doch. Ich bin auch Ex-Muslim. So, ein Ex-Muslim. Der ist Ferrari, aber ein Porsche ist ja auch gut. Der Ex-Muslim ist zum Beispiel Ferrari, ich bin zum Beispiel Porsche. Aber Porsche ist er auch gut. Ex-Muslim, was fährst du für ein Auto? Ich fahre ein Porsche. Ehrlich? Porsche, Ferrari, das ist ja so eine Kombination. Ein Pferd, ein Opel Aventador. Ein Pferd beflügelt und ein Pferd von einem links und eine Rattung. Der fährt ein Opel Aventador. Opel Aventador, genau. Ich muss den Hanschen mal fragen. Ja, was denn? Hättest du es auch vor, zum Judentum zu konvertieren? Nein, ich nicht. Du kannst nur als Jude geboren werden. Also, geht es wirklich nicht? Das geht nicht. Du kannst nicht zum Judentum. Wohin fährst du? Zu meiner neuen Fabrik, wo der Kamelurin-Flavor auf mich wartet, damit ich den euch gebe. Oh. Ja. Oh. Oh. Das ist ein Gläubiges. Kamelurin-Flavor. What's your flavor? Der war gut, ne? Ich habe gesagt, what's your flavor? Tell me, what's your flavor? Ja, genau. Ja, ich habe ja, ich habe noch ein, ich habe noch einen Gläubiges an. von diesem Megapädo da, was momentan ein Riesenskandal ist. Die Liste wurde jetzt veröffentlicht, die ganzen Elite-Namen. Mit Jeffrey Epstein, genau. Und da sind Amir, die gesamte Elite, was die Menschen lieb haben, ihre ganzen Lieblinge, sind auf dieser Liste. Die sind jetzt alle am Ende, Michael Jackson. Dann sagen die Leute, von dem hätte ich es nicht gedacht. Von allen anderen ja, aber mein Liebling Meiner, nein. Meiner macht sowas nicht. Die Lieblinge von den anderen Leuten machen sowas. Ja, aber mein Liebling nicht. Meiner ist ganz anders. Kennst du, meiner ist anders? Ja, ja. Meiner ist ganz anders. Stephen Hawking? Und jetzt sind die alle hier schön. Ja, auch. Ja, natürlich. Stephen Hawking, der kennt sich nicht. Was habt ihr denn gemacht? Ja, man kann auch dem was tun. Schönes. Ein Kind kann auch dem auch was Schönes tun. Ja, von den Leuten, die so richtig nett und lieb und gebildet und die Menschen, wo sie, wo die Menschen eben total geliebt haben, ups, auf einmal sind diese Menschen doch ganz heftige Bestien, die sich nach außen so nett gezeigt haben. Richtig? Aber da war doch jemand vor sieben Jahren, der diese Dinge ans Tageslicht gemacht hat und die Leute wollten ihm nicht glauben. Richtig? Da war doch ein Rese Arapour, wo 90 Prozent der sogenannten Christenheit gedacht haben, ach, der übertreibt. Das ist Quatsch. Jeder von diesen sogenannten Christendarstellern, der damals meine Arbeit gesehen hat und es ignoriert hat, ist verantwortlich für jedes Kind, was in diesen sieben Jahren auf Jeffrey Epstein Island missbraucht wurde von dieser Elite. Und wenn es zum, also es kommt ja zum Gericht mit dem Herrn Jesus am Ende, werde ich diese Leute richten. Jeden Einzelnen, inklusive dieser Haufen TTTV. Jeder wird drankommen. Vor allen Dingen diese Christendarsteller. In diesen warmen Brüdergemeinden zum Beispiel. Die werde ich schön richten. Die sind verantwortlich für das Leid, was den Kindern seit sieben Jahren, seit meinem Vortrag, angetan wurde. Ich habe es den Leuten vor die Augen gestellt. Ich habe es bewiesen. Hundertfach habe ich es bewiesen. Und die Leute wollten nicht auf mich hören. Jetzt nach sieben Jahren kommt das alles als Tageslicht, dass ich recht hatte mit dem, was ich getan habe. Und auf einmal sind die sogenannte Christenheit geschockt und diese Menschen da draußen, die auch meinen Vortrag belächelt haben. Aber es wird ein Gericht geben und es wird eine Gerechtigkeit geben. Es werden die Leute zur Rechenschaft gezogen. Die, die gelacht haben, die werden in der Ewigkeit nicht mehr lachen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt ganz, ganz normal. Die Liste ist jetzt für jeden einsehbar. Die Sachen sind jetzt öffentlich. Jetzt kann keiner mehr sagen, oh, der Reza, der mit seiner Elite, Satan, Kindesmissbrauch und so weiter. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das öffentlich. Aber die schaffen es doch immer noch zu sagen, nein, das ist Quatsch, so etwas gibt es nicht. Die schaffen das, die Leute. Den Kopf so tief in den Sand zu stecken. Die Manipulation ist ja demenspessend. Du kannst es denn hören, du weißt, was? Ja, das heißt, den Menschen ist völlig egal, den Leuten ist es völlig egal, ob der Kinder, da habe ich es gehofft, denn wirklich. Wer hat es denn? Also vor allem die von den sogenannten Christen. Der Asis ist schon wieder in den Nizza, der Kamen und Frieden. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Der Kamen und Frieden, ich liebe Kamen und Frieden, ich will Kamen und Frieden den ganzen Tag kriegen. Ja, das ist ein Moslem, der eben sich nicht schäbt für seine Religion und seine Propheten liebt. Das ist kein Problem, das ist gut. Der ist kein Heuchler. Was? Jetzt musst du den Rest auch noch umsetzen. Sechsjährige heiraten, Dschihad machen, Sklavinnen und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Und Mohammed hat gesagt, wer es unternimmt, für Allahs Sache zu kämpfen, also vital, kam zu suchen, nacken zu therapieren, ist so, als wäre er 60 Jahre lang nach Nui spät. Und so weiter. die Hassanat für 60 Jahre lang kriegst du dann als belohnt. Kein Kujar in den der Allahs Sache dann in der Welt. Und das ist eben so gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Weil wenn du auf einmal glaubst, dass das richtig ist, dann wirst du für eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft. Du wirst so eine Tick in der Zeit bumme, wenn du da an diese Schriften glaubst und das umsetzen möchtest. Sofort wirst du eine Gefahr für die Gesellschaft. und musst du unter Beobachtung gestellt werden. Das ist unglaublich. Die verstehen das nicht, was der Islam ist und wie gefährlich das alles ist. Ja, derjenige, der heute noch friedlicher Mensch war, mit seinem Nachbar friedlich zusammengelebt hat und auf einmal morgen zu einem gewaltbereiten Islamisten wird, auf einmal von heute auf morgen. Da verstehen die Leute nicht, warum das so ist. Ja, man muss einfach die Schriften aufschlagen. Man muss einfach die Schriften des Islams aufschlagen und schauen, ob da der Hund begraben liegt in den Schriften, ob da der Grund für seines abrupten Umwandel in seinem Geist eventuell doch in den Schriften des Islams niederliegt. Aber da sind die auf einmal nicht dazu in der Lage, mal auf den Grund zu gehen, den Dingen. Das waren die meisten, die sie eh sagen, dass die Schriften zufrieden ist. Und das ist das Problem, was wir haben. Das ist das. Ja, der muss, der Muslim, der muss nur von einmal von Shisha-Bar wegkommen und dann sich mit dem Koran auseinandersetzen, Suche 9 Vers 111 lesen und dann daran glauben. Dann ist es vorbei. Da haben wir einen potenziellen gefährlichen Menschen um uns herum. Das heißt, solange die Muslime abgelenkt sind durch Shisha-Bar, Diskos und so weiter, haben wir keine Gefahr. Sobald aber die Muslime von den Shisha-Bars und von Diskos und so weiter wegkommen und sich mit ihrer Religion beschäftigen, da haben wir ein Riesenproblem. Da haben wir auf einmal, da können wir uns warm anziehen. Da werden die Diskos leer sein, aber die Friedhöfe, die werden voll sein, immer voller werden. Gnade den Menschen dann Gott. Gott sei Dank sind 99,99% der Muslime mit Shisha, mit Disco und so was da beschäftigt. Stellt euch mal vor, 99,9% der Muslime würden auf einmal Koran studieren und die Hadithe, das Leben des Propheten Mohammed, was da passieren würde mit der Welt, mit den Menschen. Stellt euch das mal vor, das ist wunderschön, und dass die Muslime in den Shisha-Bars abhängen und in den Diskos. Da können wir nur frei noch atmen und das Evangelium verkünden. Hallo, mein lieber Bruder Paulus. Ja, bitte. Ich kann nur ganz kurz, ich wollte etwas sagen, sehr wichtig, guck mal, Armin, hör mal auf, du weißt, was krass ist, bei dieser Liste, da hat sich sogar noch aufgefasst, der Sohn, der Prinz-Empel, der dabei hat im Korn hier noch gemacht, mit Minderjährigen. Ach, du hast du dir? Ja, 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 Prinz Andrew ist schon längst bekannt, ja, es war schon vor Jahren, dass Prinz Andrew auch in Kindes-Sex-Kandale verwickelt ist. Auf der Insel hat er das gemacht, das ist so richtig heftig. Ja. Das kann es dir niemandem erzählen. Ich habe ja in meinem Vortrag damals all diese Dinge belegt, aber die Leute wollten nicht drauf hören. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt müssen sie ja, weil das ist jetzt öffentlich, da musst du jetzt zugeben, okay, Reza hatte recht, wir waren dumm, wir waren gehirnverschissen, Reza war uns überlegen. Reza hatte recht. Das wollte ich nur kurz sagen, ich gehe wieder wieder runter und ich sehe. Nein, alles gut, mein Lieber. Das ist doch kein Problem zu sagen, mein Gehirn war verschissen und Reza war mir überlegen, hundertfach. Wo ist das Problem? Die ganze Zeit schon. Aber jetzt können sie es ja nicht mehr, jetzt müssen sie es ja zugeben, jetzt ist er öffentlich. Das ist ja Fakt. Das hat jetzt mit Reza nichts zu tun, oder? Ja, aber das ist das Problem. So. Hallo? Boah, ist das heftig, wie das rauscht. Ghost, was ist denn? Warum hast du dich stumm gemacht? Hallo? Also, ich melde mich später. Ja, mein Bruder hat absolut recht, wenn die Muslime nur wenn die Muslime rauskommen würden aus der Shisha-Bar und anfangen würden, auf einmal den Islam ernst zu nehmen, dann haben wir morgen unfassbar. Gott sei Dank um jeden, der da noch in der Shisha-Bar ist und sich nicht mit dieser Religion beschäftigt. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Wie bösartig. Wie bösartig. Ich zeige euch mal was. Warte mal. Das ist so krank. So verstörend. Wo finden wir das? Das ist in Sunan Abi Dawood. Das ist in Sunan Abi Dawood. Masood hat uns erzählt und er war uns im Hadith vertrauenswürdig. Als der Prophet deinen Vater nackentherapieren wollte, sagte er, wer wird für meine Kinder sorgen? Er antwortete, das Feuer. Mohammed sagte, das Feuer wird sich um deine Kinder kümmern. Hört sich an wie Isis, ne? Ich wünsche für dich, dass der gesamte Allah es dich wünschte. Klassifiziert als Sahih. Korrekt. Unglaublich. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und sei in Sicherheit oder stimmen Sie der Zahlung der Jizia zu und Sie und Ihr Volk werden unter unserem Schutz stehen. Andernfalls sind Sie selbst für die Folgen verantwortlich, denn ich bringe die Männer, die den Tod genauso sehnsüchtig wünschen, wie Sie das Leben. Das ist Islam. Islam heißt unterwerf dich, er gib dich, sonst komme ich dann zu dir. Hier, wegen euch Euro-Muslimen passiert diese ganze Wahnsinn weltweit. Wenn ihr nicht in der Lage seid, einmal euer Gehirn zu benutzen, um herauszufinden, warum der Islam stand, das macht was er macht. Also verstehst du das? Die sagen, ja, Islam bedeutet Unterwerfung vor Gott. Nein, Islam bedeutet unterwirf dich, sonst komme ich zu dir. So eine Unterwerfung. Eine aktive Unterdrückung, ja. Nicht eine freiwillige, passive Unterwerfung, friedliche, nein. Es gibt zwei Arten von Unterwerfung. Einer, der freiwillig sich unterwirft, ohne gezwungen zu sein. Und dann einmal unterwerf dich, sonst unterwerfe ich dich. Er gib dich, komm erhobenen Händen raus. Ja. Ja. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Omar Ebenan Rathab sagte, rufe die Menschen zu Gott. Diejenigen, die ihrem Ruf folgen, nehmen ihn an. Aber diejenigen, die sich weigern, müssen aus Demütigung und Demut die Kopfsteuer zahlen. Wenn sie dies ablehnen, ist es das Schwert ohne Nachsicht. Möchte Gott im Hinblick auf das, was dir anvertraut wurde. Als der Pastor erobert hat, hat er das in seinem Friedensleben. Wahnsinn. Ja, ja, genau. Das ist Islam. Suche 9, Vers 29. Entweder ihr unterwerft euch den Islam oder ihr bezahlt Schutzsteuer, also wie nennt man das? Schussgeld. Schussgeld, Schussgeld für euer Leben oder Schwert. Oder es wird gekämpft. Es gibt Krieg. Und dann erobern, erobern, erobern. Gewalttätig. Was sagt denn Abu Bakr? Sie, die Hosjo und sein Volk, sollten zum Islam konvertieren. Und dann sind sie in Sicherheit. Denn wenn sie es nicht tun, sollten sie wissen, dass ich mit meiner Armee von Männern zu ihnen gekommen bin, die den Tod lieben, wie sie das Leben lieben, Riza. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Entweder du kommst zu meiner Religion oder wir kommen mit Schwert zu dir. Das ist Islam. So hat sich der Islam ausgebreitet in der Welt. Das Schwert. Guck mal, guck mal, der arme, schreibt der Allah Akbar, weil er das weiß, dass das so ist. Boah, das ist so krank. Asis, bitte, komm, ich bitte dich. Du darfst nicht zu viel Kamelurin trinken, mein Lieber. Weniger davon, damit du dein Gehirn wieder benutzen kannst, ne? Hallo? Hallo. Wie alt bist du? Ich? Ja. Drei zu. Und du bist ja... Hab ich dich noch erwischt? Haha. Hey, du Fotzgesicht, wie geht's? Ach, wieder rede. Da musst du im Spiegel gucken, das nochmal sagen, mein Lieber. Ciao. Ja, sieht man eben das verhaltene Muskeln. Das ist... So tricken leider die meisten von denen, ja. Weg. Mit schlimmsten Schimpfwirten und so weiter. Das ist ein gutes Sieg. Ja, ich hab eine Frage. Also wir wissen ja, dass die Speisegebote aufgehoben sind. Abgesehen eben von dem Blut. Also, dass man nichts Blutiges essen sollte, richtig? Ja, genau. Vom Blut und Ersticktem soll man sich natürlich fernhalten, klar. Genau. Wie sieht das Ganze denn mit Götzenopferfleisch aus? Weil wir haben ja sehr, sehr viel Götzenopferfleisch im Umlauf hier, ne? Ja, aber es geht da bei diesem Götzenopferfleisch darum, dass du bei diesen Götzenopferungen nicht teilnimmst, an diesem Götzendienst, sondern das Fleisch an sich ist ja egal, du kannst alle Fleischarten essen, ne? Das Fleisch auf dem Markt, ohne zu untersuchen, essen. Alle Fleischsorten sind frei für den Christen. Nur sollen wir nicht an diesem Dienst, Götzendienst und diese Opferungen teilnehmen, ja? Wir sollen nicht am Tisch des Satans sitzen, sondern wir sitzen am Tisch des Herrn. Also wenn jemand dich einlässt, kommt zum Opferfest, zum Beispiel ein Muslim, sagst du dir, kommt zum Opferfest, danach essen wir auch. Da musst du ihn fragen, ja, aber das Opferfest, das ist zu eurem Gott, das ist Ehre zu eurem Gott, das kann ich nicht mitmachen. Aber gerne, wenn Fleisch übrig bleibt oder so, kann ich gerne das abholen. Und dann weiß der Muslim, ah, okay, an seinem Gottesdienst kann er nicht teilnehmen. Okay, damit hat er ein Problem, mit meiner Religion. Aber das Fleisch an sich ist neutral. Da kann er seinen Hunger stillen. Und dann unterscheidet er. Ja, fein säuberlich unterscheidet er. Verstehst du? Okay, danke dir, ich verstehe. Das hast du mich privat gefragt, ne? Ich kam leider noch nicht dazu, jeder zu beantworten. Verzeihung, ja, ja. Ich hatte so viel um die Ohren. Aber gut, dass du mich hier gefragt hast. Kommt immer, wenn ich es nicht zeitlich schaffe, privat zu antworten, dann kommt mal bitte hier live und stellt euch mal die Frage, damit ich das antworten kann. Okay, okay. Ja, danke, das war es auch schon. Gottes Willen. Alles. Jo. Jetzt sagen, jetzt sagen, da gibt es ja einige Muslime, die ja so gebunden sind, dass sie sagen, der Mohammed hat gesagt, die Kirchen kommen großen Diyad, wieder zurück zum kleinen Diyad. Nur, was die Gelehrten dazu sagen, die Ibn Taymiyyah, das sagt. Es gibt einen Hadith, der von einer Gruppe von Menschen überliefert wurde und gesagt, dass der Prophet nach der Schnapp von Kabuk sagte, wir sind vom Diyad, Astad, kleinerer Diyad, zum Diyad Akbar, größeren Diyad zurückgekehrt. Dieser Hadith hat keine Quelle. Niemand auf dem Gebiet des islamischen Wissens hat ihn überliefert. Der Diyad, glaube ich, ist die edelste aller Taten. Und darüber hinaus die wichtigste Tatsache ohne der Menschheit. Ja. Lassst du vorstellen, wie gefährlich solche Sachen sind, wenn die Muslime aus den Shishabas rauskommen und sowas hören und das glauben. Was glaubst du, wie gefährlich sowas ist? Reza. Schafi, guck mal, was der Imam Schafi sagt. Kionen von Muslime, oder Samritsen, weißt du das heute? Diyad bedeutet den Krieg gegen den Nicht-Muslime und leitet sich ethnologisch vom Wort Mujahada an. Was Krieg zur Etablierung der Religion bedeutet. Erstens, Diyad ist eine gemeinschaftliche Verpflichtung. Wenn die Menschen es erfolgreich durchzusetzen, ist es für andere nicht mehr verpflichtet. Der Kalif wird Krieg gegen Juden, Christen und zu Astriakrufe. Vorausgesetzt, er hat sie zum Islam eingeladen. Also, die müssen es vorher sagen. Nehmen wir den Islam an, sonst müssen wir gegeneinander kämpfen. Aslam, Aslam. Dem Islam im Glauben und in der Praxis beizutreten. Und wenn sie es nicht wollen, dann laden sie ein, in die soziale Ordnung, in den Islam einzutreten, indem sie die nicht-muslimische Kopfsteuer, Tizia, zahlen. Was die Bedeutung ihrer Zahlung ist, nicht das Geld selbst, sondern gleichzeitig darin bleiben ihre angestammte Religion. Und der Krieg geht weiter, bis sie Muslime werden oder die nicht-muslimische Kopfsteuer zahlen. Gemäß den Worten Allahs, des Allerhöchsten. Wenn es jedoch keine Kalifen gibt, es gibt keine Genehmigung, erfordert es. Vertrauen des Reisenden, klassischer Handbuch des islamischen Heiligenrechts und das Al-Saleh. Hanbalib wird, Imam Ibn-Odama sagt, der Dschihad wird in drei Situationen zur Fahrt und ein. Wenn die beiden Seiten im Kampf aufeinander treffen und sich einander nähern, wenn die Kufal ein Land betreten und den Dschihad wieder an sein Volk zum Fahrt eignet, wenn der Imam ein Volk zum Vorwärtsmarsch ordnet, ist er da zu verpflichten. Wahnsinn. Ja, nichts anderes ist der Surah 9, Vers 29, das ist ganz normal. Ja, und die Muslime, die in Europa fühlen, um ihren Muttern zu retten, wie Biervogel, Abu'l-Bahra, ohne es bis raus. Ja, weil eben Bürgergeld viel wichtiger ist als Allah. Die würden Bürgergeld und sowas nie aufgeben. Kindergeld, Bürgergeld, das ist sehr, sehr wichtig alles. Das ist der wahre Gott. Bürgergeld und Kindergeld. Mama Merkel. Mama Merkel ist der wahre Gott. Alhamdul Merkel. Was sagt denn Ibn Hatam al-Azgalani? Dieses Sprichwort zweitverbreitung, das ist ein Ausdruck von Ibrahim Ibn Habla, gemäß Nisai al-Qunna, Khazali erbindes in Afriya, Al-Iraqen sagte, dass Bayhari es auf gutem Autorität in Afriya erzielt hat, und sagte, dort ist es nicht in der Lieblingskette. Und was steht hier weiter? Bayhari, die Erzählerkette ist schwach. Ibn Hajjah sagte, dass sie Ausspruch, Ibrahim, ach so, okay, der kleine Jihad zum großen Jihad. Okay, das ist also schwach. Vom großen Jihad zum kleinen Jihad. Wurde Gefahr, oh gesandte Allahs. Wer von den Menschen ist der vorzüglichste. Wahnsinn. Hier haben wir es. Eine Stunde lang in den Reihen der Schlacht zu stehen, ist besser, als 60 Jahre lang im Gebet zu stehen. Wo steht das? Sahih, überliefert von Ibn Adi und Ibn Ashaqir aus Abu Hurayda, Band 4, Hadith Nummer 6165. Sahih al-Jami, al-Sahir, Hadith Nummer 4305. Sehr, 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 sehr schlimm. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ey Amir, das mit Said und Zeynep ist auch schwach. Da habt ihr gerade Fatwa gelesen. Ne, das ist die Interpretation von Al-Kurto, die ist nicht schwach. Muslime schämen sich im Grund und Boden. Fliegt Rieser gerade einen Burak? Ja, natürlich, der ist immer dabei, einen Burak zu fliegen. Rieser macht es nichts lieber, als mit Burak rumzufliegen. Man ist umweltfreundlich. Elektro ist ja schon auch bald vorbei. Sehr genau. Und das ist der neue Elektro-Wagen. Ohne Energieverlust, nur Grasfressen. Ohne die Umwelt zu verpisten. Rieser ja auch so viel mit Burak. Besser als Wasserstoff. Rieser. Alhamdulillah, Merkel. Und da haben sie wieder. Abendessen. Kein sein. 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 Wobei auch das mit Burakam, ihr weißt ja, das ist ja auch gestohlen von der Bibel. Wir kommen ja auch mit Pferden, das kommen ja auch vom Himmel wieder runter, auf diesen sogenannten Cherubims. Das sind Pferdeartige Wesen, die eben durch Raum und Zeit gehen können. Und dieser Burak, da mit Mohammed, ist auch wieder eine Geschichte, was wieder von der Bibel gestohlen wurde. Da kommen wir mit dem Herrn Jesus zurück vom Himmel runter, am Ende der Apokalypse, um Israel zu retten und das tausendjährige Friedensreich zu errichten. Wahnsinn, wie heftig ist das hier. Die meisten Muslime wissen ja nicht, was die Entrückung ist. Die ganzen Atheisten und so, keiner hat eine Vorstellung davon, eine Ahnung davon, was auf dem Spiel steht demnächst mit der Entrückung. Dass der Herr Jesus seine wahren Diener, Gläubigen, Wiedergeborenen heimholt. Und in einem Augenblick zu sich holt, in den Himmel und der Rest eben in die Apokalypse. Halleluja. Und wenn die dieses Wunder verpassen, dann ist es vorbei. Antreten, Lissala, musst du antreten. Musst du antreten. Ich mach dich mal auf stumm. Das ist auch der berühmteste Hadith. Allahs Apostel sagte mir, wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, niemand außer Allah hat das Recht, angebetet zu werden. Und wenn sie das sagen, beten wie unsere Gebete, sich unsere Kibla stellen und schlachten, während wir schlachten, dann werden ihr Blut und ihr Eigentum für uns heilig sein. Und wir werden sie nur auf legalem Wege stören und ihre Abrechnung wird bei Allah sein. Maimon Ibn Siyah berichtete, dass er Anas bin Madik fragte, o Abu Hamza, was machen das Leben und Eigentum eines Menschen heilig? Er antwortete, wer auch immer sagt, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Heftig, ne? Also, wenn ihr nicht die Schahada ausspricht, ist euer Blut halal. Absolut krank, ne? Absolut krank. Und zu millionenfach sind sie hier in Europa. Zu millionenfach. Daher wundert mich das, dass die Leute... Weißt du, wie viele Hamas-Krieger und so weiter jetzt nach Europa geflüchtet sind, die hier unter uns leben? Diese Hamas-Terroristen und so weiter. Diese Mujahedin von Hamas. Die sind alle hier untergetaucht. Ja, dann hat die europäische Bevölkerung bald eine sehr schöne Zeit vor sich. Hadith 387. Saibukhari, Band 1, Buch 2, Hadith 24. Da war doch dieser eine Typ da, der auch Videos gemacht hat damals, so ein Islamist. Und dann war der kurze Zeit später dann in Syrien bei ISIS und dann hat er so Exekutionsvideos dann hier nach Deutschland rüber geschickt. Wer war das denn? Ich glaube, dieser Ägypter oder was, ne? Ja, kann sein. Der, der dieses berühmte Video gemacht hat. Der Mutte meinte, ja, der Befehlswumpf 27 Mal kommt das TOTN im Koran vor. Ah, wir sind stolz drauf. Wir sind stolz drauf, genau. Der war noch in Deutschland. Und dann auf einmal ist er rübergegangen. Der war der härteste von allen hier in Deutschland. Der hat wenigstens kein Blatt irgendwo bei dem Mund genommen. Ja, genau. Und solche Leute sind ja auch in Deutschland. Mohammed Mahmoud ist er. Mohammed Mahmoud, ja. Ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist. Er ist tot, er ist tot. Ehrlich? Naja, natürlich. Er ist am 28. November 2018 in Syrien gestorben. Ja, das ist das Ende Karriere. Ja, das ist, wenn man verführt wird. Das ist die Verführung. Ewige Hölle jetzt plus Menschen hier halt wehgetan. Das passiert, wenn du geistig verführt wirst. Heftig. Und die Leute unterschätzen die Macht des Satans hier auf der Erde. Die wissen nicht, dass wir in seinem Machtbereich sind. Wir sind gefallen vom Paradies in seinem Bereich hier auf der Erde, wo er mit seinen Dämonen das Sagen hat und wo er diesen Zeitgeist, diesen Weltgeist führt. Das ist so wie beim weißen Hai im Meer. Wenn du ins Meer springst, also wenn du reinspringst ins Meer, da bist du in dem Machtbereich des weißen Haars. Der hat Macht über ihn. Der kann mit dir machen, was er will. Aber wenn du aus dem Wasser rauskommst und er ans Ufer kommt, dann hast du Macht über ihn. Du kannst ihn auslachen. Ja, wir sind in seinem Machtbereich, wo er ihm das Sagen hat. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Keiner von den Leuten geht einfach so nach Südafrika, wo die meisten weiße Haie rumschwimmen und springt da rein und sagt, hehehehe. Ja, hehehe. Danke, Oli. So sind die Menschen, wenn die hier auf der Erde geboren werden. Die denken hier, die kommen in einen Machtbereich, wo alles schön ist, wo alles gut ist. Ja, sie unterschätzen Satan und seine Macht, seine Erde. Ja, natürlich. Das ist hochgefährlich. Da wartet der Adolf mit seinem nationalsozialistischen Gedankengut auf dich, um dich zu verführen, um schlimme Sachen zu tun. Der Stalin und seinen linksfaschistoide Sozialismus, Kommunismus wartet auf dich. Wenn du nicht auf den einen stehst, dann wird er dich mit dem anderen Fangarm packen. Fangen. Mit Nordkorea zum Beispiel jetzt. Mit der kommunistischen Ideologie Nordkorea. So, dass du Christen verfolgst, weil die eine Bibel haben. Dass du Christen hast. Aldo, hallo? Wer ist mit dir? Ich höre dich, ja. Okay. Ja, bitte. Nein, ich habe keine Frage, danke. Warum bist du hochgekommen? Nein, ich bin da unabsichtlich. Ich bin da das erste Mal und ich komme da noch nicht zu Hause. Entschuldigen. Alles klar, Gottes Segen. Mach's gut. Dir auch, danke dir. Tschüss. Ja, der Satan wartet dann halt mit seinen ganzen Fangarben, Kommunismus, Faschismus und all diese ganzen Ideologien, um dich zu fangen. Irgendeine Ideologie wirst du gefangen. 12.30 Uhr. Ja, wunderschönen guten Tag, Amir. Wie geht's dir, mein Bester? Danke, gut. Und dir Gott sei Dankeschön. Dankeschön. Möge Allah uns alle gerecht leiten. Also, Bruder, wie geht was? Ey, vergiss das nicht. Ein Somniter am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Samilurin am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Morgen halb zehn um Deutschland. Morgen halb zehn um Deutschland. Wie Kamelurin. Kennst du diese Werbung damals? Morgen halb zehn um Deutschland. Also Leute, wenn ihr eingibt, Fashion 20, gibt es 20% Rabatt auf Kamelurin, ja? Nein, ich bin heute sehr gut gelaunt, weil wahrscheinlich kommt heute das, ich glaube, ist ja dein Kompanie, Kian, kommt das Video raus von London. Sie erreichen ihr Ziel um zwölf Uhr dreißig. Was man da genau sehen kann. Kian von London? Ja. Wir sind Kian Kehman-Shayhi, oder was? Ja, richtig. Der Ex-Muslim. Richtig. Ah, die sind in London heute, oder was? Nein, 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 da war ja ein, äh, angeblich ein Dschihadist bei ihm vor der Haustür. Ehrlich? Und ja, heute wahrscheinlich, ich hoffe, weil ich war seit zwei, drei Tagen, gucke ich mich alle Seiten an, wo das sein könnte. Ich hoffe, heute kommt das raus, weil ich bin ja mit dem ein bisschen auf Kriegsfuß gerade, also es geht gerade so ein bisschen, aber ich mache es auf Satireart. Ich bin ein dreckiger Marokkaner, weißt du, so Da Vinci Code mäßig. Richtig, Marokkaner. Aber naja, mal schauen. Ist das nicht schön, wenn du als Marokkaner zum Herrn Jesus kommst und deine Heiligkeit beginnst ab heute? Okay, gib mir Gründe. Der Grund ist Gott selbst, seine Heiligkeit. Dass du ihm nachfolgen darfst, dem Herrn Jesus, weil er unschuldig vollkommen ist. Und sagst du dir, komm, folge mir in der Heiligkeit nach. Lass los. Ich würde ihm, ich würde ihm auch wirklich folgen, ja, ich würde ihm wirklich folgen, weil Jesus ist ja auch unser Prophet, ja, und wir folgen dem ja so oder so, weil das einer unserer Propheten ist. Aber es geht ja nur noch darum, wenn ich zu dir sagen würde, ich folge Mohammed, aber Mohammed hatte drei Köpfe und sieben Arme, würdest du sagen, du folgst ja dem falschen Mohammed, Mann? Ja, ja, aber habe ich gesagt, dass Jesus drei Köpfe hat? Ich meine nur damit, wenn ich dir so falsch habe. Ja, ja, es ist ja, es steht ja nur noch darum, dass Jesus Gott ist und so weiter. Aber bei uns ist das Problem einfach, ich glaube ja, wir haben an die Evangelien und an die Sora, ja. Sora dem Rahm. Ja, aber was sagen die Evangelien, mein Lieber? Die Evangelien berichten von der Kreuzes, Tod des Herrn Jesus Christus und seiner Auferstehung. Was ist das für ein Glaube an die Evangelien bei euch? Das ist ja nichts. Ja, genau da sagen wir, die Evangelien sind befälscht. Also alles wurde verfälscht? Ja. Auch das alte Testament, wo das vorhergesagt wird in Jesaja 53, dass der Herr Jesus gekreuzigt wird wegen unserer Sünde, das auch befälscht? Auch, auch. Die Juden haben das nicht gemerkt? Nicht komplett, nicht komplett. Wir müssen ja an die Worte Allahs Glauben in der Trauer haben. Ja, aber sind denn, ist denn die Tome, das sind bei mir nicht anders Orte? Die sind Allahs Worte, aber ein Teil, das sind Teile, die wurden davon verfälscht. Nein, also man kann irgendwas verfälschen aus Gottes Mord. Aber die stehen ja auch in Sora dem Imran. Was steht da? In Sora dem Imran steht, dass wir an die Tora und an die Aspektive glauben, weil das Worte Gottes sind, aber die Menschen haben sie verzerrt. Verzerrt, man kann Gottes Mord verzerren. Natürlich, weil, hä? Wie? Wann, 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 wann sind die Evangelien, wann, 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 wann wurde die Übung komplett? War es nicht erst, war es 300, 300, 300 Jahre später, wurde sie komplett erstellt. Mein Lieber, mein Lieber, kann man Gottes Worte verfälschen? Wie bitte? Kann man Gottes Worte verfälschen? Durch menschliche Hand, ja. Also Gott ist also nicht allmächtig genug, um Menschen aufzuhalten, wie gerade sein Worte verfälschen? Er hat die Frohe Botschaft an Sender Isa ab und er hat sie weitergeleitet an die Menschen, um sie zu erörtern. Und diese Menschen, die er diese Frohe Botschaft weitergeleitet hat, haben diese Worte leider Gottes verfälschen. Leider Gottes. Stell dir mal vor, der Allah, der sind einfach 124.000 Prophete und Gesetze. Islam hat es nicht, genau. Nein, mein Lieber, nein, Gott, Gottes Wort kann nicht verfälscht werden und Gott lässt es auch nicht zu, weil er mit diesem Wort richten wird. Wenn sein Gesetz verfälscht und verweicht wird, dann kann er doch nicht anhand dieses Gesetzbuch mehr richten, weil jeder kommen kann und sagen, ja, deine Gesetze wurden links und rechts verfälscht, weil soll ich denn wissen, welches Gesetz jetzt? Und er muss jeden Leute reinlassen ins Paradies, weil dann muss er ja zugeben, ja, stimmt, ja, mein Gesetzbuch ist ja verfälscht, nach welchem Gesetz du dich richten, die Leute? Verstehst du? Achso, jetzt ist er raus, okay, sorry. Also, wenn du mir noch zuhörst, wenn du noch da bist, es ist völliger Humbug, weil Gott sonst auf einmal machtlos wäre plötzlich, wenn sein Gesetz verfälscht wäre. Stell dir mal vor, im Gesetzbuch steht, du sollst nicht über rote Ampel fahren. Das stehst du im Gesetzbuch. Auf einmal fälscht jemand dann die ganze Bundesgesetzbuch. Und da steht, du kannst über rote Ampel fahren. So, was sollen wir jetzt machen? Das heißt, wenn du über rote Ampel fährst und der Polizist hält dich, schau und sagst, ey, warum bist du über rote Ampel gefahren? Da kannst du ihm das zeigen, ja, hier, Verfälschung, warum soll ich denn wissen, was richtig und was falsch ist? Und der Polizist muss sich fahren lassen. Dass du kannst sündigen, wie viel du willst, und du kannst nicht gerichtet werden. Da gibt es kein letztes Wort aus dem Gesetz heraus. Ein Wahnsinn, ein Durcheinander würde entstehen. Und Gott müsste jeden reinlassen ins Paradies. Egal, wie sündig er auch ist. Jeder Mensch hätte eine Ausrede vor Gott. Ja, du hast ja dein Wort nicht bewahrt, weil du sollst wissen, was richtig und was falsch ist. Und Gott muss zugeben, ja, stimmt. Ich darf den ja gar nicht mehr richten. Aber weil Gott eben das umgehen muss, weil er als Richter vollkommen sein muss, wenn er richtet, muss er auf sein Gesetz Acht geben. Versteht ihr, Lieben? Er muss das Gesetz bewahren bis zum Gericht, bis zur Verhandlung. Sonst ist das ja ein Lachnummer Gott. Da kannst du nur auslachen und sagen, geh mal bei der Seite, ich will jetzt ins Paradies machen, hier machen wir Platz da. Und dann musst du euch durchlassen. Das würde so eine Art Hampelmann Gott werden. Alles kann verfälscht werden, aber nicht das Wort Gottes, weil wir uns darauf verlassen müssen. Versteht ihr, Lieben? Da stehen die Leute alle Schlange vor Gott und er sagt, nee, ihr habt das und das gesündigt. Die Leute würden sagen, ja, dein Wort ist ja verfälscht. Was für eine Sünde. Keine Ahnung, was für eine Sünde. Man konnte sich ja nicht auf dein Wort verlassen. Welche Art Sünde. Welche Sünden für dich schlimm waren, welche gut. Alles ist verfälscht. Lass mich durch. Und die würden dann immer alle so wegschubsen. Und dann mussten sie sich schubsen lassen. Der Gott musste sich wegschubsen lassen und die Leute reinlassen. Das ist das Ergebnis, wenn man dieses Prinzip mal kurz zu Ende denkt. Das Wort Gottes wurde verfälscht. Dann hätte jeder eine Ausrede, wenn er später nach dem Tod vor ihm steht. Richtig? Und um das zu umgehen, muss Gott den Schachzug ziehen hier auf der Erde. Damit er gerecht bleibt. Und er ist gerecht. Und wir ungerecht. Vor seinem Gesetz allzeit schuldig. Damit er uns richten kann. Weil er gerecht ist und sein Wort verfälscht wäre, müsste er uns ja durchlassen, weil er gerecht wäre. Woher soll der Mensch denn wissen, was richtig und was falsch ist? Versteht ihr, ihr Lieben? Da könnt ihr euch vorstellen, wie präzise Gott jetzt auf sein Wort Acht geben muss. Damit er eben als Richter gerecht richten kann. Und wahrhaftig bleibt als Gott, als Richter. Und da sieht man eben, dass das Wort Gottes, die Bibel, unverfälscht ist. Weil Gott selbst über sein Wort wacht. Und er führt auch sein Wort aus. Alle Prophezeiungen, die er gesagt hat, sein Wort hat er auch ausgeführt. Richtig? Jeremia 1. Da sagt Gott, ich wache über mein Wort und ich werde es auch ausführen. Auf einmal, 500 Jahre später, sein Wort wird verfälscht. Obwohl er gesagt hat, ich wache über mein Wort. Was ist das mit Gott? Da kannst du sagen, geh weg, du Hampelmann. Einmal sagst du, du wachst über deinen Gott und 50 Jahre später kannst du es nicht bewahren. Was steht hier, ihr Lieben? Sie meinen es wichtig? An diesem einen Punkt scheiden sich die Geister. Ist die Bibel verfälscht oder nicht? Wenn die nicht verfälscht ist, ist der Islam falsch. Wenn die Bibel verfälscht ist... Wir haben ja Abschriften aus dem ersten, zweiten, zweiten... Ja, aber jetzt grob gesehen. Wenn die Bibel verfälscht ist, ist der Islam richtig. Aber wenn die Bibel verfälscht ist, ist das Wort Gottes verfälscht. Also kann der Islam nicht richtig sein, weil eben der Allah nicht imstande ist, sein Wort zu bewahren. In jeder Hinsicht ist der Islam feindlich. In jeder Hinsicht ist das... Geht nicht, geht nicht auf. Und das hat auch nicht mit Islamfeindlichkeit zu tun, sondern rein logisch. In jeder Hinsicht, ob du das so denkst oder so. In beiden Fällen ist der Gott des Islams nicht richtig. Genau, weil Gott seine Allmacht ist dahin, dass er zulässt, dass sein Wort verfälscht wird. Wenn er nicht in der Lage ist, darauf aufzupassen. Und das widerspricht dann auch seinen eigenen Grundsatz auch. Das ist das. Allah sagt doch selber, da kann man den Wort verfälscht. Das ist übersetzt, dass man das. Hier. Da sieht man, dass man das trotzdem verfälschen kann. Ein einziges Durcheinander. Ja, dann sagen die Muslime, ja. Aber jetzt hat Allah sich Mühe gegeben. Vorher hat er sich nicht so viel Mühe gegeben, sein Wort zu bewahren. Jetzt, beim dritten Mal, bei Koran, da hat er gesagt, jetzt passe ich darauf auf. Auf die anderen, das war scheißegal. Auf anderen war scheißegal. Ja, mein Wort war mir wie unwichtig. Scheißegal, dieses Wort, was ich jetzt rede, ist nicht egal. Das ist so, als wenn du jemandem dein Wort gibst, Amir, und der verlässt dich auf dein Wort, und dann verarschst du den. Nee, 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 nee glaubwürdig. Das ist er ja auch, weil er sein Wort bewahrt hat. Weil er sein Wort bewahrt hat. Ach ja, und könnt ihr es beweisen? Jesaja 53. Ja, dann haben wir Lust beim Weißes. Jesaja 53. Jesaja 53, mein Lieber. Ach so. Im Alten Testament, in der Tora, in Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 53, lesen wir, dass der Messias kommen wird und die Sünden den Menschen auf sich nehmen wird und dadurch durchbohrt wird, getötet wird, indem er durchbohrt wird. Gott hat es vorhergesagt, 700 Jahre vor Christus, hat Jesaja, der Prophet Jesaja, das vorhergesagt und es wurde ausgeführt. 700 Jahre später ist es eingetroffen, als der Herr Jesus durchbohrt wurde, indem er die Sünden der Menschen auf sich nahm. Da sieht man, dass Gott sein Wort bewahrt und die Prophezeiungen auch so eintreffen. Keine Verfälschung. Und diese ganzen Prophezeiungen in den Islam, die jetzt die ganze Zeit kommen, sind nicht wahr. Alles, alles unwahr. Da gibt es keine Prophezeiungen in den Islam. Ach so. Und du hast ja anscheinend den Koran gelesen. Ja. Nicht ganz, aber so. Nee, hast du anscheinend nicht, sonst wüsstest du ja. Nein, ach, die ganzen Prophezeiungen in dem Islam gibt es erst gar nicht. Dann brauchst du gar nicht erst ablenken. Anscheinend hast du ja den Koran nicht gelesen. Mein Lieber, ich habe den Koran gelesen. Was willst du denn wissen? Du hast genauso wenig den Koran gelesen. Ich habe den Koran gelesen. Du warst immer was anderes. Von Anfang bis Ende. Ich habe mich Kamilurin gesucht und getrunken wie du. Nein, genau. Du kennst mich ja. Ja, nein, genau. Lenk mir auch nicht von dir ab. Warum bist du so lächerlich? Ich verstehe gar nicht. Lenk mir das ab. Warum musst du so immer so... Hans, das ist Gott ein Clown. Hans, das ist Gott ein Clown. Dein Gott ist ein Clown, so wie du aussiehst. Mach nicht aus Gott einen Clown. Warum muss man überhaupt... Warum müsste überhaupt über andere Religionen schlecht reden? Ich verstehe das nicht. Weil die Mitglieder anderer Religionen in die Hölle kommen, sonst wären wir die nicht warnen. Ja, ist doch nicht dein Problem. Weil es gibt nur einen Gott und nur einen Weg. Richtig? Ja, klar gibt es nur einen Gott. Ja, und es gibt ja nicht mehrere Götter oder glaubt ihr, es gibt nur einen Gott. Kein, keiner sagt, dass es mehrere Götter gibt. Nein, es gibt nur einen Gott und wenn ihr nicht zum... Mein Lieber, wenn die Bibel sagt, jeder, der ohne Jesus Christus, ohne seine Kreuzigung den Tod geht, kommt ins ewige Feuer. Dann behalt doch die Bibel für dich, ist doch in Ordnung. Du glaubst an die Bibel. Kommt ins ewige Feuer. Hör mir bitte zu, lass mich kurz auswählen. Jeder Mensch, bist du raus? Ich hab dir rausgedacht, es war zu viel Kamilurin. Mein Lieber, wenn du jetzt noch zuhörst. Du sagst ihm, dass er darüber redet, dass die Leute auf dem Weg zum ewigen Verdammnis sind und dann sagt er, er weint das nicht ein bisschen ab. Der hat ja gar kein Glauben. Der glaubt doch gar nicht an einer in eine ewige Hölle. Weil wenn er es glauben würde, würde er die ganze Zeit so wie wir, die Leute zum Islam bringen, damit die nicht verloren gehen. Aber der hat keine Nächstenliebe für seine Mitmenschen und der hat kein Glauben. Weil wenn er es glauben würde, würde er die Leute warnen. Siehst du? Das ist der Glaube, das ist der Glaube der Muslime. Es ist gar kein Glaube. Es ist eine Tradition. Es ist kein wahrer Glaube, der in den Taten übergeht. Richtig? Logisch, oder? Das ist doch ganz Logik. Ganz einfache Sätze der Logik. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich auch. Alles gut? Ja, ich habe ihn gelesen. Ja. Alles gut, Jungs. Ihr macht es. Ihr macht es wunderbar. Nur weniger rumhetzen. Also, es ist auch schön, dass ihr gut aufklärt. Ist ja kein Problem. Hört sich auch gut an, aber es ist ein bisschen Rumhetze. Was ist denn mit Schätze? Naja, so ein bisschen drauf reiten ist scheiße. Mein Aufklärer ist kein Problem. Also, das Kamelurin und so weiter und so fort, wenn es da drin steht, ist okay. Alles gut. Also, wenn es drin steht und ich es erwähne, dann ist es Hetze. Nein, nein, es heißt, da drauf rumreiten. Also, es heißt, gleich loslachen und da richtig rumbrühen und dann sagen, hey, Kamelurin. Dann weich durch mal. Im Moment ist es zu viel Kamelurin oder war das zu wenig Kamelurin? Das ist eine ganze Menge, das ist zu viel, viel zu viel. Ja, siehst du, aber zu viel. Ja, das Aufklären ist kein Problem. Also, Wahrheit sollte man nicht verstecken. Also, man dürfte auch nicht sauer sein, wenn es der Wahrheit entspricht. Ist ja alles gut und schön, aber nicht da drauf rumreiten. Also, man kann es ja erwähnen, aber nicht drauf rumreiten. Stundenlang. Das meine ich. Ja, aber im Islam ist das doch wundervoll, wenn man über Kamelurin spricht. Darüber könnten ich stundenlang reden. Und wenn ich das erwähne, das ist für die wie Honig um den Mund schmieren. Ja, ich sag mal so, die Leute haben ihre Werte. Ob das Kamelurin ist oder Kamelkot ist. Wenn sie daran festhalten oder daran glauben, kannst du ja so viel Kamelurin produzieren, wie du willst. Die Leute glauben daran. Das sind Werte. Das heißt ja auch Glaube. Man glaubt. Ob das richtig oder falsch ist, oder was anderes. Das halte ich von Krankheiten. Und die Muslime trinken das wie wahnsinnig, weil sie denken, das halte ich von Krankheiten. Ich kenne bis jetzt keinen, der getrunken hat. Kamelurin. Jeden Tag. Ich kenne gar keinen. Wundervoll. Ich kenne gar keinen, der Kamelurin trinkt oder damit gurgelt. Vielleicht sind das so welche Perversen, die das machen. Gurgeln, die hier wie Dings. Wie heißt diese? Lysterien. Ja, ja, genau. Ich bin dann mal eine Runde gegurgelt. Richtige Gurgler hier. Ja, natürlich. Ich wollte es gleich wieder rein. Mit Beigeschmack. Mit Beigeschmack. Ja, ihr Lieben, bei allem müssen die Muslime aber trotzdem immer wieder verstehen oder spüren durch unsere Aufklärung, dass wir sie lieben, dass wir nicht aus Hass gegen sie, sie fertig machen wollen, sondern eben, dass wir verstehen, dass die Liebe des Herrn Jesus Christus, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, auch durch uns durchfließt und dass wir wirklich besorgt sind um ihre Zukunft, um ihr Leben, um ihr Dasein in der Ewigkeit und dass wir sie von diesem Weg abbringen wollen, damit sie eben ins Paradies eingehen wollen. Dass sie wirklich verstehen, dass wir das Gute für sie wollen. Bei alledem. Ich weiß, das ist immer schwierig, das ist wirklich ein hohes Ziel, was wir niemals erreichen können, ganz ohne fleischlich zu werden. Aber immer wieder müssen wir uns besonnen, bis es ihnen darauf, wirklich die Liebe walten zu lassen. Und die Muslime in der Liebe aufklären, auch vom Herrn Jesus Christus zu erzählen. Das darf nicht zu kurz kommen, ja, vom Evangelium zu erzählen. Islamaufklärung ist natürlich sehr wichtig, dass die Muslime endlich desillusioniert werden, was ihre Religion betrifft, dass sie aufwachen und ihre Religion so sehen, wie sie auch wirklich ist und nicht das, was sie gehört haben und so eine Art verfälschte Roll-Disney-Version, sondern wirklich die wahre, pure Realität des Islams, wie sie ist. Andererseits aber die Herrlichkeit des wahren, einzigen Gottes der Bibel kennenlernen, der sich barmherzig und liebevoll uns durch den Herrn Jesus Christus gezeigt hat. Der nicht nur mit dem Mund sagt, ich liebe euch, nein, er tut es, er bringt das zum Ausdruck und er setzt das um, in Tat. Weil, ihr Lieben, wenn jemand, euer Partner oder Partnerin, die ganze Zeit sagt, ich liebe dich, aber niemals was für euch tut, was ist das dann wert, diese Lippenbekenntnis, ich liebe dich. Es ist nichts wert. Die Liebe, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann ist es erst wert, dieser Satz, wenn es zur Tat übergeht. Und wenn der Gott der Bibel sagt, ich liebe dich, ich liebe mein Kind, mein Geschöpf, ich liebe dich und bin bereit, das dir zu zeigen, zu beweisen, dass ich bereit bin, für dich zu sterben, dann ist die Liebe bewiesen worden. Weil, jetzt kann jeder kommen, jeder Gott kann kommen und sagen, hey, ich liebe dich. Ja, und jetzt, wo ist der Beweis? Kein Beweis. Buddha hat sich selbst erlöst. Buddha sagt auch, ich liebe dich. Und wo ist die Tat von Buddha? Ja, selbst, tschüss, der hat sich selbst erlöst und ist in die Neewan eingeflogen. Das war's. Das ist die Liebe des Buddhas. So egoistisch, so ein Egoist, hat sich selbst aus dem Staub gemacht. Das ist die Liebe von Buddha für uns. Nein, das ist keine Liebe. Der einzige wahre Gott, der das Universum erschaffen hat, ist Liebe. Und er beweist es uns, jeden Tag, indem er uns ernährt. Indem er uns eben das Brot gibt zum Essen aus der Erde. Korn, Metamorphose, Sonne, Photosynthese, all diese Dinge hat Gott aus Liebe für uns gemacht, weil er ein liebevoller Vater ist, der seine Kinder ernährt. Schalom und alaikum, mein lieber Schalom und alaikum. Der Aas ist ein bisschen gegendet, was du gesagt hast, Kamelurin, wenn ich das ein bisschen erzähle. Ja, nein, der Mann ist in Ordnung, ich habe Respekt vor ihm. Er weiß, dass Kamelurin von seiner Religion gut ist. Mohammed hat gesagt, Kamelurin ist gut und er trinkt das, das ist ein guter Moslem. Ich habe kein Problem mit ihm, er ist kein Heuchler. Ich habe eine Frage an euch beiden. Wir Muslime, wir tun, was in unserer Macht steht und was Allah von uns erwartet. Ich sage mal, das Freitagsgebet. Wir beten fünfmal am Tag. Wir fasten. Wer ein bisschen Geld hat, der macht den Hajj. Wir sind verpflichtet, die armen Spenden, die Sakat zu verrichten, zu bezahlen. Welche Pflichten habt ihr, wo ihr euch dran haltet? Alle diese Pflichten und noch mehr. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, dass alle Christen jeden Tag beten. Doch, wir beten jeden Tag sehr oft mehr als die Muslime. Wir beten, ich bete zum Beispiel pro Tag 800 Mal oder 1500 Mal. Die Muslime müssen nur fünfmal beten, das sind fünf Minuten insgesamt. Oder 20 Minuten, das war's. Wir Christen beten durch den ganzen Tag hindurch. Wir übertreffen die Muslime im Gebet um das tausendfache. Von den 500 Leuten, die Christen, die hier im Chat sind, wird das keiner bestätigen. Doch, durch den Heiligen Geist, die richtigen Christen sind die ganze Zeit am Weg. Was ist, was ist, was ist, wenn du jetzt das Ganze gemacht hast, die fünf Säulen des Islams, Sakat, Sahada, Sakat, Salat, Saug und Arzt, bist du errettet, ja oder nein? Was bin ich dann? Was? Bist du dann errettet, ja oder nein? Nicht unbedingt, will ich jetzt nicht behaupten. Ja, siehst du, es nützt nichts. Es nützt nichts. Das sind die Grundfeinder, das ist pflicht. Ja, aber es bringt dir nichts. Ab dann werden unsere Taten gezählt. Wie gehen wir uns mit anderen Menschen ab? Sind wir Heuchler? Sind wir Mörder, sind wir Diebe, sind wir, ja, die Grundfeile des Israels, die Säulen des Israels. Das ist, was ist in der Geschichte zwischen Adam und Eva passiert, was haben Sie gemacht, dass Allah sie aus dem Mittelreich geschmissen hat? Dass Allah, dass Allah, was, dass Allah mit denen gemacht hat? Warum hat Allah, warum hat Allah mit denen aus dem Paradies geschmissen? Ja, weil sie gesündigt haben. Weil sie gesündigt haben. Also, wie viele Sünden hatten sie denn? Ja, die eine Sünde. Ja, also du siehst, dass Gott bei einer Sünde die Menschen schon rausführt aus seiner Herden. Ja, aber erwähne auch die Barmherzigkeit von Allah, dass er die wieder ins Paradies genommen hat. Wenn Allah Barmherzigkeit und Liebe und alles ist, so wie du sagst, dann kann er eben ja ohne Probleme einfach aus Barmherzigkeit heraufgegeben, da hätte ich mich einfach runterschweißen sollen. Ja, ich sag dir, wenn Allah das nicht gemacht hätte, ja, dann hätten wir einen Freifahrtschein, um zu sündigen. Das ist nicht gut. Allah will aber, dass ich einen Freifahrtschein habe, will sogar das besündigen, was jetzt da kommt. Bitte? Allah möchte sogar, dass du besündigen. Er will das. Ja, der will das? Nee, der will das nicht. Er hat uns Regeln gegeben, die wir einhalten müssen. Nein. Allah sagt durch den Propheten Mohammed, dein Prophet, er sagt, würdet ihr nicht sündigen, würde ich euch von der Erde wegschaffen, ihr Menschen, damit ihr sündigt und mich um Vergebung bitten. Schau dir das mal an. Wo steht das? In Sahih Bukhari. Ja, da besteht sich ja... Was ist von sowas gehört? Äh, nicht von sowas, aber ich kenne den Grund, warum Allah den Menschen erschaffen hat, ja. Warum hat er den Menschen denn geschaffen? Damit sie ihm dienen? Genau. Das ist die einzige, das einzige, was Allah sich so dabei denkt, die Menschen zu erschaffen? Ja, das ist der Sinn des Islams, genau, des eines Muslims. Und das ist genau im Widerspruch zu Gott der Bibel. Der Gott der Bibel wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben, weil er sie liebt. Nicht, er hat sie nicht erschaffen, damit sie ihm dienen, sondern er hat sie erschaffen, weil er sie liebt und mit ihnen im Einklang leben möchte. Genau das Gegenteil von der Bibel. Ja, aber dann widerspricht sich Reza, indem er sagt, er betet 1800 Mal am Tag. Mein Bruder will dir nur damit verklickern, weil du gesagt hast, ja, was müsst ihr denn machen? Ja, aber betet, betet. Hat mein Bruder dir als Beispiel gesagt, du betest fünfmal am Tag, ich bete 800 bis 1000 Mal am Tag zu meinem Herrn um Gott Jesus Christus. Ja, das heißt, wir spenden auf, wir machen dies, wir machen das, nur sagen wir das niemandem. Verstehst du? Ja, aber das ist ja auch eine Art des Dienens, wenn ihr anbetet. Ist ja auch ein Dienen. Ja, du siehst ja, dass wir für unseren Glauben genauso das machen wie du. Nur mit dem Unterschied, dass du nicht weißt, ob du errettet bist und wir dem Herrn Jesus Christus danken, dass er unsere Sünden getragen hat. Wer trägt denn deine Schuld? Also du weißt auch nicht, ob du errettet wirst oder nicht. Aber absolut weiß ich, dass ich errettet werde. Woher weißt du das? Von wem? Jesus Christus. Aber Jesus Christus wusste ja noch nicht mal, wann der jüngste Tag ist. Das wusste der ja ganz genau. Du musst nur ein Vers weiterlesen. Dann merkst du... Ja, dann sag mal, wann der jüngste Tag ist, dann bereite ich mich schon mal vor. Jesus sagt ja, meine Worte werden in Ewigkeit nicht vergehen. Wenn also Jesus Christus nur ein gewöhnlicher Mensch ist, wir können denn seine Worte in Ewigkeit nicht vergehen? Okay, das heißt, ihr Christen dürft jetzt sündigen ohne Ende, richtig? Ihr Muslime dürft sündigen ohne Ende. Soll ich das zeigen? Nein, 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 nein. Dürft ihr sündigen oder nicht? Weil euer Gott ist ja für eure Sünden gestorben. Nein, nein, aber ihr Muslime dürft sündigen, Asis. Nein, dürfen wir nicht. Doch, Allah hat für jeden Muslim das bestimmte an Sünden gegeben, dass er das machen muss. Sogar Ehebruch. Aber ihr habt ja Flatrate. Ihr dürft sündigen ohne Ende. Ich mache nicht ein auf Ignorant. Ich habe dir gerade was gesagt. Allah hat in deinem Herzen gelegt, das Stückchen, was du sündigen darfst, weil dein Gott für deine Sünde gestorben ist. Nein, in Asis, du darfst diese Sachen nicht verwechseln. Ein Christ, der aus Liebe heraus zum Herrn Jesus Christus kommt und durch ihn die Gnade erfahren durfte, wird sich alle Mühe geben, das nicht zu tun. Aber das Problem ist, wir sind ja alle Sünder. Das Gute an uns ist, ist nur das Gute in uns, der Herr Jesus Christus. Das ist das. Wir sind einfach nur besser dran als du. Wenn wir also in die Ewigkeit gehen, haben wir jemanden, der für uns bezahlt vor dem Gericht. Das glaubst du, das weißt du nicht. Du hast niemanden. Du stehst ohne Anwalt dort. Das glaubst du, das weißt du. Du stehst ohne Anwalt vor dem Gericht. Ja, aber du glaubst das. Absolut, das ist die Bibel. Natürlich, weil ich Gott vertraue. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist dein Glaube. Du glaubst, dass das so ist. Asis, Asis. Aber beweisen kannst du das nicht. Asis, Asis. Wessen Schuld war das, dass Adam gesündigt hat? Er selber oder war das Allah? Also wir Menschen haben freien Willen. Das war Adams Schuld. Adams Schuld? Adam sagt zu Moses, sagt er, was gibst du mir die Schuld? Allah wollte, dass ich das mache. Nein, nein, nein. Wir haben einen freien Willen. Natürlich. Asis, Asis, verlässt du den Islam, wenn ich dir das jetzt zeige? Ich verlasse den Islam niemals, weil ich weiß, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Das ist das Problem bei dir. Du hast dich entschieden, in die Hölle zu fahren. Merkst du? Nein, du wirst mir irgendeine Quelle von irgendeinem Schiiten oder Schia oder sonst was geben. Ja, genau. Sahi Bukhari ist natürlich Schiitisch, hast du vollkommen recht. Ja, dann zeig mal die Quelle. Dann zeig mal die Quelle. Dann zeig. Dann zeig mir die Quelle, wo wir keinen freien Willen haben. Das ist gut. Dann zeig. Dann zeig mir die Quelle. also diesen Rater kirch. Dann zeig esishi protocol. Dann zeig dir das gut, ja. Okay. Ich dachte, du gibst mir Sahih Bukhari. Dann gib mir nochmal die Quelle. Ja, das ist Sunan ibn Majah, Hadith 80. Das ist einer deiner sechs kanonischen sunnitischen, authentischen Bücher. Der Hadith wurde an Sahih eingestuft. Ja, Sunan ibn Majah, welche Nummer? 80. Und das befindet sich nicht nur in Sunan ibn Majah. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Zeit durchzusuchen. Das kannst du selber machen und hier kannst du es lesen. Ich hörte Abu Huraira erzählen, dass der Prophet sagte, Adam und Musa diskutierten und Musa sagte zu ihm, O Adam, du bist unser Vater, aber du hast uns beraubt und dafür gesorgt, dass wir aus dem Paradies vertrieben werden. Deine Sünde. Adam sagte zu Musa, O Musa, Allah hat für mich ausgewählt, mit dir zu sprechen. Und er hatte die Tauda mit seiner eigenen Hand für dich geschrieben. Beschuldigst du mich für etwas, dass Allah 40 Jahre vor meiner Erschaffung etwas gesagt hat, was ich machen muss? Aha. Hat Adam freien Willen gehabt, Aziz? Verlasse den Islam. Verlasse den Islam. Das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Verlasse. Der Kreuz für mich, 40 Jahre vor dem er eröffnet hat. Siehst du? Ja, Moment, Moment. Damit ist ja eigentlich auch gemeint... Moment. Damit ist ja gemeint, dass Allah wusste, was passieren wird. wer hat das jetzt gemacht der Allah oder Adam wer hat den Willen gegeben Allah hat seinen Willen gebrochen oder hatte Adam freien Willen? Adam hatte hier einen freien Willen natürlich das steht da nicht drin warum machst du mich für etwas an was Allah für mich vorherbestimmt hat genau guck mal guck mal warte ganz kurz ganz kurz guck mal Amir wenn du jetzt ein Mist baust ja aus deinem freien Willen dann hast du das dann hast du diese Scheiße gebaut du aber Allah wusste das vorher schon das ist damit gemeint ja das ist ja das Problem wer hat Adam gesagt dass er sündigen soll soll er selber oder hat er das hat Allah ihm das gesagt hat das selber gemacht oder hat Allah ihm gesagt dass er das machen soll er hat das selber gemacht aber Allah wusste dass er das macht nein Allah sagt ich habe das schon 40 Jahre vor seiner Erschaffung den aufgeschrieben dass er das machen muss er hat also keinen freien Willen Allah hat das schon für ihn festgelegt kommst du jetzt aus dem Islam das ist deine Interpretation Amir das kann doch nicht wahr sein guck mal wie der das nicht verstehen will das war es also ist dein Islam ist Geschichte Allah ist somit der größte Satan der Welt der Adam verführte so wie es die Bibel auch sagt dass die Schlange auf dem Feld listiger war als alle Tiere auf dem Felde und das war Allah das sagst du das sagst du das sagst du das sagst du ja okay du warst ja muslim sagst du du bist ja ex muslim sagst du überhaupt so von dir ja die Entscheidung die Entscheidung zum Christentum überzugehen war das deine Entscheidung oder war das Allahs Entscheidung meine Entscheidung also hast du einen freien Willen also hast du einen freien Willen ja aber im Islam gibt es das nicht das ist das Problem Allah nimmt dir den freien Willen nein gibt es nicht ich habe ja auch einen freien Willen ich kann ja machen was ich will ihr glaubt an Qadr richtig ihr glaubt an Qadr Vorherbestimmung wir glauben wir glauben an Mekatil ihr glaubt an Qadr Vorherbestimmung erzähl mir kein Quatsch ja bist du wieder mundtot nein nein ich bin nicht mundtot genau Vorherbestimmung richtig ja und siehst du jetzt gibst du es auf einmal zu so und Vorherbestimmung wenn Allah alles für uns vorherbestimmt hat er Hand nimmt er uns unser freien Willen das heißt Qadr Allah du du kennst du kannst die arabisch oder nicht was heißt das das heißt Qadr Allah das heißt Qadr Allah das Schicksal was Allah für dich vorherbestimmt hat Vorherbestimmung Schicksal Qadr Allah ja das ist dein Schicksal jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen siehst du der Satan will nicht siehst du das ist das macht dir Gedanken Asis macht dir Gedanken um deine Ewigkeit du wirst in den ewigen Feuersee kommen wo der falsche Prophet und das Tier ist mach das nicht wirf deine Seele nicht weg für den Islam bis gleich wir wiedergeborene Christen können jetzt schon wissen dass wir errettet sind im Gegensatz zu allen anderen Menschen die keine Hoffnung haben was auch nach dem Tod auf sich zukommen wird wir haben die lebendige Hoffnung weil unser Gott will dass wir in Sicherheit sind jetzt schon zum Beispiel Amidjon liest mal bitte zwei Verse damit die Leute sehen dass wir jetzt schon Vergebung uns alle Schuld haben Servus ja mein Lieber hallo Gott segne dich und deine Familie welcher Vers denn ist er was kann ich für dich tun mein Lieber Epheser 4 Vers 34 Epheser 4 Vers 34 Epheser 4 Vers 32 und jetzt beweise ich direkt auch dass der Jesus wieder Gott ist in diesen Versen in diesen Versen einmal Epheser 4 Vers 32 Seid aber gegeneinander freundlich und warmherzig und vergebend aneinander gleich wie auch Gott euch vergeben hat genau Gott hat uns schon bereits in der Vergangenheit vergeben ist vorbei Gott hat uns vergeben es ist unsere Schuld ist schon also getilgt und jetzt jetzt Sekunde ja ich finde das interessant was Kolosser 3 Vers 13 und jetzt pass auf jetzt steht das die Gläge nur jetzt wird Gott durch Christus ersetzt passt auf Kolosser 3 Vers 13 er tragt einander und er gibt einander wenn einer gegen den anderen zu klagen hat gleich wie Christus euch vergeben hat so auch ihr siehste einmal sagt Gott hat euch vergeben und jetzt steht auf einmal Christus hat euch vergeben Ende aus Mickey Maus Ende aus Mickey Maus Jesus ist Gott Ende aus Mickey Maus Gott ist Christus der unsere Sünden vergeben hat Gott ist Christus Christus ist Gott Amen Wer vergibt Sünden? Gott Wer vergibt Sünden? Jesus Dankeschön Kolosser 3 Vers 13 Christus ist euer Gott ihr Muslime Er muss eure Sünden vergeben Wer? Weil es Gott ist Wer vergibt die Sünden? Wer ist dieserjenige der da Sünden vergibt? Sünden vergibt Ja Jetzt haben wir Damit ihr wisst dass der Todesmensch in Vollmacht hat Sünden zu vergeben wem er will Boah Ja Er vergibt Sünden Er weckt Tote raus Wie gewaltig Wie gewaltig Ressa Ja Ist vorbei Ähne Gelände Direkt vom Satan eine Verstoßerwaltung bekommen Das kann nicht Jetzt versucht der Satan da durch zwischen zu gehen Merkst du? Jetzt versucht er da Ich glaube aber du wirst auch gemeldet Kann das sein? Ja gepriesen sei der Jesus Christus Er bleibt immer Sieger Sieger über Allah und Mohammed immer wieder Amen Bis gleich Wir lieben Ihr seht dass der Herr Jesus Gott ist Daiv Wird für Urteile genommen Ich freue mich schon wenn der Hansi sowas erwähnt Ich lach mich tot Da lehnst du auf einmal Daiv nicht ab Solange es dir gut tut Aber solange es deiner eigenen Ideologie widerspricht Akzeptierst du das Und da sind wir Und da sehen wir wie widersprüchlich das Ganze ist Aber gut Gott sei Dank ist das naiv Die Muslime akzeptieren das niemals Wer ist er? So Jetzt bleibt es hoffentlich mal ein bisschen länger Ist der Wahnsinn Ständig immer neu zu starten des Streams ist eigentlich heftig Das war's Ich kriege ein Level hier Ich kriege ein Level hier Ich kriege ein Level Das ist einfach nicht derselbe Geist wie der Geist in der Bibel Das ist nicht der Heilige Geist Der Heilige Geist hat ein riesen Problem mit Sünde Wie du schon gerade das erwähnt hast mit der Geschichte mit Adam und Eva Adam und Eva haben nur eine eingesetzt Gottes übertreten Schon hat Gott sie aus der Gemeinschaft mit ihm hinausgestoßen Weil der Gott der Bibel heilig ist Keine einzige Sünde wird vor ihm bestehen können Weil er mit Sünder und Sünde keine Gemeinschaft haben will Es sei denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt Entweder mit dem Tod des Sünders oder mit dem Tod wenn jemand anders für den Sünder in den Riss tritt Es muss Blut fließen So war das mit den levitischen mosaischen Gesetzen wo das Blut eines unschuldigen Tieres fließen musste im dritten Buch Mose Leviticus um das um die Sünde des Sünders Israeliten zu sühnen zu tilgen So musste der Israelit Aha, okay für meine Sünde muss Unschuldsblut fließen Ein Unschuldiger muss meine Sünde mit seinem Tod bezahlen So musste der Israelit lernen Ah, okay Ein Unschuldiger muss für mich als Schuldiger sterben Damit der Israelit vorbereitet ist auf das Kommende wenn der Messias kommt um die Sünden Israels zu tragen zu bezahlen mit seinem eigenen Tod So ist die Sünde dann getilgt und der Israelit kann schuldlos vor Gott bestehen und wieder in Gemeinschaft treten mit Gott Was ist das Problem zwischen Mensch und Gott? Was trennt uns voneinander? Da ist eine Scheidewand Irgendetwas trennt uns von Gott wo er nicht direkt mit uns in Kontakt treten möchte nicht mit uns Gemeinschaft haben möchte Was ist das? Da ist etwas was uns von Gott trennt Sünde Was? Was ist die Sünde? Aber wenn die Sünde beglichen ist wenn die Schuld bezahlt ist dann bist du ja schuldenfrei Richtig? Und Christus hat die Schulden beglichen Er hat das bezahlt Und so kann jetzt der Schuldige wenn seine Schulden bezahlt sind wieder in Kontakt treten und Gemeinschaft haben mit dem Gläubigen Da ist in dem Fall Gott Ja Da ist alles in Ordnung zwischen Gläubiger und Schuldner Weil es beglichen ist die Schuld Jetzt können sie miteinander friedlich ohne Gräuel miteinander agieren Das ist wie bei der Mafia Du hast Schulden bei Mafia eine Million Euro kannst du nicht bezahlen dann hat der Zorn auf dich Da will er dein Leben fordern So ist Gott Ja Wenn du nicht bezahlst deine Schulden wird er es dir von dir fordern Aber wenn du deine Schulden bezahlst wenn deine Schulden beglichen sind dann eine Million Euro bezahlt hast bei der Mafia oder bei einem anderen Menschen ist egal wenn du Schulden hast bei ihm dann tritt wieder Frieden ein und ihr also der Schuldner und der Gläubiger können in Frieden wieder zusammenkommen durch solche Beispiele zeigt uns Gott eben auch seine Natur und seine Gerechtigkeit damit der Mensch der eben nicht Gott in seiner Ganzheit verstehen kann durch solche einfachen Beispiele ihm Gottes Gerechtigkeit und Plan versteht und die Schuld wurde beglichen deswegen haben wir gerade die zwei Verse gelesen Kolosser 3 Vers 13 Epheser 4 Vers 32 Allah vergibt einfach so Allah ist barmherz sich vergibt einfach Jesus mein Gott vergibt einfach nur so guck dir das mal mit der Hand Jesus gesagt wohne im gerechten Stand genau jemand bringt dir einen anderen Menschen um Allah sagt kein Problem weiter geht es im Programm ich bin barmherzig weiter tötet weiter ich vergeb alles weiter 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 wo ist dann die Gerechtigkeit wo ist die Gesetzesübertretung die Schuld dass die Schuld beglichen werden muss was wäre das denn für ein Staat was wäre das für ein Staat wenn die Obrigkeit Gesetze geben würde du das brechen könntest die ganze Zeit und der Staat wäre barmherzig und sagen kein Problem du hast gerade jemanden überfahren überrot gefahren kein Problem ich vergeb dir ich bin barmherzig ich vergeb weiter Nächste ich vergebe dir ich bin barmherzig was würde das für ein Staat sein immer barmherzig ja das wäre Solomon Gomorra aber so ist Gott nicht Gott geht ins Gericht mit so einem Staat wie Solomon Gomorra wo Gesetzlosigkeit herrscht mit Feuer Grimmzorn vom Himmel mit Feuer Grimmzorn vom Himmel das macht der Gott der Bibel das macht der Gott der Bibel aber der Gott der Islam sagt kein Problem alles gut weiter so ich bin barmherzig ich vergebe so so ein Gott so ein Gott haben wir nicht so ein Gott haben wir nicht Allah vergibt jede Gesetzesübertretung er gibt Gesetze und alle die Gesetze verbrechen vergibt er einfach so aus Barmherzigkeit er sucht nicht die Schuld ein aber der Gott der Bibel sucht die Schuld ein bei den Menschen hier auf der Erde und später in der Ewigkeit wir sehen da haben wir zwei verschiedene Götter der Gott der Bibel ist gerecht und barmherzig Allah ist nur barmherzig der Gott der Bibel bestraft Gesetzesübertretung deswegen passt das diese Geschichte mit Adam und Eva und dem Rauswurf aus dem Paradies im islamischen Sinn macht das überhaupt keinen Sinn weil der Gott der Bibel hat ein Problem mit Sünde und will nicht Gemeinschaft haben mit einem Sünder mit einer einzigen Sünde und tritt auch zur Bestrafung der Sünde ran der Gott der Bibel hat sofort Adam und Eva bestraft sofort ohne Barmherzigkeit weil er gerecht ist der Gott des Islams ist aber barmherzig der lässt sein Gesetz brechen und hat kein Problem weiter geht es im Programm aber in so einem Staat wollen die Muslime nicht leben wo Gesetzlosigkeit mit Barmherzigkeit vergeben wird frag mal die Muslime wollt ihr in einem Staat leben wo jemand über Rot fährt und über eure Kinder fährt und dann der Staat sagt kein Problem wir vergeben dir du kannst nach Hause gehen du bist frei da würden die Muslime sagen nein Moment mal das ist ungerechter Staat in so einem Stadt will ich nicht lieben das ist Wahnsinn da würde jeder jeden anderen auffressen weil Gesetzlosigkeit herrschen würde richtig meine Lieben und auch ein Atheist will nicht in so einem Gesetzlosen der Atheist ist eigentlich in sich ein Mosaisch gesetzlicher aber er ist sich darüber nicht bewusst nimmt mal einem Atheisten die Vorfahrt weg ihr Lieben da werdet ihr sehen wie er Mose ist und der Zorn der Ungerechtigkeit sofort am liebsten wenn es keine Gesetze geben würde hier der Atheist würde euch hinterherfahren und die Gerechtigkeit die ihm genommen wurde sein Recht mit Faust verlangen da seht ihr dass ein Atheist eigentlich der schlimmste Mose ist aber weil er eben auf dem Niveau eines Tieres lebt ist er sich darüber nicht bewusst Nimm mal einem Atheisten sein Recht weg da wirst du ihn kennenlernen aber wie oft der Atheist einem anderen Menschen das Recht genommen hat und einfach so davongekommen ist darüber redet der Atheist nicht das hat er großzügigerweise vergessen wenn er das Recht eines anderen genommen hat aber er vergisst es nicht wenn man sein Recht genommen hat das wird es sein Leben lang als Zorn in sich tragen und wenn er könnte würde er den diesen Gesetzesübertreter der sein Recht genommen hat bestrafen aber wenn Gott hingeht und das Gesetz in die Hand nehmen und bestraft da hat der Atheist auf einmal ein Problem was ist das für ein Gott der hat überhaupt keine Barmherzigkeit aber wenn man sein Recht nimmt da brucht er auf einmal auf Strafe hallo hallo Gottes Segen euch ich hätte mal eine Verständnisfrage und ich hatte mal so ein Gespräch mit einer Freundin hören wir mich? ja irgendwie höre ich kaum eine Gegenantwort ja wir hören zu also ich höre zu ich weiß nicht ob der Armee im Hintergrund ist aber ich höre dir zu ich höre auch so ja es geht darum ich habe wenn wir sündigen sündigen wenn wir sündigen ja und da hatte ich ein Gespräch mit meiner Freundin und zwar da bin ich der Meinung gewesen wenn wir sündigen dann Strafe zum Nachlein dafür Sünden begangen haben ich wäre der Meinung das soll ich nicht als Strafe sehen es ist es ist einfach nur eine logische Konsequenz von meinen Sünden beziehungsweise von unseren Sünden die wir tun und ich bin halt immer der Meinung ja ich tue das und das und ich weiß ganz genau dass ich mir sünde und dann weiß ich auch ganz genau ich werde darauf und bestraft und sie sagt dann halt nee wie soll es es so nicht sehen als erlogische Konsequenz wie würdet ihr das denn beschreiben nein es ist eine Strafe Gottes weil Gott gerecht ist und die Sünde bestrafen muss sonst verliert er seine Gerechtigkeit sonst herrscht Gesetzlosigkeit Gott bestraft die Sünde so sehe ich das auch aber irgendwie ich habe das Gefühl für sie ist das ein bisschen nein Gott also ist doch nicht für nein nein mein Lieber du musst als Mann deine Frau führen geistig wenn die Frau geistig versucht dich zu führen musst du da eine Grenze ziehen du bist der Herr du bist der Mann im Haus und du musst deine Frau führen geistig also die reißt also die Leine von dir rausziehen oder so ja dann noch also was heißt also ihr seid nicht unverheiratet lebt ihr zusammen naja ja das geht gar nicht das geht überhaupt nicht sowas also inwiefern also ihr habt doch vor ehelichen nehme ich mal an ja alles drum und dran ja ja genau körperlich körperlichkeit genau wir sind ja auch sehr fleischlich deswegen ja ihr müsst ja ihr müsst ihr müsst sofort auch mit aufhören ich sag das nein du kannst nicht sagen ich bin fleischlich und ich sündige weiter nein du musst Buße tun und sofort weg davon beide müssen Buße tun der Herr kann euch bei schwerem Unzuchtfall kann der Herr so weit gehen dass er etwas Schlimmes euch antut und jetzt wurdet ihr durch mich ermahnt wenn du jetzt diese Ermahnung gehört hast und einfach dir jetzt einfach keine Gedanken darüber machst und einfach weitermachst wird der Heilige Geist der Herr Jesus dich bestrafen die Strafe kommt jetzt bald ich kenne Leute die in Unzucht gelebt haben und der Herr hat das Kind weggenommen von denen ich will nicht darüber reden hier großartig weil es kann sein dass der Stream gesperrt wird ja das ist der Herr hat das Kind das Baby das Baby hat er ihnen weggenommen von der Erde weißt du was ich meine ne willst du das das beste Beispiel ist ja David Achtung du bist nicht umsonst jetzt hier in den Stream reingekommen der Heilige Geist hat dich hingeführt damit du ermahnt wirst du musst sofort die Sachen bereuen die Unzucht vor ehelischem Geschlechtsakt aufhören bis ihr verheiratet seid vor Gott vorstandes also standesamtlich wenn du aber das darauf nicht hörst und weitermachst kommt demnächst was Schlimmes auf dich zu der Herr wird dich in die Zange nehmen das Ding ist warum wir noch nicht geheiratet haben das ist halt ein bisschen banaler wir haben schon verheiratet mit dem einfach standesamtlich jetzt irgendwann und verheiraten damit ist vor der Familie endlich mal Ruhe gibt weil ständig halt und man heiratet wir wann ist das endlich sobald aber bei denen geht es nicht mehr um das Züchtige oder sowas wir haben einfach mit Gott eine Fette raum es geht aber nicht um die ungläubige Familie es geht um euch beide wie ihr vor Gott wandelt wenn du unordentlich wandelst vor Gott obwohl du mit ihm eine Beziehung hast wird der Herr dich züchtigen da wird der dir was Schlimmes anzut deswegen bringt das so schnell wie möglich in Ordnung ihr müsst die Sache schnell in Ordnung ihr müsst heiraten standesamtlich vor Gott oder keine Ahnung oder bis dahin müsst ihr enthaltsam leben ihr müsst aufhören mit Geschlechtsakt vor der Ehe sofort sofort sonst wird der Herr was dir an ich kann mich nicht erinnern du warst eine schwere Sünde eine sehr sehr schwere Sünde weil daraus ein Leben entstehen kann und Gott versteht keinen Spaß mit Unzucht Achtung im schlimmsten Fall kannst du sogar also da kannst du sogar mit deinem eigenen Leben bezahlen wenn du nicht aufhörst damit und wenn du auf die Ermahnung nicht hörst kann der Herr dir die Todesstrafe geben die auf der Erde das ist ja da unehelich leben wie laut aber ja wir sind halt so quasi aufgewachsen und zwar in dieser Weltzeit ist das ja wird als normal angesehen ich will mich da jetzt auch nicht rausreden ich weiß das ist eine Sünde das ist eine Sünde nicht verharren Busse tun und das Beste versuchen daraus zu machen und dich da nicht hinein manövrieren lassen und da drinnen verharren das darfst du auch nicht so einfach nochmal hinnehmen schon versuchen dagegen anzukämpfen ja es ist aber auch schwierig wenn man damit jetzt aufzählen wenn man vier Jahre zusammen ist man muss direkt heiraten am besten ja du bist doch schon vier Jahre mit dir zusammen das ist ja Wahnsinn dann kannst du auch direkt heiraten wenn du nicht wenn wir da ja in unserem Kopf sind wir scheißverheiratet aber deswegen reden wir uns auch so immer daraus dass wir in unseren ja wie wär's wenn du zu deiner Freundin sagst sollen wir nicht demnächst heiraten und Gott die Ehre geben ja das habe ich schon oft gemacht nur das ist halt das Ding was ich warum wir das immer hinauszögern wir haben keinen Bock so ein großes Ding zu machen mit der Familie weil beide Familien sind groß das ist das Problem dann macht ihr das im kleinen Kreis man muss doch nicht so ein riesen Pipapo sein was ist das denn nein einfach das Ja-Wort von Gott geben das war's mehr ist das nicht aber muss man das wenn ihr Pipapo haben wollt oder reicht das wenn man mit jemandem Geist also von einem Bruder das sagen wir mal Nein es muss stand es muss standesamtlich staatlich muss das gemacht werden das muss ordentlich sein ihr müsst ordentlich wandeln vor der ungläubigen Welt ihr könnt von mir aus zehn Jahre euch noch Zeit lassen Geld sparen für eine ultra pompöse Hochzeit ihr dürft aber kein deswegen wollen wir das ja nicht machen wir wollen kein kleines Kinder aber die Familie die da Haarzüge auch ja ihr dürft nicht vor der Ehe in Geschlechtsakt fallen wie lange ihr euch Zeit lasst für eine pompöse Hochzeit oder für eine kleine Hochzeit das ist erstmal vollkommen egal ihr sollt keine vorehelischen Geschlechtsakt haben da könnt ihr euch Zeit lassen von mir aus 50 Jahre wenn ihr es aber nicht schafft weil ihr schwach seid müsst ihr sofort heiraten weil ihr sonst in Unzucht lebt verstehst du worauf ich hinaus will mein Lieber ja ja lebt nicht in Unzucht da kannst du die Zeit lassen 100 Jahre mit Hochzeit kein Problem wenn du aber in Unzucht fällst musst du so schnell wie möglich heiraten das geht so nicht entweder oder wie das rauscht mein Gott meine Ohren my ears my ears are platzing mitten auf der autobahn oder was das boah unbelievable reza am rauchen am rauschen am rauchen am rauchen am rauchen wo ist muslim feiter wo ist der muslim gottsegen hallo grüß dich gottsegen 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 dankeschön euch auch ich finde ich finde der resa hat ein bisschen zu viel angegriffen das problem ist wir wissen ja auch nicht seit wann er jetzt gläubig ist wann er jetzt zum herrn gefunden hat er sagt ja seit vier jahren geht das jetzt so aber seit wann hat er zum herrn gefunden das ist das ist die frage weißt du bestimmt schon seit ein zwei jahren oder was seit dezember meint achso okay seit dezember ist ja noch nicht so lange ich denke da muss man denen einfach nur sagen dass er jetzt einfach forgot jetzt wie der resa gesagt hat aber das ist richtig du hast das richtig gesagt das bisschen zu übertrieben gesagt ich denke das ist ein bisschen manchmal falsch wenn man das ist natürlich besorgt weil der herr ihn natürlich aus dem leben reißen kann das ist natürlich schade der herr kann bei solchen sünden den menschen dann aus dem leben nehmen damit die das vielleicht verdirbt aber die seele gerettet wird so wie es im ersten korinther brief mit dem der korinther gemeinde war als der sohn dem sein fleisch verdirbt aber seine seele am ende gerettet möchtest noch was wissen mein lieber ich habe eine frage ich will wissen wie ihr das sieht also blut jesu christ der abend mal ist das also deine meinung zum beispiel ist das symbolisch oder ist das beim gebet schon so dass ihr dann denkt dass das blut jesu christ ist wie seht ihr das symbolisch gesehen wir trinken doch nicht wirklich das blut jesu das dient ja dazu immer das abendmal dieses gedenken an den jesus christus zu halten der hat ja auch nicht in seine seite gestochen hat so eine schüssel oder was und hat gesagt das ist mein blut jetzt trink mal ein bisschen und dann hat er sich ein Stück von seinem fleisch abgeschnitten und hat gesagt hier ist mein fleisch jetzt so kommen die muslimer auf den gedanken so so heftig nein der jesus christus hat brot gebrochen und weiß ich was sie da eingeschenkt haben ich glaube zur damaligen zeit alkoholfreien wein oder was war das also in der bibel steht das brot symbolisiert ja sein sein das ist ein symbol für sein leib aber blut ist ja die der neue bund mit jesus und wer es zu sich nimmt der lebt auch für ewig steht das ja genau wenn du den neuen bund mit dem herrn also der herr wieder mit den neuen bund eingegangen ist und du dich dazu bekennst dass jesus christus stellvertretend für dich gestorben ist und am dritten tag auferstanden ist und dass du das geschenk der gnade für dich in anspruch nimmst kannst du am abendmal teilnehmen und nicht unwürdig dahin kommen so wie es etliche andere getan haben und der herr sich dadurch gezüchtigt hat und aus dem leben genommen hat denn der herr mag es nicht wenn du unwürdig zum abendmal kommst so steht es auch im etwas größeres als nur symbol hinter dem blut was was wir jetzt im abendmal zu sich nehmen sage ich mal ja weil symbol das das abendmal an sich ist ein symbolischer akt aber die geistige nahrung dahinter ist natürlich nicht symbolisch weil wir wissen dass der herr jesus wenn er sagt mein bleib ist das brot das heißt also der nimmt bezug auf die manna was manna vom himmel herunter kam in der wüste als israel hunger hatte und dadurch wurden die gesättigt dass das das brot des himmels was von himmel herunter kommt um dem menschen das leben zu geben ist der jesus christus sein leib was er am kreuz für uns hingibt und das blut was daraus fließt dieser akt gibt uns das wahre leben das ewige leben so dass wir schuldenfrei davon kommen und das wird in der in der akt des brot brechens symbolisch dargestellt damit wir immer daran denken was der herr jesus für uns getan hat und wenn der jesus sagt ihr müsst mein fleisch essen also das manna brot essen und das blut trinken heißt das ihr müsst das in euch wirklich aufnehmen nicht nur ein bisschen schmecken und dann wieder ausspucken es gibt leute die kommen halbherzig zum christentum oder zum jesus und die sind die leute die nur schmecken aber nicht runterschlucken das heißt der jesus wird nicht eins mit ihnen der geht nicht in sie hinein und wohnt nicht in ihnen sondern er bleibt so etwa draußen zwar schmecken im mund aber auch wie kaugummi und dann kannst wieder ausspucken aber du nimmst das nicht in dir auf und das sind die leute die nicht wieder geboren sind genau das ist ja geistliche was man muss das ja auch geistlich als blut jesu sehen also nicht als wein sehen das war das ist halt sehr wichtig ja also es ist ein erinnerungsakt das abmahl ist ein erinnerungsakt was der jesus von uns möchte dass wir so oft wie möglich tun damit wir immer wieder daran erinnern was er für uns getan hat damit wir eben uns immer wieder so oft wie möglich daran was es gekostet hat dass wir das ewige leben jetzt haben das war nicht einfach billig eine billige bezahl methode dass durch den alltag kommt das immer wieder dazu dass wir das vergessen geraten und durch das abendmahl soll das eben nicht in vergessen geraten damit wir eben wirklich immer geistig da sind also wirklich geistig wach gut ich danke dir auf jeden Fall für deine arbeit dass du dich einfach hinstellst und die aufklärung so machst leser danke dir für deine antwort nicht so danken alle danken amir ich erkeute dich seit abk zeichen muss ich ehrlich sagen da habe ich ehrlich gesagt auch mit gelacht weil ich dachte du machst erst mal so witze und irgendwann mal habe ich gesehen dass die sachen die du sagst auch tatsächlich stimmen ich danke dir für deine arbeit mach weiter so bleib im herrn gottes segne mich gottes segne Jesus an befohlen haben wir bist du albaner geworden du siehst ich bin ein prinz mein name bedeutet ja aber das ist die albanische version von dir mein vater ist könig ich bin prinz und mein vater ist könig das ist mein kleid was der herr mir dann gibt ja aber der herr hat ja nicht gesagt du sollst jetzt auf einmal so bisschen südländische grüne augen haben so bisschen dunkler wie albaner du siehst aus wie wie albaner ich hab blaues blut du sollst iraner bleiben iranischer fritz nicht albanischer prinz werden ich bin aria albaner bleiben albaner iraner bleiben iraner ja genau bin amir siehst aus wie dieses dings game of thrones oder wie heißt das ich bin gerade auf dem weg richtig da dings zu machen einen ritterlichen schlag dritter schäger wo haben wir hält den strumpf aus das erinnert mich auch an die drei musketiere bisschen auch drei in eins alle für einen einer für alle der jesus für alle wer wird für uns gehen sagt der her jesus ich gehe also einer für alle wer wird für uns gehen sagt gott mehrere personen innerhalb der gottheit wer wird für uns gehen jesaja und der jesus sagt ich gehe ich wundert mal der jesus einer für alle einer für die dreieinigkeit und die dreieinigkeit für den jesus christus einer für alle alle für einen dreieinigkeit das ist die drei musketier geschichte gestohlen von der bibel hallo gottesegen und zwar weil wir eben gerade nochmal gesprochen haben über sünde und zucht und dieses thema weil in der bibel steht ja wen der herr liebt den züchtigt er wie genau oder wann setzt die zucht ein sozusagen weil wir auch nach der bekehrung sündigen wir natürlich aber es wird natürlich deutlich weniger weil wir uns danach richten nach gottes geboten so zu wandeln und der heilige geist erinnert uns ja auch immer daran was wir falsch gemacht haben sozusagen oder ja und ja wenn du zu viel für ihn dann in dem Moment dann gesündigt hast dann entscheidet der her dass du dann aus dem Leben gerissen wirst also so wie es im Korinther auch der Fall war als der junge Mann der mit der Frau des Vaters diese Sache begangen hat Bezüchtigung des Herrn setzt spätestens dann mein lieber Olli wenn du ermahnt worden bist durch Brüder wenn du nicht auf die Ermahnung hörst das ist die letzte Chance von der Sünde so los zu lassen wenn du nicht darauf hörst dann erst kommt dann die die strafe die züchtigung der Herr aber lässt dich ermahnen vorher noch einmal sobald du merkst dass da irgendwelche Brüder an dich ran täten und sagen du sollst das nicht tun du sollst dies und jenes nicht tun du damit aufhören musst du sofort hellhörig werden das heißt du siehst in dem moment der heilige geist schickt gerade brüder zu mir um mich zu warnen ich weiß ich weiß ich danke dem bruder ich wollte aber warum diese eine sache jetzt wieso hatten wir dann der heiligen geist in der eine sprach aber alles gut ok was du hast du nicht verstanden hast damit die auch was davon geist nutzen davon haben aber ich wollte auch an die Zuhörer noch mal einen Appell richten dass es nicht so gemeint ist dass wir bei jeder Sünde gezüchtigt werden weil wir wiedergeborenen Christen sollen ja auch nicht in Sünde leben und bei jeder Sünde gleich denken dass wir eine Zucht bekommen das wäre ein Leben in Angst sozusagen wir sollten schon den Fotofokus darauf setzen dass wir uns nach den Geboten des Herrn richten Aber der Herr Kopf wie wir denken und wenn wir da jetzt wahllos irgendwie drauf lossündigen würden dann würde er natürlich die Zucht ansetzen Ja genau Der Herr entscheidet wann er selber dann ansetzt und mein Bruder hat ja gerade gesagt wenn jemand dann sozusagen ermahnt worden ist dann kannst davon ausgehen dass der Herr dann selber aus Liebe heraus zu dir dann Züchtigung ansetzt Ja Ja Okay mein Lieber Ja Okay das war's erstmal Ich danke euch mein Lieben Gott segne euch Ja Wie gefällt euch Dr. Cowboy Abu Amir El Chapo Abu Amir Sie aus wie Kokain Cowboys Kokain Cowboys Ja es ist so krass das ist so heftig Islam widerlegt in 60 Sekunden warte ähm ähm Warte was so war's glauben an Jesus Christus jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungs Index eine Rangliste der 50 Länder in denen Christen am stärksten verfolgt werden dies sind die fünf Länder in denen Christen die meiste Verfolgung erleben Platz fünf Pakistan alle pakistanischen Christen leiden an systematischer Diskriminierung so werden gerade als niedere und dreckig angesehene Jobs durch die Behörden für Christen sozusagen reserviert die Mitglieder traditioneller Kirchen haben zwar relative Freiheit in der Ausübung ihres Glaubens werden jedoch stark überwacht Gemeinden die öffentlich arbeiten und in der Jugendarbeit aktiv sind erleben deutlich stärkere Verfolgung durch die Gesellschaft es kommt immer wieder zu gewalttätigen Angriffen auf Kirchen Christen und ihren Besitz im Schnitt werden jeden Tag zwei Christinnen entführt oftmals vergewaltigt und zwangsverheiratet und so zur Annahme des Islams gezwungen das berüchtigte Blasphemie Gesetz gibt muslimischen Extremisten die Möglichkeit religiöse Minderheiten und so auch Christen massiv unter Druck zu setzen ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann mit der Todesstrafe geahndet werden aber selbst bei einem Freispruch kommt es vor dass Extremisten den Beschuldigten nachsetzen und selbst Justiz üben ist das ist das nicht peinlich und ein Armutszeugnis für Deutschland diese Religion überhaupt hier Fuß fassen zu lassen sagen wir mal jetzt bitte ehrlich aus dem Herzen jeder der das so mit anhört was die muslimen in den Ländern wo sie dominierende religionen sind was sie mit den andersgläubigen so machen wie heftig wie heftig und zwar auf Grundlage der islamischen schriften das ist ja das krank an der ganzen Sache es ist nicht mal so dass diese Leute den islam falsch verstanden haben es ist so dass sie den richtig verstanden haben und genau das umsetzen was Allah und Mohammed von ihnen verlangt das ist das unterdrücke Juden und Christen alle andersgläubigen lasse Allahs Wort am höchsten stehen unternehme die Beseitigung jeder Rechtsform jeder staatlichen Rechtsform wenn du die Möglichkeit dazu hast und ersetzen sie durch Scharia absolut krank und hier in Deutschland das müsst ihr euch mal geben wie trau ich muss immer wieder darüber nachdenken Kirchen werden durch Polizisten geschützt Synagogen werden durch Polizisten geschützt andere Gotteshäuser werden durch Polizisten oder was auch immer geschützt welche Religionsgemeinschaft werden nicht von der Polizei geschützt und sie brauchen auch keine Furcht zu haben ihre Gotteshäuser wenn ich die Macht hätte ihr wisst gar nicht was ich getan hätte wenn ich die Macht hätte der Pakt von Omar wäre sofort an Tagesordnung nur die islamischen Schriften an euch praktizieren sofort morgen heute noch wenn ich die Macht hätte würde ich sofort eine Fernsehsendung ausstrahlen live sofort ausstrahlen alle Menschen sollen das sehen ich würde euch vor die Wahl setzen so wie es Omar eben Al-Khatab getan hat werde den Vertrag von Omar einmal umändern und genau das euch antun was er den Juden und Christen angetan hat das würde ich tun sofort von morgens bis abends war Humsa Riron den ganzen Tag und bei den Dauerteams würde ich am ersten anfangen bei allen Dauerteams alle die aktiv ihr Werbung für den Islam machen und sagen ihr Islam ist Frieden und die Muslime also die Nicht-Muslime versuchen von Islam zu überzeugen die kommen zuerst als allererstes sind die dran sie dürfen dann eine eigene Kostprobe von ihrer eigenen Religion bekommen weil die so schön ist weil das die schönste Religion aller Zeiten ist nur diese Religion nur das was ihr da anders antut das sollte man so wie ihr ihr wollt ja auch so behandelt werden ja genau möge Allah hatte ich recht dann was das einzig was zu sagen einen wunderschönen guten Tag an allen hier ich hab mal kannst du dir bitte was anhören hör dir mal was an und dann gucken wir mal weiter sie hat die sexuelle was hast du gesagt was hast du gesagt wie peinlich diese Leute sind das ist das sie haben sie haben große Angst weil sie weil das Internet alles zur Verfügung stellt und sie genau wissen dass der Islam so eine unterdrückerische Religion ist dann brauchen sie sich auch nicht zu wundern dass so dass irgendwelche Staatsformen den Islam auf Grundlage der islamischen Schriften die Muslime dann bekämpfen werden das ist das krasse die Muslime haben ja die Möglichkeit ihre geistliche Freiheit durch Aufklärung wieder zu kriegen und zu sagen oh mit dieser Religion möchte ich nichts zu tun haben sie ist unterdrückerisch ich möchte selber nicht so behandelt werden und dann können sie ja austreten aus der Religion aber solange sie drinnen bleiben geben sie den islamischen Schriften recht und dann dürfen sie auch nicht wundern dass es Staaten gibt die dann aufgrund der islamischen Schriften bekämpfen werden so ist es entweder du siehst den Wahnsinn dahinter und kommst da raus oder du sagst ja zu den islamischen Schriften aber dann musst du auch damit rechnen dass es Menschen gibt oder Staatsformen gibt die den Islam und die Muslime dann in ihre Schranken weisen das Platz 4 Libyen Christen aus dem Ausland sind der ständigen Gefahr ausgesetzt Opfer von Entführungen Versklavung Vergewaltigung und Mord zu werden nahezu alle einheimischen Christen sind ehemalige Muslime sie stehen unter immensem Druck von Familie und Umfeld zum Islam zurückzukehren jeder der seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht das Evangelium weiterzugeben riskiert verhaftet zu werden Platz 3 und was machen die Dauerteams hier sagen den Ganztag Jesus ist nicht Gott Demokratie zur Hölle mit Demokratie Grundgesetz nur so lange bis wir die Oberhand haben Jesus ist nicht der Sohn Gottes Bibel ist verfälscht eure Bibel kann man sich mit den Hintern abwischen schaut euch das an schaut euch das an wo wir gelandet sind schaut euch das an ich glaube nicht was haben wir denn hier schönes ? Ja . so das Ja so wie Z Z Z Z Z Z Das ist eine Art von Alfaas Abishuja, Volume 1, von Al-Khatib Al-Sharbini, Shamsuddin. Band 1, Seite 154. Was können Muslime machen mit der Tora und dem Evangelium? 55. I will provide the download link for this book and the website islamweb in the description box where the Imams and Shuyukh teach Muslims to clean their butts with pages of the Torah and the Injil. This is very christian. Und dann können ja die Muslime sagen, wir respektieren alle Religionen, das Judentum, die Christen, das Christentum und alle Religionen muss man respektieren. Und dann sehen wir auf einmal, wie die größte Universität der Welt von den Muslimen, die Al-Azhar-Universität, den Studenten beibringt, sich mit der Tora und dem Evangelium den Hintern abzuwischen, weil die sowieso verfälscht ist. Das ist absolut krank. Absolut krank. Das ist Islam in seiner reinsten Abscheulichkeit. In seiner reinsten Abscheulichkeit. Christen stehen im Fadenkreuz der islamistischen Al-Shabaab. Wenn sie entdeckt werden, werden sie häufig auf der Stelle umgebracht. Al-Shabaab will die Scharia, das islamische Recht als Grundlage für das Leben in Somalia durchsetzen. Doch nicht nur militante Extremisten agieren als Verfolger. Auch die Familie und das soziale Umfeld von Christen setzen ihnen nach, wenn ihre Abkehr vom Islam bekannt wird. Wahnsinn! In jedem Bereich sind Konvertiten Lebensgefahr ausgesetzt. Und das ist das Schlimmste. Hier in Deutschland, wo der deutsche Staat eigentlich rigoros dagegen vorgehen müsste, alle Moscheen eigentlich schließen müsste bei so einer Religion, weil sie ihre eigene Rechtsprechung haben, machen sie es nicht. Warum? Warum? Sie wissen doch, was der Islam in den islamischen Ländern macht. Wo will man also, dass der Islam hier Fuß fasst und das genauso hier macht, oder was? Und dann nicht nur wir werden dann zur Rechenschaft gezogen, sondern auch die Euro-Muslime, die hier leben und sagen, Islam ist Frieden. Das ist ja das Kranke. Ein gewöhnliches Kirchenleben ist in diesem Klima undenkbar. Platz 2. Afghanistan. In Afghanistan gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft aufgefasst. Wie viele Afghanen sind denn hier seit dieser ganzen Flüchtlingswelle? Und machen auch noch Werbung für den Islam. Habt ihr gesehen? Islam ist wunderschön, aber fahren nicht zurück nach Afghanistan, um Islam zu praktizieren. Wahnsinn, ne? Und machen hier weiter. Sie sind also vor dem Islam geflohen und sagen, Islam ist wundervoll, Islam ist schön. Habt ihr was Verstörenderes als das gesehen? Ich verstehe das nicht. Diese Leute, sie stehen unter Mind-Control oder was ist das? Guck mal, der haut sogar mein eigenes Bild ab. Dr. Sheikha, ich kann das auch nicht mehr tragen. Der haut einfach ab. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist einfach weg. Der geht einfach weg. Zack. Tschüss. Aber so ganz langsam, ne? Ich tu mich raus, was der so drin ist. Das ist... Das ist so krank, das ist so krank. Ah, da bin ich wieder. Guten Morgen, arme Spielzüchter. Hallo, wir haben gerade ein ernstes Thema. Du siehst, dass über Millionen von Christen gerade weltweit verfolgt werden. Aufgrund dieser Sekte namens Islam. Und die Muslime hier das nicht begreifen wollen, ne? Stell dir mal vor, das würde man denen antun. Ja, dann wäre das auf einmal unmoralisch. Ähm, Amir, äh, wegen letztens, äh, du meintest, ich soll die Quelle richtig benennen. Das war die Sura 287. Äh, warte, wenn ich mal raustappe, ich, äh... Sura 287. Es gibt nur 114. Äh, Sura 287. Hast du nicht gehört? Was? Sura 287. Sura 288? 187. Sura 288. 187 genau das war mit diesen dass die werden in der fastennacht halt bingibanger machen können bis man halt den weißen vom weißen beweisen vom schwarzen faden deutlich unterscheiden können also der vers besagt dass man während der fastenzeit fastennacht auch mit der frau halt mehr beischlaf ausüben kann bis man den weißen vom schwarzen faden unterscheiden kann was für eine anleitung sehr sehr schön ich habe gerade ganz weit rausgetappt ich dachte du hörst mich noch ich wollte vorlesen aber klappt alles klar ja ich wollte das noch mal sagen das war auf jeden fall die sorde 287 das könnte auch mal alle nachschlagen würde ich nicht gerne machen und die familie betrachtet es als eine frage der ehre diesen christen zu beseitigen nicht selten wird die abkehr vom islam als geistige krankheit angesehen als geistige krankheit als geistige krankheit wird es angesehen wir sind also geistig krank wir sind verwirrt die den islam in frage stellen und verlassen unglaublich was der islam den islamischen ländern angetan hat ich verstehe das bis heute nicht mehr dass die menschen da nicht aufwachen und sagen wie gefährlich der islam ist wie gefährlich die anhänger des islams sind in denen christen deswegen in eine psychiatrische anstalt eingewiesen wurden jegliche veränderung im glaubensleben eines afghanen wird wahrgenommen und gemeldet aus diesem grund bleibt konvertiten häufig nichts anderes übrig als den wohnort zu wechseln wer sich auch nur mit anderen religionen beschäftigt und dem verdacht steht den islam verlassen zu haben kann mit dem tod bestraft werden platz 1 nordkorea das regimen des staatsführers kin jong un verfolgt christen gezielt und mit aller härte zehntausende christen sind in grausamen arbeitslagern als angeblich gefährliche staatsfeinde inhaftiert der besitz einer bibel kann für die gesamte familie tödlich enden doch die gemeinde im untergrund wächst unerführlich weiter und immer mehr nordkoreaner werden nachfolger jesu mehr informationen zu der situation von christen in ländern des weltverfolgungsindex und hintergründe zu methodik daten und details gibt es auf der webseite zum weltverfolgungsindex www.opendoors.de weltverfolgungsindex absolut krank und die sind hier ne muss ich euch mal vorstellen millionenfach absolut krank ne absolut krank ein kalifaden entstehen hier guck mal hier guck mal und sagen dass der islam niemals mit dem schwert verbreitet wurde dass die menschen zum islam gezwungen wurden guck mal hier der islam wurde durch das schwert verbreitet der islam wurde also die scharia wurde durch das schwert etabliert siehst du sie haben kein problem die implementation des scharia wurde durch das schwert die implementation des scharia wurde durch das schwert da gab es eine Zeit, in der wir in der wir in der wir in der türkene nennen gab es keine muslimer jetzt redet ihr über türkei ihr türken jetzt redet ihr über die türkei als die araber in euer land eingefallen sind und eure vorfahren massakrierten auseinandergenommen haben und ihr heute muslime seid das waren alles diese ganzen sahaba und so es war kein resultat von dawa es war das resultat des schwertes ihr wurdet alle nacken therapiert eure vorfahren und ihr wart und seid heute muslime jihad jihad die muslime kamen also mit dem schwert und haben die menschen zum islam gezwungen so wie es muhammad befohlen hat mir wurde angewiesen die gesamte menschheit zu bekämpfen bis sie la ilaha illallah sagen erst dann habe ich aufgehört mein schwert in ihre brust reinzustecken ja helftig ne absolut bösartig absolut bösartig absolut bösartig schon wieder der die 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 nicht mehr aushalten nach dem Vertrag von Omar, ne, Suche 9, Vers 29, und sind da zum Islam konvertiert, ne, durch diese, äh, widerliche Anordnung von Omar ibn al-Khattab, ne, Wahnsinn. Two, for example, Jizia is one of them. Jizia, siehst du? Jizia is one of them. Paying this little taxation out of the people that are not from Islam. Why? Because it's a price they pay for being protected by the Muslim authority. Absolutkeiist ist krank. Absolutkeiist ist krank. Absolutkeiist ist krank. Ah, ha, 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 la. Na, da fehlen einem die Worte. Da fehlen einem die Worte. Dass die Muslime sich auch niemals Gedanken machen darüber. Nicht einen Gedanken verschwenden. Dass ihre Vorfahren so alle abgemurkst wurden und sie heute Muslime sind. Sie verteidigen sogar noch den Islam. Das ist ja das Schlimme. Sie verteidigen da auch noch das Böse. Das ist Wahnsinn, ist das. Genau wie die hier. Warte, rüste ich nochmal. Die Hanna Hansen. Hanna Hansen. Elli Hensen. Hanna Hansen. Wir sind nicht alleine. Auch wenn es manchmal so wirkt. Im Gegenteil. Wir haben sogar das goldene Ticket gezogen. Wie verstörend das jetzt klingt. Dankeschön, danke. Wie verstörend das klingt, wenn man einem echten Schiff zuhört, der die Wahrheit sagt und dann so eine gehirngewaschene Europäerin dann den Islam total hochhebt und so voll schön redet. Obwohl ihre Grenzen zu Österreich die Europäer dann gegen die Osmanen da gekämpft haben und sie zurückgedrängt haben. Absolut krank. Ich glaube, ob du das weißt, Hanna, dass du, wenn du unter Begierde leidest, dass du dir unter Umständen an alle Grimbitz reinhauen darfst, Hanna. Aber der Islam ist ja schön, Hanna. Weil du bist ja eine kritische Person, die dir den Islam hinterfragt, also die alles hinterfragt. Eine kritische Person. Du hast natürlich herausgefunden, dass du alle Grimbitz reinhämmern darfst. Alle Grimbitz. Hier ist das wahrhaftige Geschenk. Im Koran heißt es in Surah 94, in Ayah 5, in Kass 5, verinnern wir allen, was ist genau gemeint? Mit diesem Wort, mit dieser Erleichterung. Ja, was ist denn damit gemeint, Erleichterung? Ich habe mich das wirklich gefragt. Ist das schön? Ist das vielleicht gern? Ja, das war auch sehr viel Erleichterung für Mohammed. Jede Frau zu heiraten und mit ihr zu verkehren, war auch die schönste Erleichterung für ihn. Worausgesetzt, dass er sie wollte. Das war Erleichterung für ihn. Ist das heftig. Und die Frauen waren sehr, sehr eifersüchtig. Mustad Ahmad hat dies 146, muss das sein. Oder 147. Warte, ich guck nochmal. Ja, genau. Mustad Ahmad 157. And the wives of messenger of Allah got together as a result of the jealousy between them. Untereinander waren sie sehr, sehr eifersüchtig untereinander, weil Mohammed sie nicht gerecht behandelt hat. Er war ja natürlich der gerechteste Mensch der Welt. Natürlich. Das passt auch perfekt zu den Hadiths. Der gerechteste Mensch der Welt kann nicht gerecht mit seinen Frauen umgehen. Musnad Ahmad, Hadiths 157. Absolut. Aber Hauptsache, diese Gehirn, welche Musik. Wenn man diese Dunja nicht richtig weiß zu nutzen, dann kann das hier ein sehr kalter und sehr riskanter Ort sein. Ein sehr kalter Ort in einem sehr, sehr schönen und glitzernden Gewalt. Wenn du aber verstehst, du mit Allahs Fakrana und der Allahs Hilfe, kannst diese Welt hier auch sehr, sehr weit benutzen und sie als Einzahlkonto sehen. Und zwar für deinen Gender. Ja, du kommst doch selber gar nicht in Gender. Mohammed stand ja vor den Toren des Paradieses und hat euch Frauen überhaupt da drinnen gar nicht gesehen. Und dann stand er in den Toren des Hölle, hat gesehen, dass die Mehrheit alles Frauen sind. Ja, genauso wie du. Du zeigst ja deine Gesicht, deine Haare, alles. Eine Frau, die Tabadouj begeht, ne? Die in Arroganz herumstolziert, sich nicht bedeckt und so. Islam-konform, ne? Ja, die Begitabadouj, die wird den Geruch des Paradieses niemals riechen. In einer Entfernung von 500 Kilometern ist. Ich weiß nicht, ob diese Leute überhaupt sich einmal hinsetzen. Die sagen auch noch, dass die kritisch alles hinterfragen. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist eine Lüge. Dass du im Kuss bist. Schau immer, dass du reich an guten Taten bist. Ja, schau, dass du immer reich an guten Taten bist. Werden die guten Taten euch ins Himmelreich bringen? Nein, no one can enter paradise through his good deeds. Niemand kann das Himmelreich betreten durch seine guten Taten. Diese Leute haben ja überhaupt keine Ahnung von Islam. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Das ist es, dass du das in Gehirn ist. Und ich glaube, es ist, dass du das in Gehirn noch nicht so gut powiedziert, Die sind die Leute, die Leute, die Leute in der Zeitunen sind. Und jetzt alles in den Gehirn glückst. Sie muss das in das Kind des Gehirn noch nicht so gut sein. Drei schon mal nehm. Ihr es läuft nicht mehr. Du wirst die Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist krank. Das ist so heftig. Ich weiß nicht, ich habe es zu tun mit der verstörendsten Sekte, die es überhaupt hier gibt. Dann gibt es auch noch solche blonden Europäerinnen, die jetzt auf einmal sich da hinstellen und mir was über Islam erzählen. Das ist so geisteskrank. Die guten Taten eines Menschen werden ihn nicht ins Paradies führen. Das heißt, niemand kann das Paradies durch seine guten Taten betreten. Sie, die Gefährten des Propheten, sagt nicht einmal du, o Gesandter Allahs. Er sagte nicht einmal ich selbst. Es sei denn, Gott schenkt mir seine Gunst und Barmherzigkeit. Mohammed selber, der beste Mensch der Welt, fehlerfrei, muss selber auf die Gnade Allahs hoffen. Das ist so krank. Ist das heftig, Leute? Was sagt aber der Herr Jesus Christus? Johannes 11, 25 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird immer hungern. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch vergeben. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben, sagt der Herr. Unterschied wie Himmel und Hölle, ne? Absolut richtig, ja. Gott sei Dank wusste der Herr Jesus Christus, was er tut und wohin er geht. Er braucht nicht die Gnade von irgendjemandem. Wir brauchen die Gnade des Herrn. Wir brauchen die Gnade des Herrn. Er braucht von niemandem irgendeine Gnade, weil er perfekt rein und heilig ist. Das ist der Unterschied. Und da sehen wir, dass er kein Prophet ist. Ich und der Vater sind eins. So wie mein Bruder das auch gerade gesagt hat, ne? Dass Christus Sünden vergibt, in der Kolosser 3,16. Was für ein gewaltiger Vers auch. Er tragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Christus hat es uns vergeben. Wer vergibt denn Sünden, meine Lieben? 3,13. Kolosser 3,13. Sie haben ein Riesenproblem, die Muslime. Oh Gott. Und Jesus ist Gott. So ist es. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht und hat die Schuld auf sich genommen. Wahnsinn. Wie herrlich der Herr ist. Und dann sehen wir Mohammed, der nicht mal weiß. Er braucht die Gnade seines Gottes. Unglaublich. Ich komme gleich wieder hier und nach vorne. Da stand gerade Verstoßverwarnung. Was war denn da los? Ist weg. Komisch. Hä? Was ist denn los mit diesem System? Boah, es war kalt. Boah, Dr. Schecher, aber mir ist kalt. Draußen ist uselisch. Uselisch und uselisch. Uselisch und uselisch. Was ist denn hier los? Waren da irgendwelche Streitgespräche hier in den Kommentaren? Hast du weckt, was ist der Jihad ausgebrochen? Habe ich mir schon gedacht, ey. Was ist denn passiert? Kann mich mal jemand aufklären? Dieser TC Frankfurt. Ja, typisch. Der Name allein ist schon heftig. Programm. Frankfurt. Die trinken hier zu viel Carmelo. Ja, ich glaube auch. Das liegt daran. Sehr, sehr fisch. Viel Lärm um nichts, okay? Der Wal. Achso, der Wal. Nun ist ausgeflippt. Das habe ich auch, glaube ich, da, damit ihr das sehen könnt, dass der Eben Abbas sagte, dass der Wal nun auf dem Rücken, also auf dem Rücken des Wal des Nuns die Erde drauf liegt. Das habe ich nicht mehr. Muss ich gleich mal raussuchen. Vor allem der Dichter, der Arm, ja, was? Metaphorisch in Spezialisten, ne? Ach, da ist mein Hetzerei-Bruder. Ja. Aber jetzt, Mann. Von uns oder von oben? Ich bin nicht von oben. Nur der eine ist von oben. Ich komme von oben, genau. Ich komme von unten, genau oben. Von Bordstein bist du? Skyline. Ne, ich gehe. Ich auspuche. Ja. Es ist nicht schlimm. Ich verbrauche, dass wir den Herrn. Ja, besser, ne? Können wir wieder abends, können wir wieder live gehen, ne? Okay, ciao. Wie cool. Wie war's denn, wie war's denn in Verwarnung? Ja, hab ich gesehen, hat sich hier reingekommen. Aber das wurde schnell wieder, war das Reza, ja, genau. Zeig mal den Schlawiner, ne, den dürft ihr nicht sehen. Der ist inkognito. Ey, kommt mir das gerade so vor, oder ist es wirklich kalt draußen irgendwie? Ich glaube, das kommt von dem Regen, oder was, ne? Ne, der Abo-Hetzerei hat seine Datenvolumen verbraucht. Seine Hetzvolumen hat er verbraucht. Ah, TC Frankfurt TR, äh, was ist das? Hetzflix. Jetzt ist es so schön kuschelig warm hier drin, ne? Boah, richtig angenehm. Ah, wundervoll. Hier lässt sich gut leben. Dr. Sherawame lebt im Auto. Mit seinem eigenen Hintergrund, mit seinem eigenen Bild als Hintergrund, ey. Das ist so crazy, ey. Aber der ist wieder weg. So. Dr. Sherawame ist wieder auf den, äh, News. Na ja, wo ist denn jetzt diese News hin? Ach so, das ist wegen dieser, ja, okay. I understand. I understand. Na, geil. Schein-Argumente, schon wieder der? Semih El-Mahni. Schein-Argumente, der verloren Missionar werden auf YouTube fitzverdammt. Fit? Ah, Hansi-Dauer, ne? Nenn das doch lieber Hansi-Dauer. Nenn das lieber Hansi-Dauer. Du verstörter Typ, ey. Der Arme, wie verzweifelt der ist. Wie verzweifelt der ist, weil sich kein großer von denen traut, dagegen etwas zu sagen. Da muss der jetzt gucken, dass der Hansi erwähnt. Das ist der, glaube ich, selber sogar. Hat das kopiert. So eine kaputte Seele, ey, heiliger Bernhard. Geh mal zu deinem heiligen Bernhard. Geh mal, bitte. Geh mal. Ihr seid am Ende, wo der Typ vor den ganzen Leuten lügt und sagt, ich habe nicht die Busen gegeben. Das steht nirgends wo. Oh, dreckig. Oh, dreckig, diese Lügerei. Oh, dreckig, diese Lügerei. Ja, das ist das. Wenn die sich schämen, im Grunde ruhen. Dann ist das so, ne? Oh, ist das schön angenommen. Okay, Sammy, wir haben es verstanden. Okay, Sammy, okay. Okay, okay. Kein Problem. Ich bin da, Sammy. Mach dir keine Sorgen. Erstens sind wir nicht verlogen. So wie eine Religion, die in Suche 3, Vers 28 sagt, dass man nicht Muslime anlügen darf, betrügen darf und das wahre Gesicht des Islams verstellen darf. So verlogen. Und zweitens, weißt du schon, was hier abgeht. Da brauche ich nicht mehr weiter zu sagen. Oh, danke. Vielen Dank. Der Arme hat dies die Vamuti, ey, was? Wem meinst du, der Arme? Was ist dein schönster Vers, Amir? 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns aneinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Die läuft ja einfach mit Rock rum. Ich gehe kaputt. Haram alaikum an alle Monotheisten. Ja, mir geht's ganz gut, danke. Ich hoffe euch auch. Hallo mein Lieber, Gott segne dich auch. Äh, ich würde mich auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken. Äh, wegen dir bin ich, äh, zu meinem Glauben nähergekommen. Äh, ich würde mich bei dir bedanken auf jeden Fall. Äh, und schritt ist... Wie bitte? Was habe ich denn gemacht? Also wegen dir bin ich schon zu meinem Glauben nähergekommen, so. Welchen Glauben denn? Er lebe ich es lang. Und zwar, wie denn, zum Beispiel? Äh, ja, durch die Videos, äh, wie ich hier sehe, so. Videos? Wie, den du jetzt? Also die Live-Shift, die Videos. Oder wie meinst du das? Nähergekommen zu aller Schienenbeinen, oder was? Nee, nee, wie ich sehe hier, wie, äh, wie, äh, wie, 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 wie respektlos hier die anderen Religionen, äh. Habt ihr das gerade gehört? Wie respektlos? Obwohl ich ihm gerade gezeigt habe, dass seine eigenen islamischen Gelehrten sagen, man kann die Seiten der Tora und dem Evangelium rausreißen und sich den Hintern abwischen. Habt ihr was Verstörenderes als diese Leute gesehen? Es ist denen völlig egal. Du kannst, du kannst den Kacke mit Urin da drauf machen und den geben die Essen trotzdem. Das ist das. Und sagen, oh, wie lecker. Kacke mit Urin. Man sollte jeden respektvoll behandeln, man. Das ist schon wieder. Man sollte jede Religion respektieren. Sie haben Durchzug hier drin. Hier oben ist nichts mehr. Das ist nur Durchzug. Das ist einfach nur Durchzug. Sie sind am Ende, Leute, am Ende. Nicht nur er, sondern millionenfach ihr. Aber ich habe noch eine Frage. In der Bibel steht doch, man sollte... Da musst du selber schmunzeln. Da musst du selber lachen. Wo ich recht habe, habe ich recht. Das kann nicht wahr sein, was ich alles zeige. Und dann sagst du, du hast mich näher gebracht. Also hast du dich bewusst... Dann hast du dich bewusst entschieden, behämmert zu sein. Das kannst du keinem erzählen. Nein, auf jeden Fall in der Bibel steht, man sollte alle Religionen respektvoll behandeln. Wo steht das? Wo steht das in der Bibel, alle Religionen respektvoll behandelt? Zeig mir das bitte. Also generell die Mitmenschen sollte man respektvoll behandeln. Ah, Menschen. Aber doch nicht ihre Ideologien. Ja, aber nee, wie du die Menschen behandelst, finde ich ein bisschen unkorrekt. Sag ich dir ehrlich. Und zwar wie denn? Wenn ich ihnen die Wahrheit ins Gesicht sage? Ja, aber das ist doch im Endeffekt der Glauben von den Menschen. Weißt du, du kannst ja nicht aus dem Kopf verdrehen. Ja, aber man muss doch über gewisse Dinge sprechen, weil der Islam ja das Christentum erwähnt und das Judentum und Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein, muss man das doch klarstellen. Und sagen, hör mal zu, dieser Allah, der behauptet zwar Dinge, aber das entspricht nicht den Tatsachen. Dieser Gott hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Der gibt sich einfach aus als der Gott der Bibel. Könntest du vielleicht den Samet mal reinholen? Wen? Der Samet, da können wir auch nehmen. Wer ist Samet? Der Samet, der war auch gestern drin. Was ist das? Der Mischteg. Ach, der Samet. Ja, guck mal, was der zu Samet. Hallo, Amil. Hallo, Samet. Samet. Also, da sind wir mal wieder, ne? Fangen wir mal wieder wie bei gestern an. Oh, ne, danke schön, das reicht mir schon mit dir. Das reicht mir schon mit dir. Fangen wir schon wieder an, ja, das ist grausam. Da fangen wir schon wieder an, da habe ich keinen Nerv für, ey. Darauf habe ich keinen Nerv, mein Lieber. Nix, bitte nix machen, diese. Nix, bitte machen. Ich nix habe Lust auf diese. Samet. Auf Kindergartenniveau und dieses ganze behämmerte Zeuge habe ich keinen Nerv, komm, bitte. Verschon mich doch mal, bitte. Hab doch Gnade an mir, Mann. Hab doch Gnade, bitte. Bitte, bitte, bitte. Samet, bitte, hab Gnade an mir. Amil, warum kriegst du mich die ganze Zeit immer raus? Weil ich weiß, dass das nur zum Kindergarten guckt, guck, was ich sage, guck jetzt, guck. Warum im Kindergarten habe ich, ich habe doch gestern auch gar keine Beleidigung und nichts, kein nichts. Ich habe nichts gesagt für Beleidigung, guck mal, was du jetzt sagst, was möchtest du uns sagen, guck. Erstmal, hallo, so, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. So, erstmal, fangen wir mal an. So, wie zwei erwachsene Männer reden hier, ne? Ganz normal, irgendwie, ohne böses Blut, ohne gar nichts. Ich bin ja nicht auf irgendwas Böses hinaus. Mein Ziel ist es ja, dich in den Islam wieder reinzubringen. Ah! Ja, lach's mal. Hör auf damit, hör auf damit. Hör auf, hör auf. Ich kann nicht mehr. Da fänd's doch schon wieder an, das kann nicht wahr sein. Da ist schon wieder Kamelurin mit Urinkot und alles gemischt. Ich stelle mal eine Frage, ich stelle dir mal ein paar Fragen. Wärst du bereit, ha! Wärst du bereit, Rasulallahs Kacke und Pipi zu trinken, so wie die Sahaba das getan haben? Astagfirullah, hör auf damit. Ich kenne dich jetzt mal, wenn ich dir das zeige, machst du das dann auch? Das stimmt nicht, nein, mach ich nicht. Aber guck mal, ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen, ja? Nur ein paar. Und danach kommen wir zum Schluss, okay? Ich habe jetzt gerade was gefragt, das stimmt. Und das ist auch nicht passiert. Es stimmt nicht, nein, das stimmt nicht. Okay. Da fängst du doch, das stimmt nicht. Ich sage, das stimmt nicht. Und ich sage noch was. Ich sage nur eins. Dieser Mensch, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dieser Mensch, das ist der beste Mensch auf dieser ganzen Welt, der überhaupt hier existiert hat und existieren wird. Also wenn ein Mensch, ein sechsjähriges Kind heiratet und in neun Jahren mit ihr schläft, die mit Puppen spielt, ist das der beste Mensch, ne? Ja, aber die Zeiten von früher kannst du vergleichen mit den Zeiten von heute. Ah, okay, also da sie noch nicht ihre Menstruation hatte, akzeptierst du einfach so, ne? Okay, eine Frage, wo die ihre Menstruation hatte, hat der mit dir Sex gehabt? Äh, die hatte bis 16 nicht ihre Menstruation. Ne, ey, das ist so ne, ey, guck mal, ne? Das stimmt nicht, das stimmt nicht zum Beispiel. Das ist einfach wieder... Wenn ich mir das beweise, verlässt du den Islam? Nein. Ja, dann auf Wiedersehen. Ja, was, nee, auf Wiedersehen, hey, wir sehen doch mal. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Weil du verlässt überhaupt gar nicht den Islam. So, Bähmann. Der akzeptiert ja alles. Das ist ja das Schlimme. Keinerlei, nix. Also du kannst ihm sagen, dass der Typ in deinem Kopf A-A macht und er sagt, oh ja, gerne, der kann alles machen. Moin, moin. Hallo, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Dich auch. Danke. Bruder, ich hab nur eine Bitte an dich. Hör auf, die ganze Zeit so viel Hass zu verbreiten. Guck mal, du machst, auch wenn du ein Christ bist, ne? Ich hab sehr viele Freunde als Christen. Aber du wieder... Oh, bist du, ne? Ich bin ein Muslim, ja, Alhamdulillah. Warte, dann bist du gerade raus aus dem Islam. Auf jeden Fall. Danke. Wenn es deine Meinung ist, ist es so, meine Meinung. Was sagt dein Gott Allah in Sura 3, Vers 28 und Sura 4, Vers 28? Okay, auf jeden Fall, du widerspiegelst gerade deine Religion, indem du Leute beleidigst, Propheten beleidigst. Boah, mit dir, ich beleidige, indem ich sage, das ist vielleicht nicht mal deine Religion, vielleicht ist es auch deine Erziehung, die du genossen hast. Ach so, soll ich mit dir so reden? Wenn du stolz bist auf den Islam, kippen, beißen mit mir, erst aufs Wasser. Wenn ich mit der Schlachterbibel anfange, dann höre ich gar nicht mehr auf. Hallo, 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 soll ich dir mal so reden? Soll ich dir mal so reden? Hallo, hallo, hey! Von der Kuh ganz, ganz weit unten, also verziehen. Ganz kurz, ich zeig dir mal ganz kurz was. So, jetzt setzt du erst mal ein bisschen Luft an und dann hörst du zu. Ja? Soll ich lieber so mit dir reden? Wenn du stolz bist auf das, was im Islam drin ist, geh und beiß in den Peenies deines Vaters. Ist das besser für dich, wenn ich so handel wie Mohammed? Oder wenn ich zu dir sage, ja, jetzt ist es daraus. Oder wenn ich zu dir sage, beiß in die Klitt von deiner, du weißt schon was? Guck mal, wie Abu Bakr geredet hat. Geh und beiß in die Klitt von Allah. Das ist so krank. Hier, lutscht die Vulva von Allah. Leute, drei, zwei, eins, jetzt alle zusammen. Danke, Davrina. Komm. Also, komm. Alle zusammen, jetzt. Drei, zwei, eins, jetzt. Alles mal sieben. Urban. Ach, Gottes Segen. Hi. Hast du mich hochgeholt? Du, du hast eine Anfrage geschickt. Ach so, aber ich fahre gerade Auto, das ist versehentlich passiert. Bitte entschuldige. Aber ich war gestern bei dir live, ich wollte dir eine Frage stellen, du hast mich runtergeschickt. Es gibt einen Hadith, den suche ich, vielleicht hast du den, das wäre echt Hilfe. Der Sohn von Abu Bakr sagt zu Uthman, du hast den Koran verändert, du hast Allahs Wort verändert. Das weiß ich, muss ich selber gleich mal suchen. Aber kennst du den Hadith? Hast du schon mal gehört? Ich glaube, davon haben wir es gehört, ja. Kann man ganz schnell finden, Internet ist ja da. Ja, deswegen, ich habe gestern schon gesucht, ich brauche den für die Arbeit. Na gut, alles klar, Gottes Segen, ich höre dir zu. Gottes Segen, mein lieber Gottsegen, ich höre dir zu. Danke, dein auch. Wolltest du nicht reinkommen, mein Gottsegen, mein lieber, was kann ich für dich tun? Sei da, wo du mich mal rein, man, ich kann nicht mehr schlafen. Doktor Scheer, komme ich in die Hölle, wenn ich zuerst mit dem rechten Fuß ins Bad gehe? Ja, Allah sagt natürlich, dass du mit dem Linken reingehen sollst, aber wenn du es getan hast, dann zeig bitte Reue und bereue, damit du von Allah Vergebung bekommst. Allah or Allah. Ich mache jetzt, ich mache jetzt Abdestring, ich bitte. Hast du noch Fragen an mich? Dann kannst du den nächsten reinholen. Dann hole ich den nächsten rein. Gott segne dich und einfach. Gott segne dich. Hey, nur eine Frage. Hast du eine Psychose oder Schizophrenie oder bist du krank? Nee, kannst du gar nicht. Ich habe gesunden Menschenverstand und den lege ich an den Tag. Aber wie kann das gesunden Menschenverstand sein, wenn du pausenlos nur über Islam redest, pausenlos, hast du keine anderen Hobbys? Heißt das, dass Allah auch verstandslos ist, dass der pausenlos über Christi Warte, 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 die Bibel hat gefühlt, jede zweite Seite einen Widerspruch und du hast da, und du hast da dein Frieden. Hab ich dich in die Ecke gedrängt, du Dummi? Was, du Dummi? Hab ich dich in die Ecke gedrängt, du bist ein Paedo. Ich bin ein Paedo oder dein... Du bist ein Paedo, ja, du bist ein Paedo, genau du bist ein Paedo. Nu, du folgst jemanden, der sowas getan hat. Jede zweite Seite hat einen Widerspruch und er geht zum Christentum. jede zweite Seite hat eine Widerspruch. Ja, jede zweite Seite, sehr viel Sinn. Aber warum redet der Allah die ganze Zeit über das Christentum und Judentum? Was redest du für ein Müll? Man sieht nur, oh, du hast nur Scheinargumente, nur Scheinargumente. Okay, ich danke dir. Raus mit dir, komm. Verschwinde hier raus. Auf Kindergarten hab ich keine Lust. Gar nicht, die Zeit. Also ohne Schahada kann man nicht Muslim sein, ne? Hallo? Hallo? Ja, okay, hab ich doch jetzt nicht schreit. Okay, okay. Aschadu an la ilaha illallah aschadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu. Aschadu an la ilaha illallah aschadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu. Takbir Allahu Akbar. Ach, weiter. Hau zu ghin, hau zu ghin, dein Hass bringt dich nicht weit. Bist du weiter, äh, bist du fertig? Alhamdulillah, Muslim walhamdulillah. Ja, okay, aber du hast Allahs-Sahada ausgesprochen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahkbir, Allah ist der Größte. Allahkbir. Was hast du gesagt? Allahkbir? Und Jesus ist unser Prophet, Alhamdulillah. Wir lieben Jesus. Wir lieben Jesus. Wir lieben Maria. Wir lieben die. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ihr liebt wieder Jesus. Jesus ist unser Prophet, und Alhamdulillah. Wir lieben ihn mehr als alles andere auf dieser Welt. Nein, ihr liebt mich. Merkt euch das. Wir lieben Jesus. Warum hört ihr dann nicht auf diese Worte? Warum hört ihr dann nicht auf diese? Und wir lieben ihn. Alhamdulillah. Das könnt ihr nicht beschreiten. Wir sind Muslime. Okay, gut. Ist gut. Hast du zu viel Kamelurin getrunken, oder was ist los mit dir? Meine Güte. Das ist der geistige Zustand. Das kann doch nicht normal sein. Das ist ja absolut krank. Der war Kamelurin abhängig. Das ist heftig, ja. Wer bezahlt dich? Niemand bezahlt mich. Ich mach das alles freiwillig. Nur damit ihr schön die ganze Sache präsentiert bekommt. Ja, ich setze mein Leben für euch ein. Und das könnt ihr noch nicht mal verstehen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freundin gibt. Und ihr seid meine Freunde. Unglaublich. Ach, Leda ist auch wieder da. Leda, was hast du uns zu sagen? Nur Quatschzeug, nur Blödsinn. So, Leda hast du gefurzt. Was? Oh, danke so viel. Ich hab ne Fahne. Aber nur eine, ne? Oh, danke, Urba. Kannst du die Wahrheit nicht da dran machen? Warum schickst du die Leute immer weg? Das ist voll traurig, was du machst. Ah, das ist... Aber dass du einen Mann verteidigst, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat, das ist nicht traurig, ne? Das ist kein Mann, das ist ein Prophet. Ja, was ist denn ein Prophet? Ich hab gesehen, Babys werden getauft. Warum? Weil Menschen zwar außerhalb der biblischen Befehle. In der Bibel steht nicht, dass man Babys taufen soll. Warum hat denn Mohammed ein Baby gesehen und Heiratsgefühle bekommen? Ich frag dich, warum Babys getauft werden? Hab ich doch gerade gesagt, in der Bibel steht das nicht drin. Aber warum hat... Leyla, Leyla, warum hat Mohammed ein Baby zappeln sehen? Leyla, noch einmal, dann gehst du raus. Warum hat... Ich entscheide mich, ich geh raus. Ciao. Okay, dann ciao. Dann auch eine. Unglaublich. Unglaublich. Boah, ist es so kuschelig warm, ne? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Wie geht's? Ex, muss man... Handel Jesus, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich wollte fragen, warum da eigentlich bei Aldi so Arbeit ist. Weil ich immer auf dich warte, wegen Sucuk. Da kannst du viel, viel Sucuk mit Kamelur. Nein, weil auf Ernst, ich hab dich letztes Mal gesehen und ich wollte dir eigentlich Hallo sagen, aber ich hab den Chef gesehen. Entschuldigung. Gott segne ihn und seine Familie. Flieg's? Flieg's schon wieder? Ich hatte eine ganz kurze Sache und zwar eine Thematik mit der Sechsjährigen und den Propheten etc. Und zwar habe ich gerade gegoogelt und zwar 18 oder irgendwas war es normal, dass man mit zwölf geheiratet hat in Amerika und die Sache mit dem... Amerika ist aber nicht dein Prophet, oder? Dein Prophet hat ja diese Sachen von Gott bekommen und Amerika ist ja nicht Gott und Prophet, oder? Nein, damit will ich einfach nur sagen, dass es in der früheren Zeit normal war, sowas. Weißt du, ich meine? Warum haben die in der Zeit von Jesus sowas nicht getan? Ich kenn mich nicht mit Jesus aus. Dann empfehle ich dir heute, dich hinzusetzen, Koran wegzulassen und die Evangelien zu lesen und dein wahrer Schatz zu Gott hinzulernen. Äh, denkst du, es wird irgendwann passieren, dass du zurück zum Islam kehrst? Auf keinen Fall, weil ich glaube niemals an eine Lüge. Niemals! Okay, weil ich sag dir ehrlich, eigentlich, du bist schon so korrekt und so, ne? Aber ich glaube irgendwie, du spielst das so vor, irgendwie... Ich spiele überhaupt gar nichts. Ich bin nur entsetzt über euren Verstand, über eure Intelligenz. Ihr seid so dermaßen in dieser... in diesem... in dieser Religion gefangen, dass ihr noch nichtmals mehr den Wald vor lauter Bäumen seht. Das ist ja das Kranke. Ich zeige euch die übelst heftigsten Dinge, prüfe für euch alles und trotzdem geht das ein Ohr rein, ein Ohr raus. Aber gut, die Schlauen da drunter, die hier jetzt nicht reinkommen, die hören zu und sie entscheiden eine... sie tun eine Entscheidung raus aus dem Islam. Das ist das Schöne wenigstens. Hat sich das wenigstens gelohnt. Auch wenn du es jetzt nicht tust, aber die Leute, die es hören, die werden Nachforschung anstellen und die werden mir dann recht geben. So wie viele andere auch. Okay, okay. Ich komme mal wieder rein, wenn ich eine neue Sache habe, ja? Okay. Schau mal, lieber. Möge der Jesus Christus nicht zu sich ziehen. Nö, aber nöge Allah dich recht leiten. Naja, zwei rechte Hände können mich nicht recht leiten. Die können mich höchstens rechts leiten. Rechts! Schönen guten Tag, der werte Herr. Schönen guten Tag. Hier spricht man noch was hier, aber nie. Mit wem bin ich verbunden? Wollte ich mal mit dem Doktor sprechen. Du, ich wollte dich mal fragen. Jo, das kann ich jetzt für Sie tun. Ich habe da so einen Kollegen, der glaubt an so einen Typen, der ist ein bisschen mit schwarzer Magie gefangen. Oh, das ist aber leider blut. Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, sieben Adverdattel am Morgen zu essen und darüber hinaus ein paar frische Gurke und dann wird ihm auch nichts passieren. Das hört sich aber richtig duft an, Junge. Da freue ich mich drauf. Duft, da können Sie ja direkt weitergeben an Ihren Kollegen und dann wird das auch schon gut fruchtend, wenn er das auch in die Taten kommt. Er zieht erst mal eine Knifte, erzähl dich dem Jungen. Mann, das. Backklammer für euch alle. Oh, danke, bra. Lass dir gut gehen. Gott segne dich und deine Familie. Damit stehen wir mit unserem Namen. Doktor Schere Abamez. Wie er lebt und lebt. Wie so ein Siegel, bra. Stempel drauf, bam. Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. What's your flavor? Weißt Bescheid. Ja, jetzt ist er raus. Gypsy Mafia. Zigeunische Mafia. Ja, wenn ich mit ABK... Das ist aber, glaube ich, dann ist Feierabend. Ich glaube, ABK... Hallo Amir. Ich glaube, ABK und ich, wir werden in einem Monat Multimillionär werden. Amir? Oder die würden unsere Shisha-Bars kaputt machen. Ich glaube, im Zweiteren wäre der Fall. Ich glaube, die würden unsere Shisha-Bars kaputt machen. Amir, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Gypsy. Also, es ist so. Ich glaube an gar nichts. Ich bin kein Moslem, kein Christ, nichts. Ich glaube an nichts. Was ich so raushöre bei dir mit dem Islam und so, das ist schon ziemlich heftig, wenn Mohammed da wirklich irgendwie so ein sechsjähriges Kind da geheiratet hat. Hat er ja. Und andere Leute noch an ihn glauben und machen und tun und was weiß ich was. Andererseits muss ich aber wieder sagen, so wie bei die vier Evangelien, da widersprechen sich auch manche Sachen. Das verstehe ich halt nicht. Und zwar? Ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich habe so ein bisschen durchgelesen und alles. Ich muss sagen, ich war früher Christ. Ich habe aber den Glauben verloren, ganz ehrlich. Wie kannst du denn, wie kannst du denn wundervollen, der Jesus Christus weglassen und irgendwie etwas anderes tun? Ja, aber wenn man so sieht, was auf der Welt so alles passiert, Kinder hungern, Kinder sterben. Ja, aber das wollte ja Gott nicht. Das war ein Resultat daraus, weil Adam und Eva und Gott ungehorsam wurden und sterbens wurden in Krankheiten und alles, die in diese Welt kam. Der pure Hass und alles Mögliche. Ja, das kann schon sein, aber andersrum, wie soll ich das erklären? Wenn man dann das Leiden auf Erden sieht, deswegen bin ich, ich weiß schon, ich weiß, ich verstehe dich schon. Wir sind ja nicht dazu bestimmt worden, als Leiden, als Wesen hier auf dieser Erde zu leiden. Wir waren ja perfekt mit Gott im Einklang am Leben und in Gartenrede. So, wir wurden Gott ungehorsam, beziehungsweise die Eva hat in den Apfel gebissen, hat Adam davon auch gegeben. Sie haben die Erkenntnis bekommen und Gott hat sie runtergeschmissen. Sie wurden also sterblich. Und Sünde kamen in die Welt. Gott hat das niemals für uns gewollt. Aber weil wir unseren freien Willen haben, lässt Gott uns auch. Verstehst du, so wie wir freien Willen haben, in Zeiten, in welchen Weg wir gehen wollen, so hat auch Gott das uns gelassen aus Liebe heraus. Amen. Aber was ich halt nicht, was ich halt auch nicht verstehe, das ist halt wie bei Mose zum Beispiel, dass Gott ja dann jeden Erstgeborenen der Ägypter getötet hat. Ja, warum? Als Zeichen, weil der Pfarrer uns nachlassen wollte, ablassen wollte. Er war ja Mose die ganze Zeit voll am Bedrängen und die Israeliten. Und der Gott hat mir gewahrt, macht das nicht. Und da hat er ihm die ganzen Plagen auferlebt. Gott warnt, du hörst nicht auf die Warnung, musst du mit Konsequenzen rechnen. So ist das. Das verstehe ich einerseits, aber andererseits verstehe ich das nicht, wie Gott ja dann Kinder umbringen kann. Er bringt doch keine Kinder um. Er bringt keine Kinder um, mein Lieber. Wenn zum Beispiel... Warte mal, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf das Alte Testament. Mit den kanalitischen Völkern, die um Israel herum anfingen, dem Baal und Moloch ihre Kinder zu opfern. Meinst du, Gott, der das sieht, der lässt das einfach so unstraft davon kommen. Er wird diese ganzen Völkern ausradieren. Das ist das. Okay. Weil Gott gerecht ist und Gott gerecht ist kein Walten ist. Okay. Ja, ich interessiere mich allgemein für alles eigentlich. Wie soll ich jetzt sagen? Ich gehe den Koran durch, ich gehe die Bibel durch, alles. Hoppala. Und ja, ich mache mir halt da selber mein Bild irgendwie. Ja, Gott. Natürlich, dass du wieder zurückkommst zum Herrn und ihn wieder bekennst. Und die noch mehr. Okay. Nee, das war eigentlich nur, was ich sagen wollte. Ich danke dir auf alle Fälle. Gott, danke. Dich auch. Tschüss. Ja, möge der Jesus Christus ihm seine Augen öffnen. Amen. Hallo, Abi. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Du hast dich stumm geschaut. Halt. Wie geht's? Hamduli Jesus. Hamduli Jesus. An den Kollegen von eben gerade, der ungläubig ist. Ich finde es schon mal gut, dass er sich so Streams zumindest anguckt und sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, Gott zieht alle. Also Gott benutzt uns ja auf alle mögliche Art und Weise. Du musst nur dein Leib zur Verfügung stellen. Ich wollte nur eine Sache sagen an die ganzen Muslime hier drin. Ich danke euch dafür, dass ihr mir gezeigt habt, dass Jesus Christus wirklich die Wahrheit ist. Hä? Ich dachte immer, die glauben wirklich an denselben Gott. Bis ich mal auf der Arbeit mit einem geredet habe. Und ich war voll fasziniert davon, dass er so viel wusste. Digga, dann habe ich mir dieses Comicbuch durchgelesen. Und dann dachte ich, das ist ja eine absolute Bullshit. Und Gott sei Dank ist Jesus zu uns gekommen. Und an dem Tag, wo ich mich zu ihm bekannt habe und neu geboren wurde, hat er sich mir in den Wolken gezeigt. Und da wusste ich, es gibt einfach keinen Weg drumherum. Okay, super. Ich hoffe natürlich nicht, dass er dort in den Wolken bestand oder was? Hast du den so in Wolkenform gesehen oder wie? In Wolkenform. Ich habe ihn gefragt, okay Jesus, ich habe mich jetzt bekannt. Ich bin jetzt neu geboren in deinem Blut. Gib mir diesen einen kleinen Funken Wahrheit. Also diesen einen kleinen Funken, den ich immer gewollt habe. Und dann hat er sich mir in den Wolken gezeigt. Und es war einfach das großartigste Erlebnis, das ich je hatte. Hammer, wundervoll. Ja, Mann. Und jetzt, wir haben Kinder, wir haben die getauft. Und seitdem wir mit Gott sind, geht es nur noch bergauf. Es wird immer besser. Und ich hoffe, dass alle auf den richtigen Weg geleitet werden. Ich hoffe, dass alle gerettet werden. Und Jesus vergibt euch. Er liebt euch trotzdem, auch wenn ihr ihn hasst. Wundervoll. So sieht es aus. Amen. Wundervoll. Amir, du machst gute Arbeit. Ich liebe dich. Danke. Alle Ehre dem Herrn. Danke, danke. Amen. Alle Ehre dem Herrn. So sieht es aus. Und wir sehen uns. Okay, mach's gut, mein Lieber. Gottes Segen. So, ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen erledigen. Ich tue euch mal in die Tasche. Ich tue euch mal in die Tasche. Ja, wo ist denn dieser Dr. Scheer hin? Wo ist denn dieser Kleine hin? Wo ist der denn hin? Wo ist der hin? Wir sind immer überall. Wir müssen nicht immer durchschlagen, durch die ganzen Dschungel hier. Durch den ganzen Großstadtdschungel. Ich wohne einfach mitten in der Dings. In der Höhle des Löwen. Dschihadisten, nein. Dr. Scheer, aber mir weiß ich immer zu helfen. Und der Herr ist ja auch da. Und wenn nicht, egal. Dann hat der Herr seine Schützenhand von mir weggenommen. Ist okay. Dann ist das so. Wer so einen Weg wählt, der braucht sich auch nicht zu wundern. Ach du Heiliger Mensch. Alle haben sich schon Sorgen gemacht. Ja, danke schön. Mein Widerspruch wurde nicht genehmigt. Ja, super. Ja, ihr wundervoll. Gott segne euch und eure Familien, ihr Gesegneten des Allerhöchsten, die ihr euch für Jesus Christus entschieden habt. Wundervoll. Ich war überall und irgendwo. Ich musste viel, viel durchmachen. Ich musste viel, viel in diesem Dschungel mich durchkämpfen. Viel, viel. Ja, ich habe hier sechs Live-Sichtbarkeitseinschränkungen bekommen. Oh, danke, Jesus Christus. Er war auf der Toilette. Nee, eine Stunde brauche ich nicht. Eine Stunde ist schon zu heftig. Wir haben eine Moschee. Ja, genau, Freitagspredigt hier. Mitten in der muslimischen Gegend hier. Heftig. Unglaublich. Hier, wo ich bin, ist direkt eine Moschee. Ohne Spaß. Direkt hier schräg gegenüber von, ja? Das ist heftig. Ich muss mal einen Schluck hier nehmen, bevor ich gleich umkippe. Wirklich, ohne Spaß. Genau schräg gegenüber von mir ist eine Moschee. Die kommen gleich rübergerannt. Dann sagt er, guck mal, da ist die... Dann sage ich, nein, das bin ich nicht. Ich sehe dir nur ähnlich aus. Da vorne ist der. Guck mal, da vorne. Da vorne läuft der. Ich hatte das schon mal. Das war heftig. So ein Moslem. Kommt er so zu mir, meint er, bist du, bist du, bist du nicht, hä? Irgendwie kenne ich dich. Sag ich so, kann sein. Ich sehe jeden ähnlich aus. Also wir sehen uns alle ähnlich aus. Wir ganzen Schwarzköpfe. Meint er, nein, aber irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich weiß nicht. Wo soll ich dich unter... Wo soll ich dich zuordnen? Sag der so zu mir. Sag ich so, ich weiß nicht, mein Lieber. Vielleicht hast du mich irgendwo mal irgendwo gesehen. Meint er, hast du irgendwas mit Internet zu tun? Meint er, nee, leider nicht. Ich wollte, dass er so selber draufkommt. Meint er so, nee, ich hab nix mit Internet zu tun. Warte, ich schwöre, ich könnte schwören, dass ich dich schon mal gesehen habe. Meint er, vielleicht verwechselst du mich gerade oder so. Und ich hab keine Lust gehabt. Oh, noch mal mit ihm dann zu diskutieren. Auf einmal geht er wieder so rein. Ich sitze in meinem Auto. Auf einmal kommt er wieder so zurück. Guckt er auf sein Handy. Sieht er auf einmal, wie ich mit Barello live war. Zeigt ihm dieses Video mit Barello. Sag der, das bist du doch. Meint er, nein, der sieht mir nur ähnlich aus. Meint er, willst du mich verarschen? Das bist du doch. Meint er, nein, der sieht mir nur ähnlich aus. Meint er, auf mal. Meint er, ja, ich bin das. Meint er, helft dich, dass du hier bist und so. Er hat mich totgelacht. Meint er, du musst, der selber Muslim, sagt er. Ich bin auch nicht einverstanden mit diesen ganzen islamischen Quellen. Aber du musst vorsichtig sein. Denn da gibt es einige Salafisten, die nicht so gut drauf sind. Der meint das auch selber. Der meint so Salafisten und so. Sagt er extra so Salafisten. Damit er sich so abgrenzt. Dass sie so diese Wahnsinnigen sind. Ja. Bist du das? Nein. Das bist du doch. Ich so, nein. Obwohl ich das eiskalt bin. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los bei uns im Chat? Was ging denn hier ab, wo ich weg war? Was war denn hier so los? Wer hat hier rumgegackert? Es kam ihnen nur so vor. Genau, Suche 4, Vers 157. It made to appear to them, yes. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Lukas 1,7. Ja, genau. Sehr gut. Das war der heilige Bellman. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Immer der Name, wenn der Auftrag in irgendwas kommt. Danke, Jesus. Praise the Lord Jesus Christ. Danke, Jesus. Danke. Man kann gar nicht oft genug den Herrn danken. Vielen Dank, Herr Jesus Christus, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Hoffnung, für alles, was du in unserem Leben tust, Herr Jesus Christus. Sei es gerade zur schlechten oder zur guten Zeit. Wir wollen in allem Danke sagen. Amen. In allem. Asis ist nichts Besonderes zu tun. Es ist immer noch hier drin, der Asis. Der ist, glaube ich, der ist total in mich verliebt, der Asis. Der liebt das, mit mir zu reden. Die ganzen Marokkaner, die lieben mich. Ich sag's dir. Die ganzen Maroks. Danke, Toni. Toni, ja, sehr schön. Vielen Dank. Wir mögen dich. Danke schön. Ich mag euch auch. Komm rein, Ali. Erzähl mir, wie sehr du mich liebst und magst. Kurdo ist Muslim, aber er lehnt Koran. Aber Asis nicht. Amal war auch, glaube ich, hier drin, ne? Die gute alte Amal. Nach der Operation, Amal. Amal, du bist unser Scheich. Nein, Ami ist einfach nur euer... Euer Bruder, der einfach... Ja. Sich in die Höhle des Löwen traut. Asis wohnt bei dir im Briefkasten, echt. Ami, für sie gibt es eine gratis Nackentherapie. Ja, ich glaube, für die ganzen Euro-Shisha-Muslime gibt es eine Nackentherapie. Wisst ihr noch, der El-Kurdi, danke Jesus, wo er sagte, du bist mein Feind. Da sagte er, du bist mein Feind. Aber hätte ich Möglichkeit, zwischen dir und einem Muslim, der Koran leugnet. Ich würde lieber dich leben lassen und diesen Muslim würde ich... Der würde seinen eigenen muslimischen Leuten umlegen, weil sie Lügen über Koran erzählen, ne? Meiner, du bist wenigstens ehrlich. Du erzählst die Wahrheit über Koran. Ja, meiste siehst du, El-Kurdi. Ja, das ist das. Warte, ich glaube, dieses ganze Interview ist sogar noch im Dings gelandet, ne? In TikTok gibt es noch ein paar Ausschnitte davon. Ex-Muslim... El-Kurdi. Ah, hier. Guck mal, du bist besser als die Muslimen, ne? Du bist besser als die Muslimen, ne? Die sich Muslimen, ne? Und die sagen, nein, sowas steht nicht im Koran. Die, die Leute, die erzählen Lügen über Koran, das sind Kufar. Das sind Kufar. Aber du erzählst die Wahrheit über Koran. Ich erzähl die Wahrheit über Koran. Ja, sag ich ja. Ich sag ja, ihr braucht mich nicht zu glauben. Ihr könnt ja selber losziehen, nachschlagen und gucken. Das sind Kufar. Die, die nicht gucken oder die nicht glauben an Koran, das sind die Ungläubigen. Und die glauben, Wallahi, Wallahi, Bismillah, ta'ala. Eines Tages werden wir auch alle türkisch. Eines Tages werden wir alle nackentherapieren. Wenn meine Familie wäre, würde ich die auch nackentherapieren, selbst eine eigene Familie. Ganz genau wie die in Saudi-Arab. Man kennt diesen Fall, wo die Eltern die Leute aufgehalten haben, zum islamischen Staat rüber zu gehen. Die haben ihre eigene Mutter und Vater den Nackentherapiert, die beiden Brüder. Absoluter geisteskranker Müllhaufen. Du willst also deinen Nefz, deine Seele und alles für Allah einsetzen, damit du selber das Paradies da erreichen. Also gibt es keinen anderen Weg, außer Fisa, Bilina, Djihad, um den sicheren Weg ins Himmelreich zu bekommen. Natürlich. Wir leben für Allah und sterben für Allah. Wir leben für Allah und sterben für Allah. Wenn du rauchst, bist du careful. Ja, das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelernten. Das ist ja Makru, verpönt. Aber Alkohol ist natürlich Allah. Alkohol, wenn du dich erwischen, einmal auspeitschen, zweites Mal auspeitschen, drittes Mal... Das ist heftig, der Mohammed hat gesagt, wenn ihr den Alkoholtrinker erwischt, dann peitscht ihn aus. Wenn ihr ihn das zweite Mal erwischt, peitscht ihn wieder aus. Beim dritten Mal muss der in die Ewigkeit gehen. Die Nackentherapie. Heftig, ne? Ja, genau. Alkohol, die einer der wenigen wahren Muslime, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Er war mit der ehrlichste Muslim, der hier drin war. Als er sich getraut hat, haben sich andere auch getraut, so ein bisschen die Wahrheit zu sagen, ne? Das war das. Ich sage ja, die Euro-Muslime wissen ja gar nicht, wo die... Das ist das, was sie sich da eigentlich antun, wenn die die Schahade aussprechen. Also wenn die Schahade ausspricht, dann musst du ja... Ist Alkohol die gesperrt? Das weiß ich gar nicht, ey. Das letzte Mal, der war ja einmal noch mal hier drin, vor einigen Monaten, wisst ihr noch? Auf einmal hat er seine Meinung komplett geändert, weil er natürlich Schiss bekommen hat, ne? Wenn er die Wahrheit über den Islam sagt. Was heißt Schiss? Der hat mir das erzählt. Der meinte, ja, die Polizei kam zu ihm und die haben den auseinandergenommen, ne? Sofort! In ein paar Minuten war direkt Polizei bei ihm. Ja, der war sich nicht bewusst, was er da sagt. Also der war sich schon bewusst, aber er war sich nicht bewusst, dass die Polizei innerhalb von ein paar Minuten sofort an seiner Tür stand. Wahnsinn, ne? Ja, ja. In ein paar Minuten waren die direkt vor seiner Tür, haben sofort herausgefunden, wer das ist, wo der herkommt, alles. Deswegen habe ich gesagt, immer auffassen, was ihr hier macht, ne? Auch wenn du denkst, dass du mich so einfach beobachtest, aber im Hintergrund irgendwas machst, sei vorsichtig, was du tust. Weil es kann sein, dass dich jemand beobachtet. Immer auffassen, mein Kleiner. Macht das nicht, ihr Lieben, macht das nicht, ihr Muslime. Hört auf, im Hinterhalt so irgendwelche Pläne zu schmieden. Macht das nicht. Psalm 91, sehr gut, Jill. Sehr gut, Psalm 91. Sehr, sehr gut. Kommt zum Islam. Was sollen wir denn da? Raul, Raul, Raul. Raul, Raul, Raul. Raul, komm. Raul, was sollen wir denn im Islam? Jaa! Dann geh ich ja lieber zu Dr. Sheikh Abu Hamid, dem wahren, erfahrenen Sheikh, der die Muslime ja aufklärt und sie ein nach dem anderen herausholt mit Jaul, Raul. Ne. was ich glaube nicht mal jahre in einem gestern ja lass die liegen die leute sind sich ja gar nicht bewusst ob die das teilen das bleibt ja im internet das ist das problem die leute sind ja dämlich das ist das problem was wir haben kein problem kein thema kein thema latina style jesus hallo bruder gottes segen ich hoffe es geht dir gut ich wollte dir was mitteilen und zwar ich war gestern also ich gebe denen eigentlich keine plattform aber ich war gestern bei was schon wieder machst du das ich war bei joker drinnen sie nicht irgendwelche werbung für irgendwie machen nein aber kummer die haben dann hinter das auch nicht zu tun am haus aus nicht zu tun egal ob sie reden ich wollte nur helfen weil ich dich mag als bruder und weil ich das nicht gut finde was sie mit dir machen ganz das einfach ignorieren diese leute muss man einfach ignorieren das ist denen das tut ihnen zehn millionen mal mehr weh als wenn du darüber redest okay bruder dann hast du recht okay dann mache ich es nicht mehr und 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 ja ich wünsche dir ich danke dir trotzdem dass du mich hochgenommen hast und möge gott dich weiter segnen und beschützen auch vor allen dingen ja also angst brauchen wir nicht zu haben leute ne wir haben ja nicht den geist der furcht empfangen wir sollen uns nicht fürchten egal wer heftig oder wer nicht heftig oder wenn sie versuchen mit besser oder oder was auch immer das letzte wort hat sowieso gott ihr dürft nicht ungläubig sein wenn gott nicht will dann passiert überhaupt nichts aber wenn gott das irgendwann mal will dann ist das so dann kannst du nichts machen da ist die eines tages werden wir alle von dieser erde geht ob der eine jetzt morgen geht übermorgen oder in zwei jahren fünf jahren zehn jahren wir werden alle von dieser erde gehen die zeit ist schon am laufen das ist das die zeit läuft müsst euch mal vorstellen der mensch hat einfach im durchschnitt 27000 tage zu leben ungefähr warte mal wie viele tage hat ein mensch zu leben wie viel tage lebt ein mensch im durchschnitt ja 25.915 tage das war's den leuten ist jetzt gar nicht bewusst dass ihre zeit die ganze am ablaufen ist 25.915 tage im schnitt lebt der mensch 25.915 tage das entspricht etwa 71 jahre so zumindest lautet das ergebnis einer untersuchung des sportartikelherstellers rebox damit einher ging die frage ob und wie jeder mensch seine tage nutzt heftig ne so sieht es aus meine besten haben wir da wie hoch ich habe eine frage klar stell doch einfach eine anfrage wenn jemand hoch möchte der kann ja immer eine anfrage schenken ich bin ja hier ich habe eine frage und zwar beschäftige ich mich gerade über diesen thema aber ich weiß ich weiß ich wollte dich nach deiner meinung fragen was deine meinung zu ikonen sind gar nicht sollst du sein lassen also denkst du das ist biblisch oder unbiblisch okay also ich wollte nur das fragen muss die ikonen beiseite legen die eins der einzige den du ehren solltest ist der jesus christus im geiste ja weil ich bin wenn du ihn ehrst so ehrst du auch den vater mit wer mich ehrt der ehrt mein vater ja weil voll viele sagen dass auch ikonen und so siebenmal umrunden und dort hinlaufen um steine zu küssen das ist absoluter götzen dienst und stein fetischismus denn omar ebn al-khatab hat der muhammad gesehen bei diesem götzen dienst hat er gesagt hätte ich hätte ich nicht gesehen dass der gesamte alas dich geküsst hätte du bist ein wertloser stein sonst hätte ich dich niemals geküsst weil omar damit nicht einverstanden war ja ja siehst du okay weil ich beschäftige mich gerade mit diesem thema weil ich bin evangelisch und ich weiß ich interessiere mich irgendwie für die orthodoxie soll sich für deine wiedergeburt interessieren nicht für irgendwelche denomination mein lieber ja ich will also ich wurde vor zwei monaten getauft hast du dich bekehrt zum jesus christus ja ja ich habe auch jesus als herr und retter angenommen und ich wurde vor zwei monaten auch getauft und jetzt lebe ich in frieden ja wundervoll das freut mich das hast du super gemacht beste entscheidung deines lebens ja natürlich aber wenn du merkst zum beispiel dass da ikonen sind und so was dann der geist in dir will dich schon gar nicht da drin haben das ist das der geist will einfach dass du ganz normal neutral da bist ja und solche götzen bilder da machst und alles also ich habe auch voll viele gefragt so dass also todoxen habe ich auch gefragt so ja dass man voll viele meinen dass es götzen dienst ist sondern die meint zu mir auch dass sie nicht die ikone verehren sondern die person die auf der ikone ist mit der was also die verehren nicht die ikone an sich selbst aber wenn zum beispiel papst franziskus du siehst ja das ist der oberhaupt der katholischen kirche und dem folgen ja millionen von menschen und die denken so das ist der typ der übelste ahnung hat vom christentum was meinst du wenn er sich vor seiner babypuppe niederkniet und diese babypuppe küsst was meinst du was die leute dann machen ja weiß ich nicht auch babypuppen und alles mögliche und streicheln maria statuen und so verstehst du das ist das ist nichts anderes als jemand der eingesetzt ist um die christinheit von jesus christus abzubringen das ist das aber er hat gesagt dass es okay ist homosexuelle zu trauen ich habe gehört dass ein paar zu haben ist unbiblisch natürlich die deutschen niemanden auf erden vater nennen wenn es euer vater ist nur einer der im himmel ist ja und ich habe auch gesehen vor kurzem habe ich gesehen dass damals so ehemaliger papst oder so hat sich hat gesagt hat sich zu gott gleichgestellt was also ich habe gelesen und ich habe gesehen dass ein ehemaliger papst also nicht der jetzige papst in rom sondern ein ehemaliger sich gleich zu gott gestellt hat ja was macht denn der was macht denn der papst der denkt er ist der stellvertreter gottes auf erden ja genau so das ist das ist nichts anderes als stellvertreter gottes auf erden stellvertreter christi auf erden heftig und denkst du jesus christus würde sagen jaja ihr könnt in der kirche homosexuelle baare könnte trauen ganz ehrlich nein da siehst du warum sagt der papst das ist papst gott oder was widerspricht gott nein ja okay ich danke dir auf jeden fall noch mal er hat das nicht gesagt doch wir haben doch die aussagen hier erzähl nicht so quatsch alle können es nachsehen der papst erhöht sich ja genau der papst erhöht sich und er setzt sogar die gebote gottes aus der kraft wo der herr sagt durch apostel paulus denn es sind manche von euch entbrannt im fleisch und es haben mann gegen mann und frau gegen frau unschändlich schändliches getrieben das ist so krank die entscheidung des papstes sei ein großer schritt findet der kölner pfarrer franz meurer die entscheidung des papstes sei ein großer schritt findet der kölner pfarrer franz meurer und es ist ein schritt ganz in seinem sinne die kirche solle sich aus den schlafzimmern fernhalten sagt er und sich auf die nächsten liebe konzentrieren und es wurde einfach zeit denn wir wissen alle der herr j hat auch homosexuelle geschaffen der herr j hat homosexuelle geschaffen ja ja der hat menschen erster linie geschaffen ja und nicht ihre neigungen was er da sagt was der typ sagt die sind verloren die großkirche gefallen segnungen homosexueller paare gibt es in deutschen kirchen schon länger wurden sie offiziell durch den vatikan erlaubt off habt ihr das gehört öffentlich durch den vatikan erlaubt erlaubt also der papst steht über den gesetzen des herrn guckte das mal bitte an und da wollte ich mir nicht sagen dass der typ ein wolf im schafspelz ist hütet euch vor den falschen propheten sie kommen in schafskleidern zu euch inwendig sind sie aber reißende wölfe muss ich mir vorstellen der typ der küsst den ganzen illuminaten so die füße habt ihr das schon mal gesehen das ist so krank gläubige katholikin und mit einer frau verheiratet sie engagiert sich für queere menschen in der kirche ja sagt sie es sei eine öffnung die ihre kirche mit der segnung homosexueller paare vollzieht auch ganz deutlich gesagt das darf aber nicht in einem gottesdienst stattfinden und das darf auf keinen fall irgendwie ein feeling von einer hochzeit haben und das ist dann wiederum dass wir sagen ja okay dann sind wir halt doch wieder so so weit von dem weg wo wir eigentlich hin wollen denn echte gleichberechtigung von homosexuellen paaren gibt es in der katholischen kirche weiterhin nicht die katholische ehe bleibt eine sache zwischen mann und frau in dresden sind wir nur mit dem dortigen bischof heinrich timmer evers verbunden der sich schon länger für eine segnung von homosexuellen paaren ausgesprochen hat der schönen guten morgen der papst war auch bei epstein abu papa al-almani arme da solltest du noch mal darüber nachdenken ja gott sei dank habe ich darüber nachgedacht und habe genau gesehen und geprüft dass jesus christus genau alles entgegen macht was diese leute da machen er sagt etwas der jesus christus und die machen genau das gegenteil da dachte ich alles klar das sind alles falsche fuffis hammer danke her dass du mich sehen lässt und begreifen lässt dass diese leute sagen das ist außenhülle jesus jesus und da sagte herr nicht jeder der sagt zu mir her wird ins himmelreich eingehen so sieht es aus wie bewerten kommentieren sie diese entscheidung aus dem vatikan ja zunächst bin ich wirklich sehr froh und eben auch sehr überrascht also dass wir gestern diese nachricht aus dem vatikan wahrgenommen haben habe ich nicht erwartet haben viele nicht erwartet auch gerade zu diesem zeitpunkt nicht von daher bin ich also sehr froh ich glaube dass der papst mit seinem an mit seinem anliegen eine eine neue pastoral zu ermöglichen hier eben eine tür geöffnet hat für mich war immer sehr bewegend es hat mich schon vor zeiten sehr motiviert diesen pastoralen grundsatz menschen zu begleiten ihnen zu helfen dass sie zu entscheidungen absolut krank ja das thema passt ganz gut ich hatte gestern die möglichkeit nach langer zeit wieder mit meiner oma meinem opa zu sprechen die ja auch schon seit ja seit ein ganzes leben lang in die katholische kirche gehen und dann habe ich das thema mal wieder angeschnitten und meine oma mal gefragt ob sie an himmel und hölle glaubt und sie meinte sie ist sich gar nicht so sicher und so ich sage oma aber du gehst auch schon dein leben lang in die kirche was wird also erzählt hast du gar keine lust selber man die bibel in die hand zu nehmen und selber mal zu lesen und die person jesus christus kennenzulernen und sagt sie das ist auch viel zu dick und ich habe gar kein interesse daran das sind also das sind also die früchte der katholischen kirche das ist unfassbar ich war schockiert das sind die früchte der katholischen kirche diese menschen nicht jesus merkst du sie sind sie sind sie nennen sich katholiken aber nicht nicht christ und wollen das mit jesus zu tun haben merkst du das ist sogar ich habe nur traurig werden darunter gibt es auch katholiken die den herrn jesus christus wirklich folgen und noch so nicht weit entfernt sind von einer wiedergeburt also das gibt es auch sowohl als auch wir dürfen niemals so richtig verallgemeinern aber der großteil ist verloren hast recht ja natürlich hast du recht natürlich nicht verallgemeinern aber so der großteil ja ja wir wissen halt dass das der satan halt so arbeitet dass er ja lüge und wahrheit vermischt und die menschen denken die haben den wahren jesus erkannt aber dabei haben die gar nichts erkannt das ist das nicht die katholische kirche im laufe der jahre und jahrhunderte guck mal was da alles passiert ist was alles eingeführt wurde die haben sich mehr und mehr von gott getrennt und satan hat sie hat die großkirchen infiltriert wahnsinn und hat ihnen das christentum von ihnen zerstört wahnsinn der komplett zersetzt und die ganzen großkirchen unter seine macht gebracht absolut krass absolut krass er kann die bibel nicht mehr fälschen es ist unmöglich die bibel zu verfälschen weil sie überall ist und jeder kann sie schauen und und wir haben das internet zur verfügung also muss er in die christenheit sich einschleichen um sie von ihnen zu zerstören wahnsinn ja richtig und aus dem gespräch mit meinen großeltern wurde auch deutlich oder ja ist halt deutlich geworden dass wahrscheinlich sehr sehr viele katholiken überhaupt gar nicht die bibel lesen sondern die vertrauen einfach darauf was der pastor oder priester da vorne sagt und ja das ist so deren maßstab aber selber die bibel lesen das tun wahrscheinlich die allerwenigsten katholiken sonst würden sie erkennen sonst würden sie sagen das was der papst da sagt ist ja entgegen der bibel das ist ja wahnsinn wie gott sagt das und papst macht das wie geht denn sowas ja genau ja viele würden dann aufwachen aber sie machen sich bequem das ist das problem sie machen sich bequem das ist das problem sie ist das kein sie sogar ich danke dir mein lieber gott segne dich ja ist heftig dank jesus wie heftig jesus ist der weg jesus is the way the truth and life danke sie suchen den leichten weg ja dank ist potentatismus heresie du musst von neuem geboren werden mein lieber mein lieber du musst von neuem geboren werden das ist das wichtigste lass alles erst mal beiseite ja danke und werde erst mal von neuem geboren das ist das wichtigste weil der herr kennt ja nur kinder gottes und kinder des zorns das war's nur echte wiedergeborene kinder gottes werden ins himmelreich gehen alles andere wird auf der strecke bleiben breit ist der weg in die ewige verdammnis und viele befinden sich drauf und nur wenige sind es die auf dem schmalen weg wandeln und zum ewigen leben bereit gemacht werden wenige wenige wie viele weiß ich nicht bin ja nicht gott aber deswegen sagt mein bruder immer diese 99,999 prozent er will euch sensibilisieren weil die sagen mein bruder der richtet mein bruder macht dies mein bruder das er spricht den und denen glauben nein absolut nicht er will euch sensibilisieren zu denen machen die auf dem schmalen weg waren unter diesen 0,1 prozent dass ihr rauskommt aus dieser breiten masse und auf dem schmalen weg wandelt aber die leute verkraften das ja gar nicht verstehen können wir das heil verlieren auf keinen fall wenn du dich einmal zum herrn jesus christus bekehrt hast von aufrichtigem herzen und versiegelt worden bis mit dem heiligen geist so ist der stempel des herrn auf dir drauf und du bist zum weg zum ewigen leben du kannst dich vom glauben abfallen denn nicht so niemand kann dich aus der hand des herrn jesus christus reißen du bist sein eigentum der geist gottes der in dir ist ist sowas wie der das siegel du bist versiegelt mit dem heiligen geist und erst wenn du im himmelreich bist wird das siegel geöffnet der heilige geist das ist wie eine verblombung das hat mein bruder euch erklärt wenn ein lkw fahrer zum beispiel zu einer station kommt und dort ein container beladen muss und dann kommt die verblombung dran und das darf erst geöffnet werden wenn es am ziel ankommt und so kannst du das sehen der gläubige ist dieser container der mit dem heiligen geist verblombt ist so sieht das aus wie ich den händen jesus christus liebe und seine herrlichkeit seine heiligkeit seine wundervollen worte die er zu uns geredet hat ich kann das gar nicht oft genug sagen dass es so feilsam ist für unsere seelen wie er uns auch mal diese sicherheit gibt dass wir uns nicht so aufregen sondern auch geraten und eventuell dadurch leicht ins schwanken kommen nein wir sollen uns nicht hin und her peitschen lassen wie eine meeresbogen niemals wir werden manche lassen sich total wie so meeresbogen hin und her peitschen bei jedem kleinen wind aber das soll nicht so sein mein lieber meine liebe gott liebt dich und möchte dich stärken im glauben du solltest viel mehr anfangen die bibel zu lesen falls das so ist weil das ist ein indiz dafür dass der heilige geist in dir nicht gestärkt ist also keine nahrung bekommt das ist das und wenn du bibel ist so stärkst du den heiligen geist in dir so kann ja nahrung aufgenommen werden geistliche nahrung aufnehmen johannes 3 vers 16 denn so sehr hat gott die welt geliebt genau liebe koni denn so hat denn so sehr hat gott die welt geliebt dass er sein eingeborenen sohn glaubt damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern das ewige leben hat denn gott hat sein so nicht die welt gesandt damit er die welt richtet sondern dass die welt durch ihn gerettet wird ist das nicht die schönste botschaft aller zeiten in jesus christus hat hat alles ist alles entstanden durch das wort durch den herr wahnsinn jesus ist der schöpfer gott ist das bewusst manchen ist das gar nicht bewusst dass der jesus christus der schöpfer gott ist der alles geschaffen hat das gesamte universum sterne planeten alles und dann guck mal hier wenn ich das sage sagen die ja ein mensch hat das geschaffen die denken nicht dass jesus christus auch eine göttliche form hatte als er mensch wurde so panne sind die leute entschuldigung dass ich das sagen muss aber versteht ihr was ich meine wenn du denen das sagen die ja ein mensch hat das gemacht so verrückt die verstehen nicht dass jesus christus schon von ewig kein gott her war und schon immer verherrlicht wurde bis der zeitpunkt kam als er entschlossen hat mensch zu werden und die zwei naturen annahmen sowohl 100 prozent mensch als auch 100 prozent eine göttliche seite die gottseite seite also gottseite und eine menschliche seite absolut heftig ja viele sind verwirrt auch von den muslimen die können das nicht glauben da seht ihr ja diesen muslim fighter der hier mal reinkommt dieser gehirn gewaschene englische muslim da so gut hätte pnis also der wollte sagen dein gott hat ein geschlechtsteil dabei rafft er ja gar nicht dass der allah damit ja auch fertig macht denn alle hatte körperteile an was sind denn diese ganzen körperteile gebunden wenn du jetzt so darüber nachdenkst was ist denn alle ist ein hybrid gott oder was ist das unser gott er hat sich entschlossen ein perfekter mensch zu werden danke tonka aber was hat sich denn allah entschlossen allah hat sich einfach entschlossen zwei rechte hände zu sein ein fuß ein schienenbein wolliges haar grüner anzug kleinwüchsig waltlos ja was ist das das hört sich an wie transformers transformers das ist so eine teamsong davon dann das ist krank man kann das gar nicht oft genug erwähnen damit die sich gedanken machen darüber was bieten wir da eigentlich an ok die christen haben wenigstens ein gott der in einer trinität vorkommt und ein teil dieses gottes wurde mensch so er hat den sind verherrlichen er hat diesen körper angenommen und ist als verherrlichter mensch in die ewigkeit aufgefahren so der islam glaubt auch dass jesus christus der messias runter kam wo war denn wo war denn der herr jesus christus der ist ja nicht erschaffen der herr jesus christus dieser isa er war also mit gott mit allah in ewigkeit zusammen bis der hauch in maria eingepustet wurde wo war denn dieses wort von allah der jesus isa wo war er denn mit allah in ewigkeit zusammen muslime raffen gar nicht was der koran dazu denen sagt dass jesus christus eine eine art ewigkeit schon hat das hört sich an wie johannes evangelium zur 4 171 er ist das wort von allah und sein geist ja wo war denn dieses wort von allah und sein geist als in maria eingehaucht wurde wo war es denn gottes wort ist doch nicht geschaffen gottes wort ist ewig und somit ist jesus christus gott im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott und das wort war fleisch und wurde unter uns ja da haben die einmal die muslime das ewige wort auf der tafel von allah den koran der in ewigkeit schon da drin besteht und dann kam und wurde es zu einer physischen kopie allahs ewiges wort der koran ist ja nicht geschaffen oder nicht ist der koran geschaffen muss man die muslime frage ist das wort von allah geschaffen oder ewig sobald sie antworten geschaffen kann gott nicht gott sein sobald sie antworten ewig ist jesus gott egal wie sich drehen und wende in jesus christus haben wir die physische dass die physische macht gottes gesehen und das physische gestalt er hat also gestalt angenommen ja so ist das gott wurde menschen jesus christus was anderes braucht ein christ wenn du dich christus ins fleisch bekennst du kannst du dich niemals christen auch wenn du noch zehn millionen mal sagst jesus jesus ganz einfach ja natürlich also wenn man sich darüber gedanken macht wo ich damals angefangen habe ich mit der ganzen materie zu beschäftigen habe ich gedacht das kann doch nicht wahr sein wie jesus wird als das wort von allah beschrieben das wort der einzige das wort allahs ist ist das heftig er ist das wort und der geist von allah dem schreiber des korans war ja der erste der auf einmal hund schreit gott segne dich und deine familie machst gut du gehst auf stummscheid paket kindergarten kind king of kings genau allah ist der king of kings könig der könige und dann kommt auf einmal jesus christus und sagt ihr muslime ich bin könig der könige offenbarung 1916 offenbarung 1916 und er trägt an seinem gewand und an seiner hüfte den namen geschrieben könig der könige und herr aller herren amen wer ist der jesus der könig der könige malik und wen hast der allah von allen die sich den namen geben wen hast allah einen der sich könig der könige nennt am tage der auferstehung der grauenhafteste name einer person die sich den namen könig der könige gibt du hast einen schaden ja komm mal hoch zeig mir mal was für einen schaden ich habe komm trau dich mal mal gucken wer am ende den schaden hat ich habe dir eine einladung geschickt komm mal hier oben mit mir reden mal gucken wer den schaden hat ansonsten schweig komm her and talk with me talk with me talk with me ich mach das für dich an talk with me es gab mir glaube ich war das von den äh von rings 90er jahre oder was war das ne 90s throwback oder was ich glaub das ist das ne 90s ja limited ja ich glaub das ist das ne 90s Und direkt das erste Mind Control, heftig. Talk to me, ja genau, Retro, das ist das. Heftig, aus den 90ern, direkt als erstes Bild steht da Mind Control, um die Massen zu manipulieren, krank. Mein Bruder muss mal wieder ein paar Aufklärungsvideos machen. D.J. Dr. Cheikh Abouami, wer hat Bock auf 90er-Hits mit Dr. Cheikh Abouami? Um Gottes Willen, nein, hör mal auf mit dem Quatsch, ab und zu muss ich ein bisschen Dings machen. Talk to me, Amairat möchte rein, Mr. Amairat. Salam, Mr. Amairat. Salam, ich bin Amairat und ich möchte dir gerne eine Ansage drücken, du kleiner Wichser. Warum beleidigst du direkt? Gott segne dich und deine Familie. Du Hurensohn. Gott segne dich und deine Familie. Du Hurensohn. Gott segne dich und deine Familie. Siehst du, wie du bist? Gute Repräsentation von deiner Religion. Mein Gott ist der Sohn. Müll hoffen. Gott segne ihn und seine Familie. Ja, das ist das. Immer schön diese Religion repräsentieren. Richtiger Devil. Hallo, Amirat, grüß dich. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich natürlich auch, mein Bruderherz. Und ja, man hat gerade eben schon gesehen, was für Geister hier rumschwirren, Junge. Was ist da los, Alter? Was ist da los? Das wundert mich auch, ne? Was ist da los, Junge? Ehrlich? Was ist da los? Hör mal. Was ist denn los mit dir? Ja, je später der Abend, desto heftiger die Gäste. Guck, gleich kommen die ganzen Dämonen wieder raus. Das ist dann sehr, sehr heftig, ja. Ich meine, man kann seine Meinung ja zum Religionsumern sagen. Ich meine, man kann seine Meinung ja abgeben zu sonstigen Religionen oder was weiß ich, ne? Aber so gleich beleidigen, hier reinzukommen oder so, ich weiß nicht. Also, Amirat, Bruder, ich weiß nicht, was du empfindest, Bruder, ob du überhaupt eine Seele hast, Brudi. Aber ich wünsche dir natürlich alles Gute und ich hoffe, dass Gott dich recht leitet. Unser Gott, Jesus Christus. Ja, Bruder, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich wollte nochmal kurz rein, Plitschania. Danke dir. Und bleib auf jeden Fall gesund, bleib wie du bist, ne? Ja, danke, du auch. Gott sei Dank. Dich auch. Ciao. Ja, danke, du auch. Mit den Dämonen, ne? Mit Dschins. Wer sind für dich Dämonen? Hä? Wer sind für dich Dämonen? Ja, die, die sich da den Muslimen bemächtigen, siehst du ja, was die da sagen. Kennst du nochmal, kennst du den Fall Emily Rose? Kennst du den Fall Emily Rose? Emily Rose, na, da. Kennst du den Film Exorzismus? Bruder, hör mir auf mit diesem Film, Bruder. Ich würde mich nicht mehr hören. Das war's, du hast schon mal davon gehört. Exorzismus, ja. Ja, du kennst doch dieses Mädchen, was so die ganze Zeit so in diesem komischen Film immer gesagt hat, ich pum pum, verstehst du, woher das kommt? Verstehst du, woher das kommt? Verstehst du, woher das kommt? Oh, danke, Martin. Von wo kommt das? Ja, von Dämonen kommt das. Und wer macht so was? Welche Glaubensgemeinschaft redet so? Ihr, ihr. Nein, welche Glaubensgemeinschaft redet so? Sag die Wahrheit. Ihr, ihr. Nein, man erkennt sie sofort. Sag die Wahrheit. Ihr, ihr, oder ihr. Sag die Wahrheit, du hast dich über gut. Ich mach kein Takir, ihr. Nein, sag jetzt, welche Glaubensgemeinschaft kommt hier rein und redet so wie Emily Rose? Wie reden wir denn? Wie redest du denn gerade? Du jetzt nicht, aber welche Glaubensgemeinschaft, die breite Masse von ihnen? Schiiten. Man erkennt sie ja immer. Schiiten, Schiiten. Muslime, Mann, was für Schiiten. Schiiten sind ja nur so. Sowohl Schiiten als auch Sunniten, aber Schiiten etwas weniger als Sunniten. Die Sunni sind ja heftig, die machen nur sowas. Du Sunni hast die, oder warst du Sunni? Ich bleib mich für die sunnitische Richtung interessiert, glaube ich. Aber deine Familie auch? Du kommst ja aus Iran, oder? Nee, die sind, die sind schiitisch, ja, die sind schiitisch. Aber Donas, ich habe mal bei Heike gesehen, du hast so eine Zarathustra-Kette getragen. Ja, richtig, weil ich gesagt habe, Iran. Hast du ja gesehen, dass ich diese Kette... Ja, diese Kultursache, ich verstehe. ...assoziiert habe. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich so daran geglaubt habe. Ich habe gesagt, es war ein Moment in meinem Leben, wo ich auf einmal so angefing, so nationalistisch zu werden. Aber es ging ja auch direkt wieder vorbei. Die Leute raffen ja gar nicht, wenn ich denen etwas sage, dass sie das auch so nachvollziehen können. Das ist das. Sonst hätte ich gesagt, Zarathustra, beste Religion oder so. Ich habe einfach gesagt, Iran, ne? Iran, bestes Land. Du hast die aus Teheran, hast du? Ja, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Teheran. Ich wünsche dir noch eine Ewigkeit. Verlasse diese Sekte und komm zu Jesus Christus. Möge Allah, Azawajjad, dich reschleiten. Ja, ja, möge Allahs Richtiges Schienbein dir helfen. Ja, alles klar. Möge Allahs Schienbein dir segnen. Unglaublich. Hallo? Hallo? Erinnern Sie sich an mich? Ja, Sie sind, glaube ich, mein Patient 623. Sie haben Beschwerden im Bauchgefühl, Bauchgegend. Auch. Also ich kann Ihnen da helfen. Also bei der letzten Diagnose habe ich festgestellt, dass Sie zu wenig Kamelurin getrunken haben. Und ich empfehle Ihnen, die doppelte Dosis dann zu sich zu nehmen. Mit nichts. Ich habe eine Frage. Nein, haben Sie es gemacht oder nicht? Weil ich merke, Sie haben es nicht getan. Hab ich. Ein bisschen reicht nicht. Sie müssen ganz viel zu sich nehmen. Weil die Bauchgegend, da waren Ihnen nicht so alles, ähm, äh, hier, Paletti. Tutu Paletti. Gott segne euch, ihr wundervollt. Ich küsse doch eure Herzen, ey. Dass ich das auch mal so sage. Ihr küsst doch eure Herzen, ey. Kniekehlen, alles. Woher kommst du aus dem Iran? Ich komme aus, äh, Timbuktu. Oh, danke, Sabina. Naja. Ich empfehle einen Eimer Kamelur. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Muslime der damaligen Zeit haben sich um die Kacke von Aishas Kamel gestritten. Um die Kacke von dem Kamel. Wer es bekommen kann. Anonym 43. Machen wir mal bitte ein Video davon. Zeigt das mal bitte. Um die Kacke von Aishas Kamel. Das kannst du keinem erzählen, ey. Selbst dieses Kamel war heilig, worauf sie geritten ist. Das sind doch normale Menschen gewesen. Was machen die aus diesen Menschen? Die machen aus ihnen so übermenschliche Wesen. Armin, welche Verse steht für Kamelurin? Jami A-Tirmi, die Hadith 2042. Ich bin am Essen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kotzt nicht gleich. Talk to me. Was möchtest du denn? Warum nervst du mich denn so? Warum? Warum du nervst mich? Ich habe eine Frage gehabt, Mann. Was ist denn? Also auf jeden Fall. Also erstmal will ich ein Statement abgeben. Und dann erstmal eine Frage, ja. Ein Statement abgeben? Was für ein Statement denn? Willst du ein Statement setzen? Willst du Weltvermessern oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte Ihnen was mitteilen. Und zwar, Sie sind ein sehr guter Mann der Wahrheit. Und ich bin Ihnen ehrlich, man sollte Ihnen mehr zuhören, weil Sie sind sehr lachkickend bei Ihren Streams. Es ist sehr lustig, Ihnen mit dabei zuzuhören. Und auf jeden Fall noch, was jetzt, meine Frage dazu noch. Und ich habe Montag wieder Schule, ja, aber ich habe keinen Bock auf Schule. Ich habe zwei Wochen Ferien gehabt. So schöne Ferien. Was soll ich machen? Ich würde Suizid begehen oder so. Ich habe keinen Bock auf alles. Ja, also wenn du willst, dass deine Mutter enttäuscht von dir ist, dann bleib ruhig zu Hause. Aber wenn du willst, dass deine Mutter strahlt und stolz auf dich ist, dann gehst du zu Hause. Ja, da haben sie recht. Aber halt, meine Mutter lebt leider nicht mehr, wegen einem tragischen Familienfall. Ja, dein Vater, deine Familie, die würde stolz auf dich sein, dass du deine Schule durchziehst und einen Abschluss machst und aus dir was Vernünftiges wird, anstatt ein Dschihadist oder sowas. Was heißt Dschihadist? Jemand, der den Islam verstanden hat und anfängt, die Kuffar aufgrund seiner Religion anzugreifen und sie zu nackentherapieren. Oh, auf jeden Fall Jesus bester Mann. Er ist nicht nur bester Mann, sondern der ist der allerbeste, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, bester Mann auf jeden Fall. Ich mag ihn auch. Ja, dann folg ihm doch. Wie wäre es, wenn du ihm danach folgst? Ich habe so Pilze an meinem Glied und ich wollte wissen, was für eine Creme sie benutzen. Du musst es wieder zu deinem Vater gehen, weil der das auch hatte. Ja, der Oma auch, du keine Oma. Ja, ich wusste es. Da musste es zu Daddy gehen. Der hatte auch, glaube ich, dieses Problem. Aber ich musste ihm ein paar gute Antworten geben. Da hat er erst mal komisch, da hat er erst mal nochmal kurz gedacht, ah, das ist, ja. Und dann hat er sogar gelogen, dass seine eigene Mutter tot wäre und so, ne? Ekelhaft. Ja, so sind die Muslime, ne? So sind Muslime, wie sie Leib und Leben, oder wie nennt man das, ne? Wie der Vater, so der Sohn. Kamelpilz. Das kommt von zu viel Kamel. Jetzt machen sie es noch nicht mal mehr mit Wassermelonen, Statuen oder Stück Teig. Jetzt tunken sie sogar in einem Behälter mit Kamelpipi. Das könnt ihr euch nicht geben. Kein Wunder, dass da ein Pilz drankommt. Und sie trinken es nicht nur, sondern es wird sogar eingetunkt. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Die Diagnose habe ich gerade festgestellt. Ich bin ja Dr. Sheikh Abu Amir. Der wahre Doktor, der das von so einer Entfernung nur durch Hören kann ich eine Diagnose erstellen. Ich bin hier gerade in meiner Praxis. Ich bin in einer Praxis. Sie hat geöffnet. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe Pilz an meinem PENIS. Ja, dann müssen Sie weniger in Kamelurin reintunken. Bitte weniger. Und auch keine Wassermelonen und sowas nehmen. Bitte nicht. Hören Sie bitte auf damit. Sie müssen wieder normal werden. Praxis, Dr. Sheikh Abu Amir hat jetzt geschlossen. Ich bin für zwei Wochen im Urlaub. Mach's gut. Ciao. Das ist was crazy. Mein Rückgrat kommt gleich wieder raus. Hör auf mit deinem Blödsinn. Hör auf mit einer Anfrage zu schicken. Dich nehme ich nicht mehr hoch. Du wolltest gerade loslegen zu beleidigen. Du kleiner Lümmel. Du wolltest du gerade zurück beleidigen. Nein. Weg. Geh weg. Wird eine Lektion erteilt. Wir werden immer Lektionen erteilen. Und dann kannst du, ja. Ohrenverkehr ist auch erlaubt. Nein. Jetzt ehrlich, anonym oder ist das jetzt so Blödsinn, was du da erzählst? Ist das wirklich so Ohrenverkehr? Wie viele Stunden arbeitest du, Bruder? Ich arbeite gar nicht. Ich bin gerade in meinem zweiten Büro. Ich bin gerade in meiner Praxis und meine Praxis hat geöffnet. Ich habe schon längst Feierabend. Ach krass, Dr. Scherab-Hamele. Der fährt die ganze Zeit rum auf Chillisch. Hält mal hier, hält mal da. Und guckt sich mal die Gegend so an. Begrüßt den einen oder den anderen. Die sagen, hey, da ist Dr. Scherab-Hamele. Ja. Darf ich vorbeikommen? Aber selbstverständlich. Aber Essen geht auf deinen Nacken. Ich will Steak essen, bitte. Medium. Suche neue Patienten. Wo sind sie? Bitte melden. Bitte melden Sie sich. Hi und wunderschönen guten Abend. Hallo mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Danke dich auf jeden Fall auch. Ich wollte erst mal sagen, ich finde das echt krass, was du machst. Und ich gucke halt schon öfters deine Videos, also generell halt auch mit ein paar Freunden und so. Und wir finden das halt immer krass, weil wir halt, sag mal so, also wir haben uns jetzt nicht so krass auseinandergesetzt. Also ich bin Christ, so ne, meine Freunde halt auch. Und wir sind halt so, finden das halt einfach krass, was alles in diesem Koran halt da so drinsteht. Und was ich manchmal so mich frage, was ich nicht ganz verstanden habe, weil viele, wenn ich so Moslems, so Livestreams so manchmal sehe und die dann so frage so oder die sagen immer so was mit dieses Tauhid und die Rabia. Ja, aber mein Kollege meinte zu mir, das ist doch eigentlich gar nicht richtig, also das ist doch eigentlich gar nicht wichtig für uns Christen, weil eigentlich, also wir folgen ja eh dem Neuen Testament so. Aber diese Rabia oder so, das sind doch, also das sind doch eigentlich Juden, die aber irgendwie dieses Tauhid oder sowas geschrieben haben, wo die irgendwie die Bibel erklärt haben oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das ist doch für uns eigentlich gar nicht richtig, weil viele Moslems sagen immer so, da steht gerade irgendwie was am verdrehen oder am verwechseln oder was, ne? Du meinst Tora oder was meinst du? Tauhid, was für Tauhid? Tauhid gehört zu den Muslimen. Das ist so, ihr Konzept ist Monotheismus, was aber auch nicht aufgeht. Du meinst Talmud? Ah ja, genau, genau, das meine ich, das meine ich. Ja, ich habe die Namen da durcheinander gebracht. Ja, Talmud ist Kommentare von jüdischen Rabbinern zur Tora und alles, aber das hat gar keine Göttlichkeit. Das ist ja das Problem. Und trotzdem verwendet Allah seine Verse von jüdischen Rabbinern in Zuge 5, Vers 32. Das hatte ich mir halt auch immer so gedacht. Also die Weisheit von einem jüdischen Rabbiner ist die Weisheit von dem Allmächtigen, der das Universum geschaffen hat. Und nicht nur der, er kopiert sogar seine Verse von Omar ibn al-Khattab. In Zuge 66, Vers 5 müsste es sein oder 6. Ne, deswegen, da dachte ich mir halt immer so, ich habe das halt nicht verstanden, dass halt immer gesagt wird, ey yo, da und da steht das zum Beispiel auch zum Thema Rebecca und sowas. Aber in der Bibel steht nicht mal, wie alt Rebecca war. Und wenn man, sage ich jetzt mal, von dieser Logik geht, müsste der Vater von Rebecca genauso alt sein wie Rebecca, weil ja ebenfalls gesagt worden ist, dass der Vater von Rebecca geboren worden ist. Und deswegen dachte ich mir immer so, das macht ja gar keinen Sinn, was die eigentlich sagen. Ja, du kannst ja, hier gibt es jemanden, der heißt, der nennt sich christlicher Apologet. Der hat das sehr, sehr gut auseinandergenommen und hat einmal aufgezeigt, hat sich mal Zeit genommen dafür und hat natürlich den Muslimen den Boden unter den Füßen weggezogen mit ihrem dämlichen, ja, was da behauptet wird über Rebecca, dass sie drei wären. Das geht nicht auch, denn Rebecca war nicht drei Jahre alt, sie müsste ungefähr so 18 bis 20 Jahre alt sein. Sie hat ja auch Kamel so gefüttert und getränkt und du weißt, das waren ja, ein Kamel trinkt ja wie viel Liter? Das ist ja krank. Bist du, warte, wie viel Liter trinkt ein Kamel? Guck mal, wie viel? Ich glaube, über 20. Na, mehr, wie viel Liter trinkt ein Kamel? Ich glaube, 100 oder wie viel? Wie viel Liter? Große Kamel in drei Minuten bis zu 200 Liter. Das heißt, ein dreijähriges Kind schafft es, egal ob der Krug so ist, so ist, so ist, egal. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Krug so ist und die ist in der Lage, diesen Krug zu halten. Welches dreijährige Kind kann ohne Ende hin und her laufen und 200 Liter, also so. Wie viele Runden schafft denn ein dreijähriges Kind? Da kommt mich wieder auf dieses Lied. I'm unstoppable. Das ist geisteskrank, Mann. Ein Muskel, der sich nah auf Beruf, der hat sie nicht mehr alle. Das ist ja das Problem, was wir haben. Nee, das ist fähig. Es gibt Muslime, die sagen, ja, die damaligen Krüge waren ja nur so groß. Okay, kein Problem, die waren nur so groß. Ein Kamel trinkt 200 Liter in drei Minuten. Und sie muss zum Brunnen laufen, was natürlich hunderte von Metern entfernt ist oder Kilometer. Dieses arme dreijährige Kind ist also 300.000 Mal hin und her gelaufen. Ihr Wahnsinnigen, ihr? Die sind krank, die Leute. Die wissen gar nicht mehr, was die da sagen, weil die zu viel Kamelurin und Kacke gegessen haben. Das ist das Problem, was wir haben. Pipi, Kacke, sowas essen die und trinken die. Da kommt sowas zustande. Ich könnte mich die ganze Zeit nur darüber aufregen. Die denken nicht zwei Meter weiter. Das ist das Problem. Deswegen, das dachte ich mir halt auch immer so, weil, wie gesagt, es macht halt einfach gar keinen Sinn. Ich meine, die sagen das ja nur einfach, damit man das, also in Anführungszeichen, rechtfertigen könnte wegen Aisha und Mohammed. Und deswegen versuchen die das so ein auf, ja, in der Bibel steht das, aber es steht nirgendwo. Wenn du jeden fragst, egal von irgendjemandem, der da einen Livestream macht, ich frage so oft, ja, okay, dann zeig mir doch in der Quelle, in der Bibel, dass es da steht. So, weil alle sagen, dass es steht da, aber dann zeigen die keinen und kicken einen raus. Weil es da nicht drin steht. Da steht keine Altersangabe, so wie bei den Muslimen in ihren authentischsten Schriften. Das ist das. Sie versuchen, die Bibel zu korrumpieren, so wie sie es auch mit ihrem eigenen Buch machen. Das ist das Problem. Sie schämen sich für ihr eigenes Vorbild und wollen versuchen, die Bibel in ein falsches Licht zu rücken. Aber der Gott der Bibel wird diese Leute immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Nein. Das ist das Problem. Und deswegen wird das immer wieder für sie abgespielt. Immer und immer wieder, damit sie verstehen, dass Rebecca keine drei Jahre alt war. Und wenn sie drei Jahre war, dann bin ich damit einverstanden. Dann hat sie bestimmt dieses Lied dann auch gehört. Kennst du doch. Und dann siehst du, sie läuft so. Wie zu krüge. Ein dreijähriges Witz. Ihr seid so verstört, ey. Die Rebecca hat dann dieses Lied, die war eine Zeitreisende. Die Rebecca hat dann dieses Lied von Sia gehört. Und dann hat sie natürlich übermächtige Kräfte bekommen. Dann ist sie losgezogen und hat die zehn Kamele oder 15 Kamele von diesem Typen, dann hat die getränkt. Und hat mit den erwachsenen Männern gesprochen. Mein Herr und so. Ja, ja, natürlich. Da kommen doch irgendwie die Bären. Das ist so diese Quelle, vertrau mir, Bruder. Das ist das Problem. Ich habe gerade gesagt, ich gehe mit den Muslimen. Gar kein Problem, ob der Krug so klein ist oder so klein ist, kein Thema. Ein Kamel trinkt 200 Liter. Wie hat dieses Kind das geschafft, jedes Mal zum Brunnen zu gehen und diese... Da musst du ja 80 Milliarden mal hin und her gelaufen sein. Ja! Verrückt uns auf! Lass uns nicht verarschen von denen. Die haben gar keine Ahnung von der Bibel, Mann. Sie lesen die Bibel mit ihrem pervertierten Verstand. Das ist das Problem, was wir haben. Deswegen, die reißen ja teilweise Sachen voll aus dem Kontext heraus. Und addieren das so, keine Ahnung, noch so viele verschiedene Sätze, dass es für sie Sinn macht, aber total negativ dasteht, obwohl es eigentlich was Positives ist. Ja, das ist das. Korrumpieren ist. Erklären Licht zu Finsternis und Finsternis zu Licht. Okay, mein Lieber. Sehr gut. Willst du noch mal sitzen? Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall. Riesigen Respekt von meiner Seite. Auf jeden Fall auch. Wie gesagt, verfolge dich jetzt schon echt viele Jahre. Und ja, mach weiter und danke, dass du mich hochgenommen hast. Ja, gerne. Gott segne dich, mein Lieber. Danke dich auch. Ciao. Ciao. Ich put my home around and show you that I am. Ich put my home around. Und die kam dann mit dem Lied so. Und ist am Laufen mit dieser Kugel geflossen. 200 Liter. Lacht diese Leute nur aus, die sagen, Rebecca war drei. Einfach nur lachen. Lacht einfach aus dem Herzen heraus. Ihr macht nichts verkehrtes, Rebecca drei Jahre. Ihr macht nichts verkehrtes. Sag, sag denen sogar, wenn die zu euch sagen, ja, die Krüge waren so klein. Okay, sagst du kein Problem, die Krüge waren so klein. Da muss dieses arme dreijährige Kind ja acht Millionen mal hin und her gelaufen sein, um diese zehn oder 15 Kamele zu tränken. Ja, natürlich, die hat Megakräfte, ist ja klar. Also ein dreijähriges Kind schafft das schon. Aber natürlich, vor 3000 Jahren war das nicht ein dreijähriges Kind, sondern diese Dreijährige war dann eine 33-Jährige. Das ist klar, natürlich. So wie Aisha auch eine erwachsene Frau war mit sechs, als ihre Mutter versucht hat, sie körperlich aufzubauen. Sie war natürlich eine Frau. Man muss ja eine Frau körperlich aufbauen. Ihr habt so den Knall nicht gehört. Ihr habt den Knall nicht gehört, Mann. Nur die Finsternis wartet auf euch. Wartet mal ab, so war ich hier sitze. Muskelpaket war sie vor 3000 Jahren, ja ehrlich. Leute, komm, wir müssen ein bisschen tippen. Drei, zwei, eins, jetzt alle zusammen. Die 500.000 voll machen, jetzt. Eins, zwei, drei, jetzt. Alles mal 900. 500.000 machen wir jetzt voll. Wollen wir lieben, das schaffen wir. Breiter als Dr. Schill. Ja, da muss, da muss ja Rebecca breiter als ich gewesen sein und als Ronny Coleman und Markus Rühl und so. Die hatte mega Nacken. Die hatte richtige Nacken, so, hier, Stirnacken. Unfassbar. Komm, Leute, wir packen das jetzt. Die 500.000 ballern wir jetzt voll. Jetzt reicht's. Jetzt ist vorbei hier mit Rebecca war drei. So geht das hier nicht mehr weiter. Rebecca war drei. Ich geh kaputt, ey. Wie kommt man auf so ein behämmertes Zeugs? Man versucht alles, um die Bibel in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist so kreiseskrank, Mann. Ja, vielleicht hat sie auch dieses Lied von Farid gehört. Hier, Stirnacken-Kommando oder so. Da hat sie auch so mit Stirnacken ist die losgezogen wie diese Kröge. Nichts Mal, wenn ich Farid sehe, sag ich, Rebecca, Farid, Rebecca, hier. Der hat dein Lied gehört, Stirnacken-Kommando. Ich geh kaputt, ey. Ja, ich war immer schon gut. Das ist alles in Ordnung. Immer schon gut, immer schon gut gewesen. Nie Probleme gehabt. Ich hab nie Probleme, werd auch nie Probleme haben. Oh Gott ist gut, Amen. Rambolina, ja genau, sowas. Alle liken, genau. Alle likey, likey machen. Komm, Leute, wir müssen jetzt reinhauen. Richtig, richtig reinhauen. So, Verstrahl. Ja, wie kommt man denn auf sowas? Wie verzweifelt muss man sein, die Bibel in ein schlechtes Licht zu rücken, ihren eigenen Gott in die Tonne zu klopfen und versuchen, so gut es geht, ihre widerliche Neigung zur Schau zu stellen. Wenn das da nicht steht, dann steht das da nicht. Da brauchst du nicht irgendwas hinein zu interpretieren. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn in Sai Buchari steht, er hat mich geheiratet mit sechs Jahren und hat die Ehe konsumiert mit neun Jahren, dann steht's nun mal da, dann musst du das akzeptieren. Oder du gehst raus und sagst, so ein Vorbild will ich nicht. Ich akzeptiere niemals, dass ein 53-jähriger Mann ein sechsjähriges Kind heiratet. Da muss ich ja behämmert sein im Kopf. Oder ich akzeptiere das und werde es auch tun, weil das mein Vorbild ist. Ja, er hat mit Puppen gespielt. Sai Buchari 61, 30. I played with dolls in the presence of the Messenger of Allah. Und da hat meine Freundin gerufen, damit sie mit mir spielen. Ist das zu fassen? Das ist das Geisteskrank, ist das Mann. Und dann sagt er eben in Hajar al-Sqalani, sagt er dieses Spielen mit Puppen, deutet darauf hin, dass Archer noch nicht die Pubertät erreicht hat. Und deswegen war es ihr erlaubt, zu der Zeit mit Puppen zu spielen. Das heißt, sie war ein Kleinkind. Ja. Ja, viele Muslime wissen wirklich nicht an, was sie... Sie wissen schon an, was sie glauben, aber sie möchten es nicht wahrhaben. Das ist das. Sie möchten es nicht wahrhaben. Weil wie kommt das denn? Wie kommt das denn, wenn Allah sagt, ihr habt ja an dem Gesandten Allahs das schönste Vorbild bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Das heißt, Muslime dürfen ihn auch deswegen ja auch gar nicht kritisieren. Erstens, weil er das getan hat. Und zweitens, was er getan hat, ist er das Schönste überhaupt auf der gesamten Welt, weil er der beste Mensch war, laut ihrer Aussage. Amir, gestern hatte jemand dein Bild als Hintergrund gehabt. Ja, lass die, lass die mal Werbung machen. So ist auch gut. Lass die mal Werbung machen. Die sollen mich schön im Hintergrund haben, damit die Leute mich immer sehen. Ist das nicht wundervoll? Dr. Scheer Awamin ist immer da. Ist das nicht super? Selbst bei denen im Stream sehen die mich. Ist das nicht krass? Ihr müsst euch mal vorstellen, die Muslime, weil wir wissen ja gar nicht mehr, was sie da tun. Selbst in ihrem Stream bin ich im Hintergrund und bin immer da und lächel so. Ist das nicht krass? Du laberst unnötig. Keiner glaubt dir und nimmt dich ernst. Ja, komm mal hoch. Zeig mal, ob du... Ach, du hast ja noch nicht mal... Du hast zwei Abonnenten. Komm, geh schlafen. Ja, genau. Die sollen schön immer Bilder von mir haben. Ich bin immer da. Wer bezahlt dich, Amir? Niemand. Ich mach das alles umsonst und freiwillig, weil ich die Menschen liebe. So sieht's aus. Wir sind hier nicht wegen Geld oder was. Sonst würdest du mich Mädchen spielen sehen. Dann würde ich verstehen, wenn du sagst, ja, der Typ, der macht das für Geld. Aber nicht, wenn ich hier bin, um mit euch zu reden, um euch aufzuklären und dann wieder irgendwann rauszugehen. Wie bist du zum Christentum gekommen? Indem ich mich auseinandergesetzt habe mit beiden Glaubensrichtungen. Sowohl mit meiner ehemaligen Religion als auch mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ich musste also überprüfen, was die Bibel sagt und ob sie akkurat ist, ob sie den ganzen kritischen Standpunkten standhält. Oder kritischen Punkten standhält, genau. Ja, und schlussendlich, habe ich euch ja erzählt, habe ich ja die Debatte zwischen Josh McDowell und Sheikh Ahmad Dedad gesehen. Ja, und das hat mich vom Hocker gehauen. Ich dachte mir nur so, Wahnsinn. Das sind also die Beweise, das ist also der beste Debattierer der Muslime, unsere Leute so und der verliert Haus hoch und wurde auf den Boden der Tatsachen geholt und bewiesen, dass Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist. Absolut krank. Absolut krank. Die Vergleiche und die Beweise, die der Josh McDowell gebracht hat, atemberaubend, atemberaubend. Atemberaubend. Ja, und heutige Ärzte geben ja auch zu, dass wenn du behauptest, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt ist, dann musst du die historischen Fakten wegerklären können und das kannst du nicht. Du kannst diesen historischen Fakt nicht wegerklären. Es ist das bestbezeugteste Geschichte der Antike, dass Jesus Christus auf Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Diese Geschichte ist wahr und nicht wie bei X-Faktor hier Koran, Koran-Faktor. Ist die Geschichte wahr oder falsch? Es kam ihm nur so vor oder ist er wirklich gestorben? Kennst du? Als wäre Allah Jonathan Frakes. Kennt ihr? Es kam ihm nur so vor. Drehen wir ein wenig die Sichtweise. Ist das krass? Ja, das ist nichts anderes als Verschwörungstheorie. Etwas zu behaupten, was man auch nicht beweisen kann. Trägst du noch den islamischen Namen? Ja, natürlich habe ich noch meinen islamischen Namen. Ich verändere doch nicht meinen Namen. Ich verändere mein Wesen, meinen Geist. Der Herr verändert doch dein Innerstes. Der Name, der bleibt sowieso. Ach, egal. Nicht so wie bei Pierre Vogel. Auf einmal wird der Abu Hamza. Ach, ich bitte dich. Und trotzdem bleibt er gleich und will anderen Leuten. Hier, droht er mit Gewalt und so? Ja, super. I put my arm around. Sayyad Bukhari, 3617. Bukhari, 3617. Bukhari, 3617. Bukhari, 3717. Bukhari, 3717. Bukhari, 3717. Bukhari, 3717. Bukhari, 3717. There was a Christian who embraced Islam and read Surah Al-Baqarah and Al-Imran and he used to write the revelation for the Prophet. Later on the return to Christianity again and he used to say Muhammad knows nothing but what I have written for him. Absolut Ja, ich kenne den Handys. Der ist so wichtig. Der ist einfach sowas von wichtig. Wie der Imam Bukhari die gesamte Religion vernichtet hat. Es gab einen Christen, der den Islam annahm und Surah Al-Baqarah und Surah Al-Imran las und er pflegte, die Offenbarung für den Propheten zu schreiben. Später kehrte er wieder zum Christentum zurück und pflegte zu sagen, Muhammad weiß nichts anderes als das, was ich für ihn geschrieben habe. Dann ließ Allah ihn sterben und die Menschen begruben ihn. Aber am Morgen sahen sie, dass die Erde seinen Körper herausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist die Tat von Muhammad und seinen Gefährten. Sie haben das Grab unseres Gefährten ausgehoben und seinen Leichnam herausgeholt, weil er von ihnen davongelaufen war. Guck mal, Leichenschänder. Sie gruben das Grab erneut tief für ihn aus, aber am Morgen sahen sie erneut, dass die Erde seinen Körper herausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist eine Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Sie haben das Grab unseres Gefährten ausgehoben und seinen Leichnam hinausgeworfen. Dann, er war vor ihnen davongelaufen, denn er war vor ihnen davongelaufen. Sie gruben das Grab für ihn so tief sie konnten, aber am Morgen sahen sie erneut, dass die Erde seinen Körper herausgeschleudert hatte. Sie glaubten also, dass das, was ihnen widerfahren war, nicht von Menschen verursacht worden war und dass er auf den Boden geworfen werden musste. Krass. Ja, der Islam ist sowas von demoliert worden. Das ist so krass. Sowas von demoliert worden. Sura 3, Vers 55, Tafsir ibn Kassir sagt, Jesus starb drei Tage, dann ist er auferstanden. Gucken wir mal. Wir gehen auf die offizielle Seite von Saudi-Arabien, Koran, Kiews, und dann lesen wir Tafsir ibn Kassir, Sura al-Imran, al-Imirani, Vers 55, weil im Arabischen findest du alles besser. Manchmal ist das Englische nicht mal gut übersetzt worden. So, was sagt er ibn Kassir? Als Gott sagte, oh Jesus, ich werde dich sterben lassen und ich werde dich zu mir erwecken und ich werde dich von denen reinigen, die ungläubig sind und ich werde diejenigen, die dir folgen, über die Ungläubigen stellen bis zum Tage von Auferstehung, dann kommt eure Reue zurück, dann kommt eure Rückkehr zu mir und ich werde zwischen euch darüber richten, worüber ihr unterschiedlicher Meinung wart. Die Kommentatoren waren unterschiedlicher Meinungen hinsichtlich seiner Aussage. Ich werde dich zu mir erheben und dich zu mir erheben. Katada und andere sagten, dies ist von vorne und von Letzterem. Was bedeutet, dass es ist, ich werde dich zu mir erheben und ich werde dich erheben für mich. Also danach, Ali bin Abi Talha sagte im Auftrag von Ibn Abbas, ich werde dich sterben lassen, bedeutet, ich werde dich sterben lassen. Mohammed bin Ishaq sagte mit der Autorität von jemandem, der nicht anklagt, mit der Autorität von Wahb bin Munabbi, der sagte, Gott brachte ihn drei Stunden lange zu Tode an dem Tag, als Gott ihn zu sich selbst erhob. Ah, Jesus Christus ist gestorben. Heftig. Du hast recht. Du hast recht. Als Gott zu ihm zu sich selbst erhob. Ibn Ishaq sagte, die Christen behaupten, dass Gott ihn sieben Stunden lang sterben ließ und ihn dann wieder zu leben erweckte. Ishaq bin Bischel sagte mit der Autorität von Idris, mit der Autorität von Wahb, Gott ließ ihn drei Tage lang sterben. Dann ließ er ihn auferstehen und erweckte ihn dann. Das ist doch die Kreuzigung und Auferstehung, Mann. Die Muslime raffen ja gar nicht, was ihre Kommentatoren da sagen. Jesus Christus ist gestorben und Auferstehung. Ich dachte, Allah hat Jesus Christus einfach zu sich empor gehoben und ist nicht gestorben. Was seid ihr für eine Glaubensgemeinschaft, Mann? Das ist nicht mehr normal. Die Leute, die hören so ein Abul Barat zu, wie er die Leute von morgens bis abends gehirnwächt mit seiner Kamelureen predigten und dann auf einmal lese ich genau das Gegenteil von dem, was er da behauptet. Und er weckte ihn dann. Matar Al-Waraq sagte, er ist von dieser Welt gestorben, nicht der Tod des Todes. Ebenso sagte Ibn Jarir, er ist gestorben. Was bedeutet, dass er mitgenommen hat? Die meisten sagten, was hier mit Tod gemeint ist, ist Schlaf, wie Gott der Allmächtige sagte. Und er ist es, der nachts eure Seelen nimmt und weiß, was ihr tagsüber begeht. Al-Anna. Und Gott der Allmächtige sagte, Gott nimmt Seelen zum Zeitpunkt ihres Todes und diejenigen, die nicht im Schlaf gestorben sind, also hält er diejenigen zurück, über die er den Tod verfügt hat und sendet den anderen für eine bestimmte Zeit. In der Tat sind darin Zeichen für die Menschen, die nachdenken. Und der Gesandte Gottes möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, pflegte zu sagen, als er aus dem Schlaf aufstand, gelobt sei Gott, der uns zurückgebracht hat, lebe nachdem er uns sterben ließ und ihm gehört die Auferstehung. Ihm gehört die Auferstehung, dem Allah. Komisch, dass der Jesus Christus in Johannes 11, 25 sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aha. Er sagt, ich bin Allah, Al-Baiz, die Auferstehung. Unglaublich. Ja, der Eben Kassil sagt sogar, dass Allah in die Vulva von Maria eingehaucht hat. Guck dir das mal bitte an. Damit wir das auch durch haben, weil wir jetzt schon da sind. Suche 66, Vers 12. Das steht wortwörtlich da. Das ist krank. Allah pustet einfach in die Vulva von Maria. Guck dir diese Lästerung an. Und Mariam, die Tochter Imrans, die ihre Keuschheit bewahrte und wir hauchten ihr unser Geist ein und sie glaubte an die Worte ihres Herren und seine Bücher und sie gehörte zu den Gehorsamen. Und sein Ausspruch und Mariam, die Tochter von Imran, die ihre Keuschheit bewahrte, was bedeutet, dass sie sie bewahrte und beschützte und das Pferd, es ist Keuschheit und Freiheit. So haben wir ihm unsere Geist eingehaucht. Bedeutung durch den Engel, der Gabriel ist. Denn Gott sandte ihn zu ihr und er erschien ihr in der Form eines normalen Menschen. Und Gott, der Allmächtige, befahl, ihm mit seinem Mund in die Tasche ihrer Rüstung zu blasen, so dass der Atem herunterkam und in ihre Vulva eindrang. In ihre Vagina. Das steht wirklich da. Ist das heftig. Was für eine Religion. Allah pustet einfach in hier Dings, Vulvaus. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Das ist so crazy. Crazy, my baby. Ex-Muslim. Ja, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke dich, Bruder. Ich habe eine Frage. Und zwar meintest du ja gerade das mit Jesus und so. Der ist am besten erforscht in der Geschichte. Und das ist auch an sich alles bestätigt schon bewiesen. Mein Freund, ich würde gerne wissen, wo du eine Quelle außerhalb der Bibel hast, dass Jesus existiert. Talmud? Ja, aber ich meine, guck mal, so damals, die Juden haben ihn doch auch nicht anerkannt. Die haben ihn doch auch gesagt. Die haben ihn gehasst und haben das aufgeschrieben, dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt wurde. Aber in der Zeit haben die ja eigentlich, also okay, sie warten ja schon immer auf ihren Messias, aber zu der Zeit, das war ja auch so eine besondere Zeit gerade. Die Frage ist, haben sie aufgeschrieben, dass Jesus Christus auf Anordnung von Portus Pilatus gekreuzigt wurde? Ja oder nein? Steht das im Talmud? Ja, der Talmud. Also ich denke mir halt, wenn da mal so ein krasser Mensch gewesen sein muss, wo alle gedacht haben, was ist das denn? Weil ich meine, die Aposteln sind ja in den Tod dafür gegangen, weil die haben es ja alles miterlebt. Wenn dir Talmud nicht gefällt, was ist mit Tacitus? Wenn dir Tacitus nicht gefällt, was ist mit, hier, wie heißt der, der Geschichtsschreiber? Josefus Flavius. Ja Flavius, aber der Flavius, das war ja der Jude, der von Massada, oder nee, das war nicht Massada. Das war dann nach... 37 nach Christus ist der geboren. Der hat das aufgeschrieben. Guck dir das mal bitte an. Ja okay, das gucke ich mir gerne mal an mit Flavius. Aber das mit Flavius, das ist halt so eine Geschichte für sich. Der wird ja halt auch dafür benutzt, so dass man sagt, die Römer haben das Christentum hat eingesetzt, um den Bürgerkrieg mit den Juden enden zu lassen. Nein, mein Lieber, was hat der denn davon, einfach zu sagen, dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt wurde? Das ist ja Quatsch. Hat doch nichts davon. Tacitus, ein Geschichtsschreiber, sagt genau dasselbe. Unabhängig voneinander sagen die alle dasselbe. Alle irren sich. Sag mal, du musst aufwachen, Mann. Ja, was heißt alle irren sich? Guck mal so, die Byzantiner, man hat so viele Schriften von denen, die haben alles aufgeschrieben damals. Aber ich würde verstehen, ich würde verstehen, wenn einer das vielleicht sagt, aber doch nicht unterschiedliche Leute sagen genau dasselbe. Das ist doch Quatsch. Das waren alles Zeitzeugen. Du kannst diesen historischen Fakt nicht weg erklären. Du schwebst in allergrößter Gefahr. Jesus Christus kam auf diese Erde, hat Jesaja 53 erfüllt, hat die Sünden der Menschen auf sich genommen und es liegt an dir, Ja zu Jesus Christus zu sagen und Nein zur Religion. Ja, aber der einzige Beweis sind im Grunde die Vorhersagen, die sich dann selbst erfüllen. Und im Grunde, also das ist so Schrift auf Schrift. Weißt du, was ich meine? Du, du. Was ist denn dann im Islam denn so, wenn er so ist? Nein, das ist auch nichts anderes. Ja, also das ist dann ein Tongebuch. Also nach meiner Meinung, weißt du. Ja, dann bist du auch kein Moslem. Nein, nicht mehr. Ja, nicht mehr, siehst du. Deswegen sage ich dir, der Herr Jesus Christus liebt dich und seine Kreuzigung ist historisch bewiesen. Wenn du glaubst, dass der Herr Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, so wirst du dich und deine Seele in Sicherheit bringen, mein Lieber. Bekenne mit deinem Mund, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und glaube daran. Ja, innerhalb der Theologie ist das ja korrekt. Das ging mir jetzt halt nur außerhalb der Theologie quasi. Ja, du siehst also, wenn du Beweise haben willst, so kannst du im Zeitalter des Internets dich hinsetzen und die Beweise dir werden dir so in dein Gesicht geknallt. Du kannst es nicht mehr leugnen. Das ist das. Die Debatten fanden statt. Unter Akademikern kannst du dir angucken. Nein, du wirst sehen, der Islam ist Geschichte sowieso in deinen Augen. Aber ich meine, die Kreuzigung ist die bestbezeugteste Geschichte der Antike. Da gibt es nichts dran rumzurütteln. Er ist wirklich gekreuzigt worden. Unter der Anordnung von Pontius Pilatus. Ich werde mir das nochmal anschauen und komme ich nochmal zu dir rein und unterhalten wir uns vielleicht nochmal weiter, okay? Okay, mein Lieber. Ich bete für dich, mein Wundervoller. Alles klar, mein Guter. Das macht's gut. Ciao. Schaut euch das mal bitte an, was hier steht. Thallus. Thallus verfasste ca. 52 n. Chr. ein dreibändiges historisches Werk der Weltgeschichte, welches in weiten Teilen verloren gegangen ist. Der christliche Chronist Sextus Julius Africanus um 170 bis 240 zitierte ihn jedoch. Er kommentiert die Finsternis während des Todes Jesu. Markus 15, 33 und interpretiert sie als Sonnenfinsternis. Diese Finsternis nennt Thallus im dritten Buch der Historien eine Sonnenfinsternis, wie mir erscheint, gegen vernünftige Einsicht. Sextus Julius Africanus merkt jedoch an, dass eine Sonnenfinsternis zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen sein. Da der Tod Jesu mit dem ersten Frühlingsvollmond zusammenfällt. Der Text scheint zu zeigen, dass Thallus Jesus für eine historische Person hielt und B. die synoptische Passionsüberlieferung kannte und sich mit ihr kritisch-skeptisch auseinandersetzt. Tyson, Merz, Jesus war... Thallus bezieht sich auf eine mündliche oder schriftliche christliche Passionsüberlieferung. Was gibt es hier noch? Flavius Josephus. Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber. Im Jahre 93 n. Chr. erschien sein Antiquitatis judais, jüdischer Altertümer, wo er im Buch 18. Paragrafen 63 bis 64 schrieb, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust der Wahrheit aufnahmen. So zogen viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er zog viele Juden und viele Heiden an sich. Dieser war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gottes gesandte Propheten dies und tausende andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Yes! Hallo? Hallo? Armin, kannst du bitte Bundeskanzler werden? Ja, abonniert mich und macht mich groß und stark. Monisha, was ist los? Willst du nicht reden? Na dann nicht. Ja, wenn du Beweise willst, findest du Beweise. Wenn du ignorant bleiben willst, dann bleibst du halt ignorant. Weiter heißt es, Flavius Josefus erwähnte ebenso die Hinrichtung des Jakobus 62 nach Christus unter dem sadduzeischen hohen Priester Hannas, dem zweiten in den Antiquitatis Judäacea 20,200 schreibt er, er versammelte daher den hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesem den Bruder des Jesus der Christus genannt wird mit Namen Jakobus sowie noch einige andere die der Gesetzesübertretung angeklagte und zur Steinigung führen ließ. Tacitus ca. 55 bis 120 Jahre nach Christus war Römer, Politiker und Historiker Die Annalen wurden die Annalen wurden zwischen 110 und 120 nach Christus geschrieben. In Annalis 1544 schrieb er, um also dieses Gerücht niederzuschlagen, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den aufgesuchtesten Strafen jenem Menschen, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christianus nannte. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in der Hauptstadt, in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammengeströmen und Anklagen finden. Daher wurde er zuerst diejenigen ergriffen, die Geständnisse ablegten, sondern auf ihre Angaben hin eine gewaltige Menge Menschen, die weniger wegen der ihnen zur Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführten galten. Mit denen, die zum Tod bestimmt waren, trieb man noch Hohn. Im Falle wilder Tiere eingenäht wurden, im Falle, im Fälle wilder Tiere eingenäht wurden, sie von Hunden zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet. nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Absolut krass. Absolut hammer. Boah, wenn du... was ist das? Ich wollte dich schon immer, immer persönlich auf der Straße treffen, weißt du das? Ehrlich, wolltest du mir dein Hallo sagen? Nein. Willst du mich nachschlagen? Ich würde dich anspruchen. Anspruchen? Warum? Weil du einfach ehrenlos bist. Warum bin ich ehrenlos in deinen Augen? Warum machst du so was? Weil du nur scheiße laberst. Ja, aber warte, du musst doch mal Gründe nennen, warum du so was machst. Guck mal, allein deine Beschreibung ist respektlos. Ah, meine Beschreibung ist respektlos. Aber wenn Mohammed gesagt hat, geh und beiß in den Pieners deines Vaters, das ist nicht respektlos, ne? Warum bist du so da raus? Warum sagt man so was? Warum hast du so viel Hass in dir? Ich hab doch gerade deinen Propheten zitiert oder euren Propheten. Du raffst alle Scheiße in deinem Leben. Siehst du, wie du überhaupt nichts raffst, gar nichts. Warum raffst? Was soll ich schon raffen? Du hast gerade gesagt, mein Name allein regt dich schon auf. Das regt dich auf, mein Name allein regt dich auf. Aber dass Mohammed gesagt hat, geh und beiß in den Pieners deines Vaters, das regt dich nicht auf. Das regt dich nicht auf. Das ist doch einfach ein Maniac bist. Ein Maniac? Guck mal, warte mal, ich zeig dir, wer ein Maniac ist. Guck mal, ganz kurz. Guck mal, wer der Maniac ist. Gott segne dich und deine Familie. Ja, so sind sie, ne? Das ist das. Kleine Kinder, die dann einen auf Dings machen. Hi. Geht's. Hallo? Hallo? Hallo, was geht, was geht? Wie alt bist du? Ich bin 20, ich hab nur ne sehr, sehr hohe Stimme, deswegen verzeih mir. Ja, warum? Auf jeden Fall, ja, ich wollte nur sagen, ich feiere deine Videos und so weiter, deine Livestreams, du wurdest mir empfohlen, deswegen finde ich auf jeden Fall cool, was du machst. Ja, genau. Wir müssen jetzt wieder reinhauen, Leute. Drei, zwei, eins, jetzt, alle zusammen. Wolltest du noch irgendwas wissen? Äh, ja, wenn du mir irgendwas erzählen kannst zu dir, zu deiner Story, Geschichte oder irgendwas Spannendes. Ich hab mich auseinandergesetzt mit meiner ehemaligen Religion, habe Dinge herausgefunden, die ultra brutal für mich sind und habe herausgefunden, dass der Koran Lügen verbreitet über die Bibel und das Ganze wieder hergestellt werden muss, ne, und, ähm, genau. Hab dann die Dinge herausgefunden und für mich dann beschlossen, dass der Islam Geschichte ist und habe den Herrn Jesus Christus dann angenommen, ne. Das ist cool, ja. Das freut mich auf jeden Fall. Gottes Segen, genau. Er ist 13, ja, glaub ich auch. Er ist niemals 20, hab ich mir auch gedacht. Komm, die 500.000 knacken wir jetzt, Leute. 3, 2, 1, 500.000, jetzt. Ich weiß, die Finger brennen, aber wir müssen durch. Hallo? Gott soll dich bestrafen für all deine Rote, die du machst, diga. Wofür denn ganz genau? Guck mal, du sagst doch, du bist ein gläubiger Christ, oder? Gläubiger Christ oder gläubiger Christ? Ja, ist doch scheißegal, du weißt aber, was ich meine. Was ich artikulieren kann. Denkst du, dein Gott würde sich nicht dafür schämen, dass du andere Religionen runter machst? Mein Gott beachtet Religionen. Dein Gott mag Religion, mein Gott hasst Religion. Ach so, deswegen wurde der Christentum gemacht, weil er Religion hasst. Genau, weil Religionen nicht von Jesus sind, sondern von Satan in die Welt geschaffen worden. Was hat denn Jesus mit Religion zu tun? Hat er nicht die Christentum gebracht? Auf keinen Fall. Er hat die Gnade gebracht. Deswegen haben die Juden ihn gekreuzigt. Er hat ihn gekreuzigt? Ja. Ah, sie haben ihn gekreuzigt? Ja. Dankeschön, dann ist der Herr Jesus Christus ja die absolute Wahrheit. Dankeschön. Nein, er wurde gekreuzigt. Stimmt doch auch. Dankeschön, ja, vielen Dank. So ist gut, so will ich dich hören. Immer schön den Islam demolieren. Nee, ich demoliere hier gar nichts. Ja doch, der Koran sagt, in Sura 417 es steht, aber wer bist du, dass du dich hier ins Internet kommst und hetzt, so dass immer Streit entsteht? Geilst du dich darauf auf, geilst du dich darauf auf, dass Leute... Du musst im 14 sein, wenn du nicht mit mir reden willst. Lass mich doch... Ja, wenn du keine Ahnung von der Theologie hast und der Glauben und so, dann kannst du bitte woanders hingehen. Mach mich nicht bekloppt. Aber danke, dass du es nochmal zugegeben hast. Assalamu alaikum an alle meine muslimischen Brüder. Bruder, guck mal, hör mal auf, bitte den... Was machst du da im Hintergrund? Hör mal bitte auf, die Muslime zu beleidigen. Was machst du da im Hintergrund? Wer wird da geschlagen, Mann? Nein, Mann, hör auf, nur den Islam zu beleidigen, bitte, Bruder. Hör mal auf, kümmer dich mal um das Kind, ruf mal die Polizei an, da wird ein Kind misshandelt, Mann. Ich fick deine kleine Schwester und deine Mutter. Guck mal, was da passiert, die misshandeln Kinder. Die misshandeln einfach Kinder, Mann, das ist ja krank. Wofür soll ich mich denn schämen? Hast du das nicht gehört, Gökhan? Hi, Gökhan. Hallo, mein Herr, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir, El Moussawi? Das war gerade bei Ihnen im Hintergrund. Hä? Weißt du, wer im Hintergrund gerade war? Das weiß ich, du bist nicht, äh, Dings, El Moussawi? Das war deine Schwester, glaube ich, Mann, war? Nein, aber warum bist du so? Ich glaube, das war deine Schwester, hundertprozentig, Mann. Aber wieso bist du so? Warum seid ihr so wie Teufel? Weil du ein Kelb bist, verstehst du? Für ein paar Likes, man lässt, für ein paar Likes bekaufst du sogar deine Mutter. Ein Kelb? Um hunderttausend Likes gibst du mir deine Schwester sogar. Nein, du kriegst du hier, weißt, was du bekommst? Kamelurin. Du kriegst mir sogar deine kleinste Schwester, Was soll ich sagen? Ich kriegst du Kamelurin und dann kannst du das trinken und dann kriegst du Bauchschmerzen weg. Jetzt kannst du rausgehen, so, jetzt kannst du weiterreden mit Kamelurin-Flavor. Ja, das ist das. Man muss sie segnen, der Herr sagt ja, segnet die, die auch schlug. Aber der soll weniger Kamelurin trinken. So, ich wollte schon lange mal mit dir reden, Mensch. Ehrlich, lange oder kurz? Sehr lange eigentlich, eigentlich sehr lange. Ich schaue mir schon öfters deine Videos, ne, deine Frage beziehungsweise zum christlichen Glauben. Ja. Und zwar, ob es stimmt, dass ihr glaubt, dass Gott, der Allmächtige, durch die Vagina einer Frau auf die Welt kam. Als Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden, hat er die normale Geburt. Ist schon klar, aber was bedeutet, ich meine, wenn er jetzt als Gott auf die Welt kommt, dadurch die Vagina. Lass mich kurz aussehen, ich weiß, dass du gerade nervös bist. Wie hat denn das, wie hat denn zum Beispiel der Allah das gemacht, hat denn die Vulva von Maria reingepustet? Ich meine, dass Jesus das ist, du weißt ja, was die Muslime glauben. Er ist aber für die Muslime ein Mensch, aber ihr sagt, Gott, der Allmächtige kommt durch die Vagina einer Frau raus. Wo war denn dieser Mensch, der auf einmal in Maria eingehaucht wurde? Ja, in der Gebärmutter, aber bei euch war ja Gott in der Gebärmutter, der Frau. Wie hat Allah das gemacht? Er sagt, sei und er war. Aber bei euch kann man Gott, der Allmächtige durch die Vagina guck mal hier, was deine Quellen aber sagen. Die sagen etwas ganz anderes. Du bist jetzt erst mal ruhig und dann hörst du mal zu. Lass mich noch kurz mal das reden, schau mal. Ich zeige dir kurz mal was. Guck mal. Das zeige ich dir ganz kurz und dann kannst du noch mal. Schau mal, siehst du? Schau mal. Dudler. So kriegst du das, Dudler. Wenn du mit solchen behämmerten Fragen um die Ecke kommst und auf Konfrontationskurs gehst, dann kriegst du dann Antworten Tore nach seiner Torheit. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Nichts Böses gemeint oder so. Aber hast du keine anderen Hobbys oder so? Jetzt mal Spaß beiseite. Keine Ahnung. Du weißt ja schon, dass du die Muslime damit richtig provozierst, oder? Nee, das soll nicht zum Provozieren anregen, sondern zum Nachdenken anregen. Aber was gibt es zum Nachdenken? Jetzt mal ganz kurz. Spaß beiseite. Ich meine, du bist ein sehr intelligenter Typ, ja? Macht man sich so Freunde? Bin ich hier, um mir Freunde zu machen? Nee, aber du verstehst schon, was ich meine, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich weiß nicht mehr, es gibt doch so viel auf der Welt, wo man reden kann über, ja, aber doch nicht über sowas. Was machst du, wenn zum Beispiel die Muslime eines Tages die Oberhand haben und dich und deine Familie mit einem Schwert an deinen Nacken dazu zwingen, den Islam anzunehmen? Hättest du dann in dem Moment gedacht, ah, der Amir, der hatte schon recht, dass er die ganze Zeit aufgeklärt hat über diese Terrorsekte, ne? Ja, aber guck mal, du ziehst den Koran so in den Schmutz, ja? Das, was du hier erzählst, ja, das, was du hier erzählst, das trifft auf keinen Punkt zu. Okay, was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass Allah und Satan ist, srf Allah. Okay, soll ich das beweisen? Wie willst du das beweisen? Warst du dabei? Anhaltes Koran. Nee, oder du behauptest ja, ja, du behauptest ja, dass Jesus wiedergeboren wurde, ja, warst du dabei? Bitte was? Warst du dabei, als Jesus wiedergeboren wurde? Wiedergeboren wurde? Ja, warst du dabei? Nee. Nee, okay. Warst du dabei, als Mohammed geboren wurde? Wie bitte? Warst du dabei, als Mohammed geboren wurde? Was ist das für eine Frage, Mann? Bist du ein bisschen klug oder was? Du machst du diese Behauptung hier und provozierst. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kamelurin. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kamelurin. Unfassbar. Was? Wie stumpfsinnig, ey. Hast du gesehen, wie Jesus geboren wurde? Oder hast du gesehen, wie Mohammed geboren wurde? Was ist das für eine Frage, Mann? Boah, was für ein Kamelurin-Flaver, ey. What's your flavor? Tell me, what's your flavor? Islam. was ist das für eine Frage? Eine oder mehrere? Spaß, die Seite jetzt, ja? Ja. Guck mal. Was kannst du über Islam? Alles. Was alles? Komm, erzähl mir. Ich kann alles über Islam. Ich kann viel, viel über Islam. Nein, ich kann viel singen für dich, viel singen. Ah. Oh, scheiße, labern, guck mal. Oh, scheiße, labern, über solcher Sachen. Luh, 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 luh. Irgendwann backen wir dich draußen, glaub mir. Ah, kein Problem, ich backe mit dir auch draußen. Was hast du gesagt? Irgendwann backen wir dich draußen. Doch, warte auf. Irgendwann backen wir dich draußen, backen. Die wollen mit Dr. Schirra mal mehr einen Backkuss machen. Alles klar. Kein Problem, irgendwann kommt der. Lache ein bisschen mit mir, lache ein bisschen mit mir. Hör auf zu backen. Backen ist nicht gut. Lass es mal lieber der Frau, die Frauen können gut backen. Du musst viel auf Toilette, du weißt. Es ist nicht für Allah. Würdest du Kamelurin trinken? Jetzt ist der raus. Da war wieder zu viel mit Kamelurin. Franz Walter Steinmeier. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar dieser Asylant, der gerade hier drin war, Alter. Du bist nach Deutschland gekommen, die Leute haben dich hier aufgenommen. Warum ist ein christliches Land und du schießt gegen einen, der gegen den Islam ist? Wer hat dich denn verarscht, Alter? Ab in deine Heimat, Junge. Ganz schnell ab in deine Heimat. Hör auf, sowas zu sagen. Der ist dich nicht bewusst, was der da sagt. Aber ja, du hast recht. Die kommen hier hin und drohen einfach wie behindert. Und verstehen gar nicht, was sie da eigentlich machen. Ich küsse dein Herz. Du bist bester Mann. Bleib so, wie du bist. Und jetzt kannst du mich kissen. Äh, kicken. Du machst gut. Ja, ciao. Gott segne dich. Danke, Leon. Ja. Dumbo. Denner, hör auf damit. Dumbo. Das ist mein erstes Mal, ich rede. Dein erstes Mal. Mit dir. Nein, hör auf. Rede richtig. Man hört, dass du reden kannst. Okay. Sofort habe ich gesagt. Sofort. Sehr schlau. Ja, ich höre in deiner Stimme, dass du normal reden kannst. Ich stehe bis drei. Mach hin. Ich gehe dann raus. Ich gehe raus. Und dann gleich spät. Irgendwann werden wir reden. Ganz viel. Okay, alles klar. Ich warte auf dich, okay? Reject. Nein. Nein. Irgendwann privat. Ja, irgendwann privat. Privat. Private. Rejected. Jihau. Hallo. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Ey, ich habe eine Frage an dich. Eine oder zwei. Bist du Christ? Ja, richtig. Ist es in deiner Religion erlaubt, andere Religionen fertig zu machen? Ja, aber wir dürfen auf jeden Fall dürfen wir die Finsternis aufdecken und der Islam behauptet ja Dinge über die Bibel, die so nicht stehen gelassen werden können und man muss darüber dann aufklären. und die Bibel ist ja ein Buch, das der Herr ja für uns geoffenbart hat und wenn wir da lesen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, dass er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein und Dutzende von Prophetien erfüllt hat und dann sehen wir auf einmal, der Koran widerspricht der Bibel und sagt, dass wenn ihr an die Sohn Gottes ist, dass er nicht gekreuzigt worden ist, dass er nicht Gott im Fleisch ist, ja, jemand dann auf die dir kommt, das Ganze mal klarzustellen. Okay, also ich sag mal so, ich habe nichts gegen Christen, ich bin auch mit Christen befreundet. Ja, dann bist du raus aus dem Islam. Wie bitte? Dann bist du raus aus dem Islam, meine Liebe. Wieso? Weil Allah sagt in Zuge 5, Vers 51 und Zuge 3, Vers 28, wenn ihr euch die Unglückigen zu Freunden nehmt, dann seid ihr eine von ihnen. Nein, da steht, du darfst mit Christen befreundet sein, solange die keinen Krieg mit dir führen. Nein, es ist ausgeschlossen. Mohammed hat gesagt, seid nicht mit Juden und Christen Freunde und wenn die einen von ihnen auf dem Weg trifft, dann müsst ihr sie an die engste Stelle des Weges drängen. Und wenn du den Tafsit zum Beispiel von den großen Korankommentatoren liest, dann siehst du, dass Allah die Muslime so Furcht einflößt, dass sie das nicht tun sollen, dass sie die Unglückigen zu Freunden nehmen. Es sei denn, dass du dich vor ihnen fürchtest, dann darfst du es tun, ja. Fürchtest du dich vor deinen Freunden, deinen christlichen Freunden? Nein. Dann bist du raus aus dem Islam. Würdest du das mal lesen? Ey, äh, ach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Ich würde sagen, glaub mal an dem, an das, was du glaubst. Aber warte mal, willst du das jetzt nicht prüfen? Willst du nicht sagen, ja, warte mal, Amir, ich gucke, was du gerade sagst, ich möchte das mal gerne prüfen. Dann wirst du ehrlich, jetzt hätte man gesagt, wow, die ist ja toll, ehrlich, oh, danke. Nein, Leute, ich bin nicht sprachlos, aber wenn er daran glaubt, dann soll er daran glauben. Aber warte mal, du musst mir mal zuhören. Jeder an sein Glaube, wisst ihr, was ich meine? Wir haben doch gerade eine Behauptung aufgestellt und du müsstest jetzt hier rein, also du müsstest sagen, ja, warte mal, ich überprüfe das mal, wenn du ehrlich wärst zu dir. Ja, ich glaub das ja nicht, was du sagst. Ja, aber das wäre doch gut, das herauszufinden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Ja, für mich ist das nicht die Wahrheit. Dein Koran ist nicht die Wahrheit? Ja, danke schön. Nein, du, was du sagst, ist nicht die Wahrheit. Ja, aber ich zitiere doch gerade aus dem Koran. Dann zitierst du falsch. Okay, dann guck doch mal, ob ich falsch zitiere. Hör mal bitte deinen Koran. Oh no, oh no, oh no, 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 Internets, da kannst du in zwei Minuten alles herausfinden. Schade, schade. Oh no, 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 oh no. Haram, haram. Gott segne dich, mein Bruder. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Wahnsinn, die Sarah, oder? Also ehrlich, man will ja was herausfinden und herausfinden, ob es die Wahrheit ist, dann gibst du ja noch die Chance. Also ganz ehrlich, Sarah, ich war auch Muslim, Alhamdul Jesus, dass ich zum Christ konvertiert bin. Haram. Ehrlich, also mach dich mal schlauer über deine Religion, bevor du hier einfach hochkommst und mit dem Bruder Arm hier einfach angreifen möchtest. In irgendeiner Form von nichtwissenden Art von, einfach nur, keine Ahnung, wie soll ich dir das sagen. Komm, mach dich schlauer, weißt du, weil jeder Mensch hinterfragt die Wahrheit, weißt du. Irgendwann wird der Koran nur noch alleine sein und ein Märchenbuch sein. Sag ich dir ganz ehrlich. Was es ja jetzt schon ist. Was es ja jetzt schon ist. Ja, nee, es gibt schon noch ein paar, die dran glauben, Bruder, aber irgendwann wird es ein Buch sein, wo die Leute dann sagen, hey, pass mal auf, ich spiele Fußball. Ich lese mir dann den Koran durch und dann sagt er, ja, okay, ich schieße ein Tor mit dem Koran. So wird es irgendwann sein, weil da stehen solche Sachen drin. Sarah, vor allem du solltest dich mal echt schlau machen. Als Frau ist das nochmal heftig. Als Frau daran zu glauben, das raffe ich am meisten nicht. Okay, der Mann hat ja wenigstens Vorteile. Er darf bis zu vier Frauen heiraten. Die Frau hat die Schnauze zu halten. Er kann die Frau bei Widerspenstigkeit sofort eine, ne? Als Mann kann man nachvollziehen, okay, das ist eine Religion von einem Mann für einen Mann. Aber was für Vorteile hat denn die Frau? Das ist ja das Schlimme daran. Was für Vorteile hat die Frau denn? Gar nichts. Amir, Bruder, du hast doch letztes Mal hast du ein Vers gebracht. Ich weiß nicht mehr, welcher Vers das war. Vom Koran hast du das gebracht. Da wurde, wo es gesagt worden ist, dass die älteren Männer Kinder heiraten dürfen. Das steht. 65 Vers 4, genau. Krass, oder? Also Sarah, mach mal, schau mal deinen Dings. Würdest du deine Tochter und deinem Kind einen 50-jährigen Mann geben? Mach mal, mach mal so. Würdest du das tun? Einer von denen wird das machen. Niemand von ihnen hier. Aber, aber, aber daran glauben. Ich verstehe nicht, was, was hält denn ihr an ihren Glauben? Jetzt mal wirklich, was? Die Nationen, die kennen sich nicht aus, das ist das Problem. Schau mal. Das ist Gruppenzwang. Der Gruppenzwang ist das. Teil von meiner Familie ist immer noch Muslim. Aber was soll ich machen? Ich sage das denen jedes Mal. Aber hey, was hält euch von dem Schmarrn? Hey, macht euch doch schlau. Liest mal euer Buch an dem, was ihr glaubt. Oder wollt ihr echt unwissend bleiben? Ohne Wissen. Bist du Albaner? Bist du Albaner? Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Okay, mein Lieber. Zu den Albanern wollte ich sagen, spazieren, blamieren und reparieren. Spazieren, blamieren und reparieren. Abbas Mohamedi. Hört sich sehr Persisch an. Ja, ich grüße dich. Salam Abbas. Bist du Perser? Ja. Ah, schön. Halb Perser, halb Aserbaidschaner. Ah, okay. Also sprichst du auch Iranisch, Persisch, ne? Ja. Ja. Was kann das? Ich wollte nur sagen, der Typ meinte gerade hier, der Koran wird bald als Witz angesehen. Aber das stimmt auch gar nicht. Die Leute werden konvertieren immer mehr zum Islam. Nein. Islam ist innerlich am zerbröckeln. Die ganze islamische Welt ist richtig in Aufruhr und die Gelehrten geben das zu. Die sagen, 50% der Muslime, die sich Muslime nennen, sind gar keine Muslime. Das sind alles nur Namensmuslime. Die haben nichts mit dem Islam mehr zu tun. Es kommt gerade eine riesen Lawine der Apostaten auf uns zu. Das ist so krass. Ja, in eurer Scheinwelt. Das sehe ich. Aber wie ich das sehe, in Deutschland ist das total anders herum. Okay. Soll ich das abspielen, dass Gelehrte das mit ihrem eigenen Mut sagen? Nein, brauchst du nicht. Ich sehe also selber. Wenn ich das sagen würde, könntest du sagen, okay, ich habe vielleicht eine Agenda das zu sagen. Aber doch nicht, wenn Gelehrte das selber sagen. Da kannst du rumholen wie du willst. Wir Muslime werden immer mehr und ihr immer weniger. Du kannst bald gechippt werden vom Satan. Wirst du sehen, wo ihr dann hinkommt, wenn ihr hier weiter sowas macht. Nee, guck mal hier. Du denkst, du kommst hier nach Deutschland. Guck mal, wir helfen nicht. Du hast es hier mit dem Teufel zu tun. Du denkst, der Teufel lässt euch zu, dass ihr hier irgendwas machen könnt. Ah, ich bitte dich, Mann. Er hat eure Religion fest im Griff und er weiß, dass ihr gewaltbereit seid. Und er nutzt euch. Das ist das. Guck mal, hier in der Welt kannst du jammern und heulen. Wir werden immer wachsen. Du kannst ja wachsen. Wachsen an Gehirn wäre auch nicht schlecht, mein Lieber. Wachsen an Gehirn, an Verständnis und an Verstand wäre erst mal angebracht. Die denken wirklich, dass sie mit der Wüsten-Religion hier hinkommen und dann einem hochmodernen Staat wie in Deutschland oder Europa allgemein und denken, dass sie da irgendwas machen können. Das ist so krank. Die Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen mit ihrem Kamel-Urin-Zeugs. Unglaublich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mit diesen Leuten geredet. Und die sind bestens informiert. Bestens informiert über diese Religion. Glaubt mir. Glaubt mir, die sind so informiert. Ich war am Staunen. Ich war am Staunen. Die wissen genau, was Islam ist. Ich war richtig erstaunt. Als hätten die einen Scharia-Kurs bekommen. Ehrlich. Ein Scharia-Kurs für die ganzen Staatsapparate. Das ist krank. Die meisten Muslime haben auch riesengroße Angst, was demnächst auf sie zukommt. Riesengroße Angst. Was? 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 Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hä? Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Oh mein Gott, das kann doch nie mehr wahr sein hier. Dr. Schlango. Hier wird Deutsch gesprochen. Genau. Leute, komm, die 500.000. Ah, die 500.000. 500.000 geknackt. So, weiter geht's. Weiter geht's. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Ich frage mich, Amir, bei dir. Ja. Du weißt doch mittlerweile, wie die Menschen funktionieren. Dieses Mädel, nicht die, ich glaube, Sarah. Die Menschen wollen doch die Wahrheit nicht sehen. Die wollen doch einfach nur ihr gemütliches Leben weiterführen. Und es ist doch für einen Mensch in dem Fall das Gemütlichste, sich einfach zu einer Religion zu bekennen, in der auch die Familie und die Freunde und die anderen leben. Und so ein Mädel, was wahrscheinlich noch nicht mal Bock hat, irgendwie eine Seite Zeitung zu lesen. Von der kannst du doch nicht erwarten, dass sie bereit ist, ihr Weltbild umzukrempeln. Die sind doch viel zu faul dafür, die Menschen. Ja, lass es. Aber es gibt natürlich unter ihnen... Es gibt ja keine Bündnis auf die Zeit, ne? Du musst aber auch bedenken, unter ihnen gibt's ja auch Vernünftige, auch in ihrem Alter, ne? Also da muss man schon auch die erreichen, die auch wirklich das Gehirn dazu haben, den Verstand, diese Religion in Frage zu stellen. Und genau diese Suche, diese wollen wir auch erreichen. Die breite Masse ist ja sowieso verloren. Aber unter ihnen, unter dieser breiten Masse, befinden sich immer noch zahlreiche, die sich selber Gedanken machen und das Ganze dann so für sich selber aufschreiben, nachprüfen. Da gibt's Genüge, die Gehirn haben, glaubt es mir. Aber das hat ja nicht nur etwas mit dem Islam zu tun. Ich glaube, es ist einfach so, dass der Mensch einfach so gestrickt ist. Zum Beispiel, wie wirst du einem Menschen in einem kommunistischen Land lebt? Sagen wir mal, du holst jetzt jemanden aus Nordkorea. Wahrscheinlich will er gar nicht sein Weltbild verändern, weil das einfach seine komplette Welt zum Einbrechen bringen würde. Jedenfalls solange er in diesem Land lebt, ne? Also, ich glaube, dir wird es nie gelingen, wirklich alle Menschen zu bekehren. Aber das ehrt dich schon, dass du die wenigen sehen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Und du siehst den Islam wirklich am Ende? Weil ich glaube, die Ausbreitung des Islams läuft ja in erster Linie nicht durch Konvertierung, sondern über die Geburtenrate. Von außen sieht es so aus, als würde es wachsen, aber innerlich ist der Islam total am zerbröckeln. Ja, das ist das. Innerlich ist er am zerfallen. Aber du hattest vorhin gesagt, dass es Menschen gäbe, mit denen du gesprochen hast, und die Muslime müssten sich jetzt fürchten. Meinst du jetzt in Deutschland beispielsweise die rechten Parteien, die wahrscheinlich die nächste Bundestagswahl gewinnen? Auch. Das kommt ja zu einem riesen Clash. Du siehst ja, dass die Muslime auch nur aus einem Grund hier sind. Du siehst ja, dass diese Religion ja keine normale Religion ist. Das hat den Anschein einer Religion. Das ist ja ein richtiges System dahinter. Mit eigenen Gesetzen, eigenen Strukturen. Hat ja nichts mit Grundgesetz und dieser Verfassung hier zu tun. Null und nicht. Da müssen wir uns ehrlich hier genug sein. Also hat jemand einen Plan, diese Religion hier nach vorne zu holen, richtig? Also das denke ich auch. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, da kommst du schon in die Verschwörungstheorien. Wer soll denn ein Interesse haben? Da brauchst du nur einen gesunden Menschenverstand. Da brauchst du nur einen gesunden Menschenverstand. Weil du musst doch nur in die islamische Welt schauen. Du siehst doch da, wo der Islam dominierend ist, wie er sich auf einmal verhält. Hier, was wir hier sehen in Deutschland, ist einfach nur ein Islam, der nicht in der dominierenden Fassung ist. Also sind sie ruhig. Die können doch nichts machen. Das ist das. Und das weiß auch die Leute in Europa. Und die Muslime werden dann irgendwann mal bald auch in die Drangsalzeit kommen. Die neue Weltordnung, sie werden sie vorankurbeln, weil die Muslime ja die gewaltbereiteste Ideologie hier überhaupt ist. Also manche werden halt so eine Art Söldner am Leder nach umgesetzt. Ich muss dir mal vorstellen, der Imam, sobald er den Dschihad ausruft, müssen die Muslime folgen. Der Muslim, der nicht folgt, der muss sogar bekämpft werden. Das ist das Kranke. Das wissen die. Also deswegen meinte ich gerade Verschwörungstheorien, weil das sind ja Sachen, die kann man nicht belegen. Und ich meinte, du betrittst dann quasi den Raum der Verschwörungstheorien. Also du glaubst, dass eine größere Agenda... Dann werden wir sehen, ob ich Recht behalte oder ob jemand anderen Recht behält. Also das will ich dir überhaupt nicht abstreiten. Aber meinst du, dass die Muslime eigentlich nur instrumentalisiert werden, um als Söldnerarmee für eine höhere Kraft, wer auch immer das ist, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, dann einen Krieg zu führen in Europa. Wahrscheinlich gegen die eigene Bevölkerung. Die haben ja in ihren Schriften Eroberungsbefehle von Allah und Mohammed. Und der deutsche Staat bzw. Europa ist ja nicht dämlich. Sie können ja genau wie ich anhand der islamischen Schriften ja sehen, was der Islam ja vorhat. Verstehst du? Wenn ich das schaffe, was meinst du, was hochintelligente Staatsapparate hinkriegen? Verstehst du, was ich meine? So meinst du das. Okay, alles klar. Jetzt fügt sich das zusammen. Das Internet ist ja zur Verfügung. Die Muslime sind ja so verrückt, dass sie alles zur Verfügung stellen. Das ist ja das Kranke. Sie stellen ihre gesamten Bücher, ihre gesamte Ideologie ins Internet und man kann das alles nachschlagen und nachschauen. Das ist ja das Krasse. Und siehst du, die Staatsapparate wissen über alles Bescheid. Aber findest du das nicht ein bisschen widersprüchlich denn auf der einen Seite? Ja klar, aber findest du das nicht widersprüchlich, dass die Regierung anders handelt als der Staatsapparat? Nein, Staatsapparat ist die Regierung und die Regierung ist der Staatsapparat. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Aber die Regierung hat doch vornehmlich Menschen aus islamischen Ländern ins Land gelassen. Ja, aus einem Grund. Genau das meine ich, dass die gefallene Passchristenheit bald das erlebt, was sie noch niemals hätte, was sie nie hätte sich ausdenken können, dass sowas kommt. Das ist das, wenn sie den Herrn Jesus Christus verworfen haben und dann bekommen sie eine Religion, die absolut gewaltbereit ist und dann wirst du sehen, was bald passiert. Heftig, ne? Ja, das werden sie in den nächsten Jahren zeigen. Also ich hoffe nicht darauf. Aber bei dir scheint das schon gut zu stehen. Durch den Islam kannst du ja auch unglaublich gut Gesetze erlassen. Die Muslime sind ja hardcore gewaltbereit und das weiß ja der Staatsapparat und alles. Und die werden das zum Nutze machen, um gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und Gesetze zu erlassen. Ganz einfach. So heftig wird es kommen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass neun von zehn Muslimen, die in Deutschland oder irgendwo anders in Europa leben, gar kein Interesse an Gewalt haben. Vor allem nicht Menschen, die Familien haben. Das glaubst du jetzt, aber sie sagen es nämlich ins Gesicht. Es gibt eine Passage in Sura 3, Vers 28. Da kannst du mal nachlesen durch die Ausleger Ibn Kathir. Er zitiert zum Beispiel Abu Haddad, der sich unter der Autorität der ungläubigen Macht befand und nicht in der Stärke war, diese Ungläubigen vor die Wahl zu stellen, um den Islam anzunehmen. Da sagte der, in Zeiten der Schwäche hat er die ungläubige Mehrheit, hat er sie ins Gesicht gelächelt, während er sie in ihrem Herzen verflucht hat. Wahnsinn, ne? Also Muslime, du musst immer damit rechnen, dass wenn Muslime dir schmeicheln äußerlich, sie dich aber innerlich verfluchen, weil du ein Feind Allahs bist, krank, ne? Aber gut, für diejenigen, für die das zutrifft, hast du auf jeden Fall recht. Aber ich denke, die meisten Muslime, die werden sich doch nur an den Koran wenden. Und im Koran steht das nicht, oder? Das war eine gar nicht effizienter Muslime, die von Toten umblasen, keine Ahnung. Ich meine wirklich Leute, die in der Moschee sind, Leute, die sich auskennen, ein bisschen mit den islamischen Schriften, die wissen ganz genau, was Allah und Muhammad von ihnen verlangen. Die meine ich. Und dazu gibt es hunderttausendfach hier. Sie sind jetzt noch ruhig, das ist das. Sie sind noch ruhig. Aber irgendwann mal, ne? Das ist das. Ihre Religion ruft sie dazu auf, dann nicht Muslime vor die Wahl zu stellen, so wie es Muhammad gesagt hat. Unser Gesandter, unser Prophet, der Gesandter unseres Herrn, hat uns befohlen, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er die Jizia bezahlt. Und derjenige, der nicht die Jizia bezahlt, den werden wir für immer bekämpfen. Und wer auch immer im Kampf stirbt, der wird ein luxuriöses Leben leben, was er noch nie gelebt hat und wird sofort ins Paradies eingehen. Unglaublich. Da siehst du mal, was für eine Gehirnwäsche, ne? Was für eine Gehirnwäsche. Ja gut, wobei ich selber immer noch der Überzeugung bin, dass eigentlich, ähm... Ich denke immer noch, das ist eine kleine radikale Gruppe. Eine radikale Gruppe. Es reicht doch schon, wenn 10.000 von ihnen aufstehen und überall hier in Deutschland anfangen, irgendwas zu tun. Meinst du, die Polizei kommt noch irgendwie dahinter? Ja, aber mit ihrer hochmodernen Technologie, was sie uns nicht zeigen, werden sie dahinter kommen. Warten wir ab. Hier in Deutschland kannst du nicht einen Fuß setzen, ohne dass die genau wissen, was du vorhast. Glaub mir. Glaub mir. Aber das ist doch verrückt, dass es Verbrechen gibt, die begangen werden und nicht aufgeklärt werden, obwohl die Behörden eigentlich die Möglichkeiten hätten. Meinst du das? Ja, da gibt es sowas, aber... Da muss man abwägen, da muss man, äh... Ja. Naja, es war auf jeden Fall ein sehr endliches Gespräch. Kannst du dich daran erinnern? Wir hatten vor kurzem schon mal ein Gespräch geführt. Und dazu wollte ich dir auch noch eine kurze Frage stellen. Ja, das kannst du beim nächsten Mal. Hier sind noch andere, die auch noch einladen. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich. Okay, tschau. Bis auch. Tschau. Ciao. 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 Hallo. 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 Hast du da schlank, äh, zwischen oder was? Olaf, Gunnarsson. Der gute Olaf. Der gute Olaf. Hallo. Hallo. So, nur an deine, ähm, deine Freunde in deinem Live-Chat. Ja. Es kommen jetzt langsam immer mehr und mehr, melden sich wie dieser Schlango. Riesengroßen Respekt mit seinem Verhalten und mit seinem Hirn, was er überlegt, etwas in seinem Leben. Und er kennt den Islam. Und, ähm, vorher, ich will nur deinen Freunden in deinem Live sagen, dass sie mal merken, was du überhaupt bezweckst. Du hast vorher gesagt, diese Leute aus der Wüste, du bist ja aus der Wüste, mein Junge. Ja. Und du redest über dein Land, über deine Landsleute, über dein Glauben. Wie willst du dann... Meine Landsleute haben ja den Islam ja abgeschworen. Die verlassen gerade alle den Islam. Weil sie gemerkt haben, was der Islam mit ihrem Leben angerichtet hat. Sie sollen den Koran in die Hand nehmen und lesen. Haben sie ja, deswegen verlassen sie ja den Islam. Nee, ich weiß nicht, was du für einen Koran liest. Weil das, wo ich dir zuhöre, glaub mir, ich bin mit zwei Kindern hier. Wir hören dir zu und wir lachen uns kaputt. Okay, du kannst ja gerne deinen Kindern in Zura 78, Vers 33 zeigen. Wo Allah euch verspricht, dass ihr Frauen mit schwellenden Busen bekommt. Lach mal ein bisschen. Wieso hast du uns so schnell weggemacht, weil du keine Chance gegen ihn hattest? Wen? Er redet mit Respekt für alle Menschen. Da war doch kein Moslem. Wir müssen Frieden schließen und nicht was du machst. Du machst nur Hass auf dieser Welt. Dein Gott macht doch Hass auf dieser Welt. Du bist aus der Wüste in Deutschland gekommen, hast etwas kennengelernt und... Ich hab das nicht ausgesucht, dass ich hier in Deutschland bin. Du verkaufst dich. Du verkaufst dich nur für paar Accounts, wo die dir hier schicken, paar Geschenke. So ein Thema verkauft man sich nicht, glaub es mir. Wenn so ein Thema ist, ist das brandgefährlich, glaub mir. Kein Geld in der Welt ist es wert, sich das anzutun. Du hast schon dein Land verkauft und dein Glauben. Du hast doch dein Land verkauft. Was suchst du überhaupt hier? Ist dein Land kein sicheres Land? Wie? Wie? Es geht um dich. Es geht um dich zu lächerlichen Nummer. Ja, ich... Wir haben den Islam in unserem Land. Wir können also nicht in unser Land gehen, weil wir aufgrund des Islams unterdrückt werden. Unterdrückt dich dein Land? Kein einziger... Weder in Deutschland noch Österreich noch in der Schweiz... Würdest du deinen Kindern auch... Würdest du deinen Töchtern auch beibringen, dass die geschlagen werden dürfen, wenn sie widerspenstig sind? Suche 4.34 Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Leute. Habt ihr es gehört? Guck dir das mal an. Also, warte schnell, warte schnell. Ich erkläre dir. Es wird ja erklärt, man darf nicht zuschlagen mit der Faust, sondern mit offener Hand. Stimmt's? Warte, warte, ich erkläre dir, weil du kommst nicht so weit. Würdest du zu lassen, dass ein Mann mit offener Hand deine Tochter schlägt? Bumm? Nee, warte schnell, warte schnell. Lass dich erklären, weil du kannst es ja nicht. Warte schnell, warte schnell, warte schnell. Mit offener Hand. Sie darf weder A machen, sie darf weder A machen noch... Sie darf ein blauer, grüner oder irgendwelche Flecken stehen. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Sehr wahrscheinlich kriegst du keine Frau und dann hast du ein Problem mit dem. Ich weiss es nicht. Weisst du, wenn ich dich anschaue, du hast nur Profit für dich. Und wenn ich die Konvertierten schaue, die zu Islam konvertieren, die konvertieren nur aus einem Grund. Wegen Islam für Gott. Sie haben Gott gefunden. Aber ihr, der konvertiert, ich will nichts gegen Christen sagen. Aber du zum Beispiel oder wie diese Iranerin, die sich kürzlich gemeldet hat, sie hat den Glauben gewechselt, weil sie kann das Sexleben nicht ausleben im Islam. Darf ich dir das kurz vorlesen, wie du deine eigene Religion demoliert hast. Guck mal hier. Sie redet über sich. Guck mal. Möchtest du zuhören? Möchtest du was lernen? Möchtest du was lernen? Oder willst du rausgehen? Islam, du darfst nicht schlagen. Okay, dann guck mal, ob das so erlaubt ist, mein Lieber. Hallo. Beruhige dich. Beruhige dich. Komm runter. Ich lese dir das mal vor. Asahi Bukhari, okay? Du kannst das dann selber für dich überprüfen, okay? Hör zu. Warte schnell, warte schnell. Irgendwie tust du mir leid. Ich würde gerne mit dir einen Kaffee tun. Du tust mir leid. Du tust mir leid, dass du nicht in der Lage bist, dein Gehirn zu benutzen. Das tut mir wirklich leid für dich. Morgen wieder Hass predigen gegen den Islam. Möchtest du mit mir hier wirklich intelligent durchgehen oder möchtest du Kamelurin-Flavor an den Tag legen? Ich will die Scheiße fressen, wie du die jeden Tag machst, aber... Ja, aber du isst doch Kacke und Pipi von Kamelen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich nicht. Doch, du ja. Du kommst ja aus... Ich weiß nicht vielleicht, wo du herkommst. Bei uns nicht. Ja, warum? Woher kommst du denn? Aus Bosnien? Genau. Bosnien ist ein sicheres Land. Was suchst du in Deutschland? Ich bin hier geboren. Nein, das stimmt nicht. Du bist hier nicht geboren. Du bist hier hingekommen. Jetzt lachst du auf einmal. Warum gehst du nicht zurück in dein Land? Warum gehst du nicht zurück in dein Land? Ich kann nicht. Ich würde gerne zurück in mein Land gehen und mein wunderschönes Land genießen. Was für ein schönes Land ich eigentlich habe. Da würden wir zurückgehen und aus unserem Land das schönste Land machen überhaupt. Nimm nur den Islam weg. Die ganzen Iraner hauen sofort ab. Nimm nur den Islam aus meinem Land weg. Morgen siehst du wie hunderttausende Iraner abhauen in ihr Land. So sieht das aus. Du wirtschaftsmischling. Was bei euch passiert ist, bei uns ist das Problem nicht. Glaub mir, die Iraner würden sofort ihre Koffer packen und ab in ihre Heimat gehen, weil ihre Heimat 80 Milliarden mal schöner ist als das, was du hier siehst. So sieht es aus. Die Iraner sind mit die intelligentesten Menschen, die du jemals in deinem Leben gesehen hast. Alle, einer nach dem anderen akademischen Grad. Und das kann keiner leugnen. Die bestintegriersten, sagen wir mal schnell, die bestintegriersten Ausländer in Deutschland. So sieht es aus. Und wir haben begriffen, dass der Islam unser Leben ruiniert hat, unser Land ruiniert hat. Und der Islam ist hier nach Deutschland gekommen und versucht das gleich hier genauso zu machen. Und da haben wir solche gehirngewaschene Menschen wie du, die das nicht mal erkennen. Wo? So krank ist das Ganze. Aber schau mal, ihr habt im Iran ein Problem. Du hast ein Problem mit deinem Verstand, weil du die Bücher nicht aufschlägst. Nee, ich habe nur ein Problem mit Menschen, die Hass predigen. Hassprediger bist du, der mir das Leben zur Helle macht, der mir das Leben schwer macht, damit ich die Muslime die Kamelurin trinke, damit ich die rausholen aus Kamelurin. Kamelurin. Schau mal, komm, befreuden wir uns. Komm, sein wir Freude. Komm, lassen wir uns Frieden auf der Welt schließen. Und nicht nur Hass predigen, wie du jeden Tag. Hab ich doch gerade zu dir gesagt. Frieden schließen. Okay. Du hast gesagt, ich komme aus der Wüste. Ich würde aber gerne zurück in mein Land gehen. Aber nimm den Islam weg. Mal gucken, ob die Iraner nicht morgen alle abhauen. Bruder, das ist nicht Gott. Das ist die Politik. Du hast nicht mal Islam in deinem Land. Du hast ein sicheres Land. Was suchst du überhaupt hier? Bruder, das ist nicht Gott. Bruder. Nicht Gott, der das produziert bei euch in Iran. Eure Politik. Gott hat befohlen, in Surah 9, Vers 5, dass man die gesamte Menschheit nackentherapiert, wenn sie nicht zum Islam konvertieren. Was hast du für ein Buch, Mann? Ich schwöre, bei uns konvertieren Leute und Leute, aber niemand hat sie gesagt. Ja, konvertieren durch Gehirnwäsche, durch Lügerei, durch Taqiyah. Deswegen konvertieren die zum Islam. Sag denen auch einmal ehrlich, dass wenn ihr zum Islam konvertiert, ihr auch nicht mehr rauskommen könnt ohne euren Schädel. Sag ihnen das mal. Mal gucken, wie viele Leute sich noch für den Islam entscheiden. Und jeder, der Islam kennenlernen will, soll den Koran lesen. Haben die doch gelesen. Wir haben den Koran gelesen und haben gesagt, das ist das gefährlichste Buch der Welt. Ich bin der glücklichste Mensch, seit ich mit dem Koran gesprochen habe. Glücklich? Du praktizierst doch nicht mal den Islam. Was für ein Islam hast du denn kennengelernt bekommen? Aus Bosnien oder was? Was ist das für ein Islam? Ich schwöre auf Allah. Ich verrichte meine Gebete. Genau, Allah. Du kannst doch nicht mal Allah sagen. Du sagst Allah. Allah? Was für Allah? Allah. Was für Allah? Allah. Ich bin kein Arab, aber ich rede Allah. Ja, dann übe das doch mal. Allah. Egal, wie man sagt Gott. Gott ist das Gleiche. Ja, dann sag Gott. Aber die Muslime, du ärgerst die, wenn du sagst Allah. Nein, ich sehe eben du. Du gehst jetzt gerade, du kochst glaube ich. Ja, ich koche über deine Ignoranz, über dein, über dein, das ist für mich unvorstellbar, wie ein erwachsener Mann nicht zwei Meter nach vorne gerade ausdenken kann. Dass wenn der Islam Oberhand gewinnt, dass wir alle dran sind. Das siehst du nicht? Nein, nein. Wie ist denn der Islam, wie hat der Islam sich denn verbreitet? Sag mir mal bitte. Durch Küssen und Rosen geben oder was? Durch Wahrheit. Durch Wahrheit. Durch Wahrheit? Durch Lügen von anderen Menschen. Schau mal. Hör dich das mal bitte an, was der sagt. Wie gehirngewaschen man sein muss. Und alles das hat uns nur Gutes gebracht. Denn Leute haben die Wahrheit erfahren, dass das Lüge war und so haben sie konvertiert zum Islam, zur Wahrheit. Ja. Genau. Deswegen ist auch Khalid Ebn Walid losgezogen, hat Türkei angegriffen, hat Aserbaidschan angegriffen, hat Iran angegriffen und hat sie alle zum Islam gezwungen. Weil der Islam natürlich die Wahrheit ist, ne? Anders. Das ist jemand. Wie fertig muss ein Mensch nur sein? Wie fertig. Um dich zu schütteln und zu sagen, hallo, komm mal auf den Boden, Islam ist nicht das. Wie dieser Doktor Schlange wurde wieder heißt. Riesenrespekt, ich möge ihn Gott belohnen. Ich bin im Irrenanstalt, ich sag's euch. Das ist für mich unvorstellbar, was der sagt. Komm bitte. Komm, geh bitte. Ich reg mich nur über dich auf. Wie fertig die Leute sind. Wie fertig. Das kann nicht in meinen Kopf reingehen. Ja, das sind die Ersten, die dann aufgrund ihrer Religion dann die brutale Wahrheit ihrer Religion dann zu spüren bekommen. Und dann sagt, dann denkt er sich so, ach du Heil, ich hab damals mit Armin darüber geredet und jetzt auf einmal hab ich den Schlamassel. Hier. Wie fertig muss man nur sein, das ist für mich unvorstellbar, Mann. Tunni sind auseinander genommen. Shalom Amir, Shalom. Hallo mein Lieber. Also man merkt bei dir wirklich, du sprichst wirklich der Heilige Geist, das sieht man bei dir richtig. Muss ich sagen, wie du strahlst und so positiv. Sehr gut. Ja, ich rieche ein bisschen auf. Aber das ist, weil ich wütend bin auf diese Leute. Weil die uns, die wir aufklären, uns das Leben total schwer machen. Das ist das Problem. Und der Dr. Schlangow, das war doch ein Christ, den er da mal erwähnt hat. Ich weiß gar nicht. Ja. Was das soll, ne? Ich hab noch nicht mal hier einen Soziologen gehört, der hat gesagt, bei 14 Prozent, wenn wir 14 Prozent Migranten haben, dann wird's gefährlich, weil dann wollen die übernehmen, ne? Ja, nur die Muslime, die den Islam richtig verstanden haben, die wollen die Ordnung eines Landes beseitigen und durch die Scharia ersetzen. Die sind nur aus einem Grund hier. Um dieses Gesetz, diese Ordnung zu beseitigen, du weißt ja nach Grundgesetz, wer es wagt, diese Ordnung zu beseitigen, den gilt es zu bekämpfen, richtig? So sagt es ja das Grundgesetz. Genau, genau. Und der Islam ist gegen das Grundgesetz, richtig? Richtig. Also im Umkehrschluss sollte man was mit dem Islam machen? Das müsste man verbieten hier in Deutschland, sag ich mal, ne? Amen, so sieht's aus. Ein gesunder Menschenverstand, Menschenrechtler. Und alle sollten sich nochmal hinsetzen, den Islam auf den Prüfstand schicken, von jemandem überprüfen lassen und sagen, aha, das hat nichts mit Demokratie, nichts mit Menschenrechten zu tun, die haben ihr eigenes System und man muss die Muslime dann vor die Wahl stellen und sagen, du möchtest mit uns in Frieden und Einklang leben? Meinungsfreiheit, Grundgesetz, dass wir alle gleich sind unter diesem Gesetz? Oder du willst einen menschenverachtenden Scharia haben? Dann kannst du dir bitte ein islamisches Land aussuchen. Das wäre gesunder Menschenverstand. Genau, genau. Das wäre gesunder Menschenverstand. Weil es islamisch kompatibel ist mit Demokratie, Europa, Freiheit, dies und das, Selbstbestimmung. Dann geht's ja nicht im Islam. Genau. Aber jetzt aus islamischer Sicht haben die ja nicht Unrecht. Aus islamischer Sicht gehört Allah, die Welt gehört Allah. Also denken die auch, Deutschland gehört den Muslimen quasi. Natürlich. Die denken, das ist Allahs Land und das gehört nicht den Deutschen sozusagen und irgendwen, das gehört Allahs Land. Und die Muslime haben Recht darüber, über die Kufat eines Tages zu herrschen. So verrückt ist das Ganze. Und jeder wird ja auch als Muslim geboren. Nur die ungläubigen Eltern machen ihn dann zum Christen oder zum Juden. Also quasi, so ist es ja aus islamischer Sicht. So denken die ja, ne? Ja, genau. Richtig. Sogar Jesus, sagen sie, war Moslem, ne? Quasi, ne? Wir erzählen viel, wenn die Zeit. Okay, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich wollte nur sagen, Dings, auch wenn du so lauter bist und so, ich würde einfach, weil Dings, der wollte einfach nur normal mit dir debattieren. Nein, das war ein Moslem. Es ist ein Moslem. Es ist ein Moslem. Er sagt aus Versehen Allah. Also weil es sein Akzent vielleicht ist, weil er vielleicht... Dann musst du das lernen. Die Muslime sagt doch, wenn man sogar die Fußspitze falsch setzt, ist das Gebet ungültig. Was meinst du, wie die sich aufregen, wenn du sagst Allah? Ja, aber guck mal, er hat auch nicht so, so wie du es ausgesprochen hast, Allah gesagt, sondern er hat so... Ich glaube, er war Russ oder Ukrainer. Ja, aber Bosnien. Oder Bosnien. Ja, die aus diesem Gebiet, die reden halt einfach mit einem Akzent. Ich kenne genug in Bosnien, die das gelernt haben und das perfekt aussprechen. Was ist denn das Problem? Da muss man sich in den letzten fünf Minuten und das mal lernen. Man muss aber trotzdem nicht so ihn anschreien. Er hat ganz normal mit dir geredet die ganze Zeit. Ja, das war nicht ganz normal. Was war das für eine gehirngewaschene Show, was er da gebracht hat? Der hat zu mir gesagt, man darf die Frau nicht so schlagen, dass irgendwie sie grüne Stellen hat. Und dann sehe ich auf einmal die Hadiths und sagen genau was anderes. Genau was anderes in Sahib Bukhadi. Jetzt hat er keine Ahnung von seiner Religion. Und zweitens würde ich dir empfehlen, auch wenn du viel älter als dich bist, ich würde dir einfach empfehlen, mit einem richtigen Islam-Prediger darüber zu reden und eine normale Debatte zu führen. Ja, hol doch mal bitte jemanden hin. Ja, aber das kannst du nicht auf TikTok machen. Du musst mit jemandem einen Termin vereinbaren sozusagen und das dann auf TikTok machen. Soll ich Termine vereinbaren mit diesen ganzen Predigern, oder was? Ja, damit du nicht jemanden richtig zum diskutieren hast. Du redest die ganze Zeit mit Leuten, die nicht so viele Anfragen haben. Die Leute haben aber genügend Abonnenten, die können ja hier reinkommen und das Ganze klarstellen, oder nicht? Ja, aber dann musst du die ansprechen, vielleicht sehen die dich nicht. Mich sieht man nicht mit 600.000 Likes. Komme ich auf fast allen YouTube-Pages? Nein, aber guck mal, du willst doch den Islam abschaffen, oder? Das ist doch dein Ziel, oder? Nein, ich will die Muslime aufklären und ihnen sagen, hör mal zu, deine Religion ist absolut bösartig. Okay, du willst dich zum Konvertieren bringen, richtig? Du willst dich zum Konvertieren bringen, richtig? Bitte? Du willst dich zum Konvertieren bringen, richtig? Ich will dich überhaupt nicht zum Konvertieren bringen. In erster Linie geht es darum, sich zum Nachdenken anzuregen. Okay, aber was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Habe ich doch gerade gesagt, zum Nachdenken anregen, zum Aufklären über diese Religion. Und sie zu Jesus Christus rufen. Dann diskutier doch mit einem richtigen, mit jemandem, der richtig Ahnung von dem Islam hat, der sich damit jahrelang beschäftigt hat. Diskutier dann auf TikTok über, guck mal, hier sind 1.100 Tuschauer. Du bist also nicht der Partner. Dann guck ich mal, wer hier noch drin ist. Machs gut. Vielleicht ist Bilal heftiger. Danke, Nido. Danke, Nido. Hallo? Hört sich ein bisschen. Äh, ich habe eine Frage. Hörst du mich? Naja, das ist voll der Knecht, Alter. Das ist voll der Knecht. Ja, der Knecht ist Herr Jesus Christus. Da hast du recht. Wessen Knecht bist du denn? Wenn du jemanden aufkehren willst, dann mach es doch einfach ganz normal und nicht mit Aggressionen so. Du willst jemanden zu Jesus. Hast du gesehen, wie ich dich aufkläre? Hey, warum du Gott aus dem Vagina 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 aus Aber dein Gott ist ein Mann. Er war zu einer Krone. Geh raus, du Idiot. Ich habe keinen Bock, mich hier aufzuregen auf so Trotteltypen. Unglaublich. Richtige Bollos. Mit diesen Leuten kann man überhaupt nicht ein normales Gespräch führen. Das ist absolut krank. Die fangen dann direkt an, drei Millionen Sätze zu reden und dann... Ich bin schon wieder bei dir. Hör mir gut zu. Es gibt nur eine Sache, wo ich dieser Emila Mantic... Weil sie schreibt schon zweimal. Im Islam... Ja, okay, danke. Danke, Emila Mantic. Oh mein Gott, ey, das ist absolut krass, ey. Ich geh auf, kleiner Schwanz. Boah, guck mal, der Kleine. Schaut euch das mal an. Habt ihr das gerade gehört? Islam. Islam, heftig, ne? Was der Islam... Das hat er bestimmt von seiner Familie da gehört, oder was, ne? Seine Umgebung und so, ne? Von klein auf, das ist ja unglaublich. Wow, ich bin so schnell rangekommen. Hallo. Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ja, ebenfalls für die Wahrheit. Und nur Gott weiß, was die Wahrheit ist. Du bist Albaner, ne? Ja. Wie bist du denn Muslim geworden? Geborener Muslim und die letzten 20 Jahre praktiziert, oder sagen wir 15 Jahre. Und wie sind deine Vorfahren Muslime geworden? Unterschiedlich. Am Anfang war es halt durch den Handel und dann durch Krisen. Und was hat euer Volksheld getan, der Skanderbeo? Er hat die Osmanen bekämpft. Was waren denn die Osmanen? Die Osmanen, großteilig, waren Muslime. Also die Muslime wollten nach Albanien überfallen und dann war es euer Volksheld, der diese zurückgedrängt hat. Meinst du nicht, dass das ein Held ist, dass er aufgehalten hat, seine Islamisierung? Nach wieviel Jahren? Seit du Moslem bist. Nach wieviel Jahren? Ich rede darüber, dass eure Vorfahren gekillt haben und du heute Muslim bist. Ja, natürlich. Guck mal, man muss so schauen, dass der Anfang fängt immer friedlich an. Und nachher, wenn jemand überhand nimmt, dann wird das bekämpft, weil man sieht, dass man etwas verliert, was man hatte und dann möchte das nicht verlieren und dann kämpft man halt gegenseitig. Ja, aber eine Religion, die zum Beispiel von Gott diesen Befehl bekommt, Andersgläubige zu bekämpfen, bis sie an das glauben, was sie glauben, meinst du nicht, dass es vom Teufel kommt? Nein, weil nicht bis die sich wieder zu kehren. Das heißt, es gibt schrittweise diese Sachen. Das heißt, wenn die Muslime bekämpft werden, dann dürfen die auch die bekämpfen. Ach so, der Papa sagt aber genau das Gegenteil. Soll ich das zeigen? Ja, ich glaube, dass da drauf steht. Aber wenn es so weit ist, dann natürlich wird es bekämpft. Also wir alle, die wir nicht an den Islam glauben, wir werden bekämpft, ne? Wenn ihr uns bekämpft, ja. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will nicht an das glauben, was du glaubst. Ja, dann glaub auch nicht. Aber Mohammed hat gesagt, wir kämpfen diejenigen, die nicht an das glauben, an was du glaubst. Nein, nicht so genau. Du musst auch die Verse, die Aya vorher und nachher lesen. Das ist kein Problem. Sollen wir die Aya vorher und nachher lesen, die Aya? Ich habe es gelesen. Ja, dann lesen wir nochmal. Und das steht so, ich bin, ich bin, ich habe jetzt gar nichts da, also meine Hände. Ich weiß, du bist ein Moslem und hast keinen Koran da, aber bist 20 Jahre praktizierend, ne? Ja, mit der Grundlage, wo wir da sind. Ich bin nicht allwissend, ich weiß auch nicht alles, aber ich bin froh. Hab ich das gesagt? Hab ich das gesagt? Aber ich denke, wenn jemand zu mir sagt, ich bin seit 20 Jahren praktizierend, dass er wenigstens einen Koran neben sich hat. Ich bin, never me. Ich habe ein anderes Zimmer, aber ich habe auf Albanisch. Dann hol mal bitte deinen albanischen Koran. Ja, über was willst du reden, aber? Ich möchte dir zeigen, was dein Gott sagt, was man mit Andersgläubigen macht. Hol mal deinen Koran. Was ist dein Ziel eigentlich? Siehst du, wie du auf einmal ablenkst, merkst du? Weil du Angst hast, deinen eigenen Koran in die Hand zu nehmen? Ich habe nicht Angst, weil... Hol deinen Koran, du hast gerade gesagt, er ist im anderen Zimmer. Hol deinen Koran, mach mal Hassanat für Allah. Ich bin, ich bin kein, ich bin kein Lehrer. Verstehst du? Aber für mich weiß ich genug, wie ich umgehen kann. Du hast doch gerade zu mir gesagt, ein Vers vorher, ein Vers nachher. Wenn du so klug bist, wenn du denkst wirklich, dass es so gut ist, warum tun die Länder dann halt nicht die Muslime rausschmeißen? Du wirst bald sehen, was hier los ist in Deutschland und Europa. Ja, was? Wirst du bald sehen, was hier los ist in Deutschland und Europa. Weil ihr Muslime alles ins Internet stellt, eure gesamte wahnsinnige Ideologie. Keiner setzt das ein. Wir, 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 wir stellen, wir stellen, dass die Menschen lernen, um das, um das zu kennen lernen. Aber ich stelle da zur Verfügung, dass die Menschen lernen, dass Mohammed gesagt hat, geh und setze jeden Menschen vor die Wahl. Islam anzunehmen, Gizir zu bezahlen oder in die Ewigkeit zu geschickt zu werden durch Nackentherapie. Ich kann nur etwas sagen. Etwas sagen. Genau, sag mal etwas. Weil die Kinder gegen Osmanen bekämpft haben, ist es so, dass vielleicht der Islam missbraucht worden ist und deswegen haben die die Hilfe Gottes verloren. Okay, hol deinen Koran her und dann lass uns gucken, ob die... Aber so sehe ich, als Bahner und als Moslem, so sehe ich das. Hol bitte dein Buch her. Mach ich es nicht, ich habe jetzt keinen Bock. Ich hole dich, ich will dich, ich will doch nichts. Ein Fest vorher, ein Fest nachher, ja genau. Komm, komm, ich weiß. Ein Fest vorher, ein Fest nachher. Die denken, das ist wie Bibel, dass der Koran Kontext hätte. Unfassbar. Hey, warum hat dein Heiliger Geist raped Mary? Warum hat dein Heiliger Geist raped Mary? Warum hast du deinen Gott so weggenommen? Warum ist dein Gott so weggenommen? Sei patient. Was ist mit dir? Hast du etwas Kokain oder was? Hast du etwas Kokain oder was? Was ist mit dir? Komm runter, Idiot. Komm runter, Idiot! Komm runter, komm runter! Du bist cool, come now. Luke 135 Luke 135 Und die Heilige Geist kam auf ihr, sie war 12. Und die Heilige Geist kam auf ihr. Luke 135 Warum hat das Heilige Geist raped Mary? Warum ist dein Heiliger Geist raped Mary? Warum hat dein Heiliger Geist raped Mary? Okay Luke 135 Oh, du bist dumm oder was ist mit dir? Warum ist das falsch passiert mit dir? Warum ist andere, Idiot? Warum ist dein Heiliger Geist raped Mary? ekelhafter typ ziehen zu viel kokain und dann kommen die rein und reden in 500 km h geschwindigkeit fliegelhafter typische besessenen teufels danke 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 unglaublich Das kannst du. Ah! Dann mach ich's lieber Kamehameha! Nee, mein Bruder, sorry, ich find's nochmal. Ja. Ey, dieser Yusuf, der Albaner. Ja. Erstens, Yusuf, tach gerbi. Ja, auf damit. War nur Spaß. War nur Spaß. War nur Spaß. War nur Spaß. Erstens, keine Ahnung, über was er redet. Ja, dann ist es halt so. 20 Jahre falsch praktizierend. Ne? Aber mach weitere 40 Jahre. Vielleicht wirst du noch 40 Jahre älter. Ja, vielleicht kommt in 40 Jahren dann die Erkenntnis. Mach ein bisschen Breakdance. Versuch ein bisschen. Warte, säg. Ja! Delan, schon wieder du? Äh, jo, nochmal liegen gerade. Sorry, gerade wegen dieser Beleidigung und so. Ich will eigentlich nochmal mit dir diskutieren. Aber ich glaube, bei dir ist es nicht möglich so. Du hast ja damit angefangen. Ja, hast recht. Aber du gehst auf die alle ein. So als hätten die... Ja, die glauben ja auch an eine Sache so. Du kannst nicht auf alles so eingehen. Wir können ja darüber ganz normal reden. Da braucht ja keiner den anderen so dermaßen zu beleidigen. Guck mal, wie die mich beleidigen. Habe ich einmal zurückbeleidigt. Ja, safe. Aber wenn du deine Stimme erhöht, manche nehmen das auch. Ja. Ja.